Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 354. Wir sind finally zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist René Auserlehm mit dabei. Der wundervolle, der einzigartige Herr Basti. Gude und Grüße, wie der Spanier sagt. Wie der Spanier sagt, ja, immer diese Spanier, immer noch nicht losgeworden, die Spanier. Dann haben wir natürlich auch mit dabei den wundervollen, hassgetriebenen Herrn Marvin. Ja, sehr freundlich. Hallo, guten Tag. Und die Technofee aus den 80ern, Herr Dennis. Ja, Servus, hallo. Frau Alex, heute leider nicht dabei, noch irgendwo auf Deutschlands bestem Golfplatz unterwegs, aber vielleicht demnächst wieder hier in diesem Hause. Wir wollen reden über die Eintracht und haben ein pickepackevolles Programm. Das heißt, die nachfolgenden Sendungen werden sich so um 24 bis 48 Stunden mindestens verschieben, weil wir wollen reden über Spielpläne, über Transfers. Wir haben eine Hörerfrage. Wir müssen die Geschmacksfrage bei den neuen Trikots stellen. Wir haben was zum Zusammenschluss und wir haben neue Kategorien, meine Damen und Herren. Halten Sie sich fest. Aber wir fangen natürlich ganz klassisch mal mit dem Spielplan an, weil ich glaube, das ist das, womit wir mal so auf diese Saison ein bisschen einleiten können. Ich hatte ja mal auf Twitter gefragt, wieso die Meinung ist zum Spielplanen und die Aussage war, 17 Mannschaften, wir spielen gegen alle zweimal, keine Überraschung. Ja, okay, der Witz funktioniert nicht, ich merke es schon. Start ist gut in zwei, ja. Ja, aber was man positiv bei dem Spielplan sagen kann, wenn wir auf die Liga gucken, wir fangen am ersten Spieltag tatsächlich zu Hause zu einer adäquaten Uhrzeit an und wir enden auch am 34. Spieltag zu Hause. Das ist, glaube ich, schon mal gut. Das ist ja immer genau mein Punkt. Also ich bin immer jemand, der generell ein bisschen Angst hat, wenn wir auswärts am letzten Spieltag irgendwo sein müssen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Saison für uns potenziell ein Stück weit besser ist oder dass wir potenziell es alles in der eigenen Hand noch haben, wenn wir am 34. Spieltag zu Hause sind. Und gerade wenn es dann darum geht, vielleicht, also ich gehe nicht davon aus, dass es in dieser Saison knapp wird, aber wenn es mal knapp werden sollte, ist es dann immer ein bisschen besser, am letzten Spieltag das Ding zu Hause klar machen zu können. Im Ding gegen die Bayern, ne? Nee, und nicht die, ja, ist ja auch da nochmal ein ganz dankbarer Gegner. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein brauchbarer Spielplan. Er fängt natürlich trotzdem relativ knackig an, aber wie immer, das wissen wir ja, es kann auch ein Vorteil sein, gleich die Top-Gans eigentlich in der Liga am Anfang zu haben, weil oftmals sind die auch noch nicht so bereit, wie sie im Laufe der Saison werden. Ja, das ist richtig. Ich finde, Spielpläne darf man gar nicht unterschätzen. Nee. Deswegen bin ich auch nicht auf seinen Witz eingegangen, weil Spielpläne können auch, ich finde, Spielpläne sind einer der unterschätztesten Faktoren, was Saisonverläufe betrifft. Weil wenn du am Anfang, Marvin hat es ja gesagt, ich habe mich mit Axel darüber unterhalten, bei Köln ist es glaube ich so, Köln spielt erst in Wolfsburg, das ist glaube ich so das Worst-Case-Auftaktspiel, was du haben kannst, weil du hast keinen Bock nach Wolfsburg zu fahren, du hast keinen Bock da irgendwie allgemein gegen Wolfsburg zu spielen und verlierst wahrscheinlich auch noch. Und dann haben die glaube ich irgendwie Dortmund zu Hause und dann spielen auch in Leipzig oder irgend sowas. Wenn du dann irgendwie die ersten vier Spiele, wir hatten das ja letzte Saison auch, dass wir am Anfang echt negative Stimmung hatten und zum Start der Rückrunde auch, dass du irgendwie das Gefühl hast, ja, da kommen halt Top-Mannschaften, die musst du dann erstmal mal spielen und dann hast du aber irgendwie erst nur einen Punkt, spielst dann zu Hause gegen irgendjemanden, wo du sagst, ja, jetzt musst du auf jeden Fall gewinnen und bist dann ziemlich früh schon unter Druck. Das heißt, diesmal hat es uns nicht ganz so schlimm erwischt und ich finde auch gut, dass wir mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim starten, weil das kannst du immer gewinnen. Und wenn du das schon mal gewonnen hast, dann hast du das irgendwie schon mal, weiß ich nicht, im Rucksack und dann kannst du gucken, was Leipzig dir so anbietet und dann spielst du es in Düsseldorf. Also uns hätte es schlimmer treffen können, aber ich finde Spielpläne sind allgemein sehr, sehr tricky teilweise. Wir haben zwischendrin, glaube ich, mal wieder so ein bisschen geballtes Programm. Das ist dann Leverkusen, Gladbach und Bayern. Da wird es dann wieder schwierig. Ich weiß gar nicht, ist das Oktober dann? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Es war so ein bisschen was, das hast du aber automatisch immer. Natürlich, ihr habt es schon richtig gesagt. Es teilt sich zum Glück ein bisschen auf. Du kannst ein bisschen gucken, dass du in die Saison reinkommst. Das ist wirklich, denke ich, wichtig. Und Marvin, ich bin voll bei dir. Gerade so das letzte Spiel, nochmal ein schönes Heimspiel. Auch, ja, wir haben die letzte Saison oder auch in den letzten Saisons immer gesehen, dass in den letzten Spielen zumindest doch noch um gut was geht. Und wenn du dann natürlich so das letzte Spiel nochmal hast, dich nochmal motivieren kannst und vielleicht sogar sehr, sehr viel diese Saison erreichen kannst, ist das natürlich eine feine Sache. Ja, also es sollte auch gar nicht so negativ sein. Oder Born ist natürlich auch trotzdem, ja gut, wer weiß, vielleicht geht es für die am letzten Spieltag eher noch um was als für uns. Aber letzter Spieltag zu Hause, Paderborn, ist doch eigentlich schwierig. Ja, also das sollte eigentlich, also wenn es gut läuft und entspannt läuft, dann sollte da eigentlich alles schon irgendwie großartig durch sein. Ja, aber klar, weiß man nicht. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, also diese drei Spiele hintereinander, Gladbach, Leverkusen, München ist von Mitte Oktober bis Anfang November, das ist so die Zeit. Okay, danke. Also kann man vielleicht auch noch drauf hoffen, dass die Bayern irgendwie so ein bisschen, vielleicht schon so ein bisschen angefressen sind, aber das führt jetzt schon ein bisschen zu weit. Also von daher kann man glaube ich sagen, ist Spieltag, erst mal sieht es nach einer ganz entspannten Verteilung aus, mit einem guten Start, mit einem ganz soliden Ende. Ich glaube, damit kann man jetzt erst mal ganz zufrieden sein. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal diese Kombination hatten mit zu Hause anfangen und zu Hause die Saison beenden. Das ist glaube ich auch schon ein paar Jahre her, da war die DFL jetzt mal ein bisschen kenedisch zu uns. Vor allen Dingen hast du mit Hoffenheim schon am Anfang so einen der unattraktivsten Gegner abgefrühstückt und trotzdem haben alle noch Bock. Die aber jetzt ja auch mit neuem Trainer und allem auch so ein bisschen Wundertüte sein können. Ja, aber ist ja egal. Im Endeffekt hast du ja, wenn das Spiel Hoffenheim irgendwann, weiß ich nicht, im November ist, wenn es kalt ist. Ja, dann hast du halt wieder das Problem, dass halt keine Socke hingeht. Und gerade in dem Auftaktspiel so einen Gegner zu haben, wo halt von vornherein schon mal die Hütte voll ist, ist vielleicht jetzt nicht verkehrt. Das ist schon richtig. Auf jeden Fall. Und dann das erste Spiel, auf das ich mich dann richtig freue, ist am 31.8. Da habe ich richtig Bock drauf gegen die Fortuna zu Hause. Das war im letzten Jahr schon ein einmaliges Erlebnis natürlich da auch aufgrund der Resultate. Aber ich denke, das kann auch jetzt wieder ein gutes Fest werden. Also insofern, das ist gut und dann auch relativ früh dann die Dortmunder zu Hause. Ich finde, der Spielplan gibt einiges her und die saure Gurken-Kackmannschaften haben wir gleich am ersten und zweiten Spieltag. Insofern wird es dann, geht dann die schöne Bundesliga wirklich los. Saure Gurken-Kackmannschaften finde ich gut, Marvin. Sehr gut, danke. Sollen wir einen Sendungstitel schon ganz am Anfang? Man muss aber auch mal sagen, wenn man den Bundesligaspielplan so durchgeht und man, ich gucke immer, das Erste, was ich dann immer so gucke, ist so, okay, welche Auswärtsspiele nimmt man irgendwie eine Hinrunde mit. Ich weiß, das hört sich bei mir auch nach einem Leierkasten an und ich wiederhole mich da so oft, die Bundesliga ist echt nicht attraktiver geworden, sag ich mal. Du hast schon viele Ausfallmannschaften da, finde ich. Also es gibt viele, viele, wo du denkst, da will ich nicht hinfahren, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann, wenn ja alles normal läuft, sind ja auch immer Sonntagsleute, oder häufig. Ja, Köln hat die DFB auch wieder geschickt gemacht, dass wir ja gegen Köln unter der Woche spielen. Ja, das ist richtig. So ist das. Aber Union mit der neuen Mannschaft in diesem Jahr, das könnte doch wieder ein ganz interessantes Auswärtsspiel sein, was dazugekommen ist. Das ist das erste Auswärtsspiel, wo ich auch hinfahren will. Das hätte ich jetzt auch gedacht. So rein vom Ablauf her. Ja, das wird auf jeden Fall extrem gut. Ja, dann heißt es jetzt nur noch warten, bis es dann tatsächlich endlich losgeht. Aber es ist ja nicht so, dass wir bis dahin nicht schon irgendwie Fußball sehen. Und zwar ein bisschen davor, genauer gesagt eine Woche davor, erste Runde DFB-Pokal, da haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen. Wir spielen gegen Waldhof Mannheim in Mannheim am 11.8. am Sonntag. Wirklich geil. Geil, das ist los, ja. Ja. Hätten wir definitiv schlechter treffen können. Kann man sich nur drüber freuen. Wird halt krass mit den Auswärtskarten. Ich glaube, im Gegensatz zu den letzten Jahren wird das dann ziemlich eng. Ich glaube, jeder will hin. Viele Leute freuen sich. Es geht gegen den befreundeten Verein Waldhof. Ich denke, das ist eine richtig geile Partie, aber darf man auch natürlich nicht unterschätzen. Sportlich wird das auch ein ordentlicher Knacke. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass uns das zumindest extrem viel Freude auch bereiten wird. Wie viele Karten gibt es denn? Dreieinhalbtausend oder sowas, habe ich gelesen. Ich meine, ja. Das war zumindest die letzte Zahl, die ich gelesen habe dazu. Könnte eng werden. Ich würde sagen, wird eng. Also dreieinhalbtausend ist für reisefreudige Eintracht-Fans, die jetzt auch keine ewig lange Anreise haben und mit dem Sonntag vielleicht auch noch so einen halbwegs okayen Tag haben im Vergleich zu anderen Vereinen, die irgendwie montags 600 Kilometer reisen müssen oder was das war. Ähm, ist das glaube ich schon okay. Also das dürfte, ich würde erwarten, dass das sehr, sehr eng wird. Ja, ich finde es geil, ich habe richtig Bock. Also wir haben heute schon so ein bisschen die Planung angefangen. Ab morgen gibt es, glaube ich, Karten. Ihr habt schon gesagt, das wird nicht so wahrscheinlich, dass man eine kriegt. Nope. Aber irgendwie geht es ja dann doch immer und leicht zu erreichen, die Stimmung wird brutal sein, auch von Mannheimer Seite. Also das wird auf jeden Fall nicht sich anfühlen wie ein Erstrunden-Pokalspiel, sondern das wird schon sehr, sehr knackig. Ich hoffe, dass wir, gut, Hütter hat das ja, glaube ich, auch mit einem Augenzwinkern gesagt, dass Hütter auch erfahrener ist, was den DFB-Pokal betrifft und dass ihm das nicht nochmal passieren will. Also, da war er sehr deutlich in seinen Aussagen, ja. Was letztes Jahr war, sollte auch vermieden werden, gerade aus finanzieller Sicht, dass wir vielleicht, jo, dieses Jahr im Pokal ein bisschen weiterkommen, wäre doch nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall ein dankbares Ziel. Ich meine, es hat ja schon mal ganz gut geklappt und wir das wieder reproduzieren können. Das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt auf jeden Fall was Attraktives haben, auch kein saure Gürkengegner, sondern mit ordentlich Schmackes in die erste Runde starten können, wäre ja theoretisch für mich dann so ein Spiel, wo man sagen könnte, ey, weißt du was, Übertragungsrechte kaufen wir uns mal. Weil ich glaube, das wird auf jeden Fall stimmungstechnisch einer der besten Erstrundenspiele, gehe ich fest von aus. Da würde ich jetzt fest von ausgehen. Da wird es auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, gibt es da sonst noch irgendeinen Kracher? Ich habe mir den Spielplan-Solz nicht so detailliert angeguckt. Ich glaube, ich glaube, da war auch tatsächlich sonst nichts dabei, was jetzt annähernd irgendwie in die Richtung gehen könnte. Ja, aber gut. Sonntag 15.30 Uhr ist es, gell? So ist es, genau. Sonntag 15.30 Uhr in Monnem. Sehr gut, Monnem. Ja, da kann man hin. Und wer noch weiter nach vorne will und Fußball gucken will, wir haben ja die Euroleague-Quali, die in zwei Wochen startet. 25.7., wir dürfen entweder, wir sind ja quasi die Auswärtsmannschaft, wir dürfen ja reisen. Und wann wir oder wohin wir reisen, entscheidet sich ja relativ knapp erst. Und wir dürfen dann entweder nach Serbien oder nach Estland. Ja, du hast es schon angesprochen. Was für mich die mittlere, also die Katastrophe für mich ist tatsächlich, dass du ganz sicher erst eine Woche vorher, 23 Uhr abends, irgendwann weißt, okay, da und da geht es hin. Das macht die Reiseplanung natürlich nicht einfach, zumal sehr, sehr viele Leute auf sehr, sehr kleinem Zeitraum gleichzeitig irgendwas bestellen werden. Das haben wir schon alles erlebt, das wird da nicht leichter. Ich bin fest entschlossen, da hinzufahren, wo auch immer es hingeht. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, die Tendenz geht so nach Nis oder Nis, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Nach Serbien, weil die so ein bisschen besser sein sollen. Aber ich habe mich im Gegensatz zu anderen noch nicht getraut, das zu buchen. Ich will zumindest das Hinspielen mal abwarten und gucken, wie das vielleicht so läuft. Das ist jetzt, glaube ich, diesen Donnerstag. Tickets waren jetzt aber schon recht teuer für den Flug. Also ich hatte mal geguckt gehabt, Estland, das war jetzt schon ordentlich. Also bin ich mal gespannt, wenn da wirklich wieder alle Zeit gleichen. Du sagst es, Basti, es wird halt so sein, gerade wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist es wahrscheinlich wieder fast unbezahlbar. Ja, das ist echt ein bisschen ärgerlich, weil sie die ganz günstigen Tickets, die haben wir natürlich jetzt nicht erwischt. Ich habe direkt danach geguckt, da war alles relativ günstig. Also sowohl Direktflug selbst nach Nis als auch ins andere Land wäre das so echt möglich gewesen. So ist es jetzt echt schon wieder nicht so ganz so günstig. Es gibt gerade zumindest für Nis, Nis werden die ausgesprochen, oder? Nicht Nis, ne? Ich weiß nicht genau, ich frage euch. Ich hätte jetzt Nis gesagt, aber... Ich gehe mal davon aus, was Nis heißt. Aber ja, also das ist dann halt leider alles nicht ganz so billig. Immerhin gibt es für Nis so einige Ausweichmöglichkeiten, derer wir uns dann wahrscheinlich bedienen werden. Die Stadien sind ja auch nicht besonders groß. Ich glaube, Nis hat in der Tat noch das Größere. Genau, die haben 18.000 und in Estland sind sowieso nur irgendwie 10.000, die da ins Stadion rankommen. Also da ist auch von vornherein gar nicht so viel Platz irgendwie vorhanden. Obwohl in der zweiten Quali-Runde die Nachfrage noch, glaube ich, irgendwo bewältigbar ist und man auch so ins Stadion reinkommen wird. Auch wenn das Kontingent ist offiziell natürlich nicht ausreichend. Ich weiß nicht, wie es in den beiden Ländern ist mit personalisierten Tickets. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass da groß was ist. Zumindest noch nichts drüber gehört gehabt. Und ich denke, da kommt man auf jeden Fall hier rein. Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, bei Nis sind die zumindest sehr, sehr motiviert auch. Also für die ist das schon... Ja, die sind auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, wie man denkt. Nee, sehe ich nicht. Mit vielen Leuten haben wir gesprochen und ein Freund unserer Sinder, Herr Lossner, hat auch Kontakte nach Serbien. Der meinte auch, das ist so eine Mannschaft, die kannst du vielleicht vom Leistungsniveau mit Paderborn vergleichen. Okay. Das ist ja trotzdem so, dass man sagen muss, okay, Paderborn, wenn die wirklich... Und für die ist das im Gegensatz zu uns, für uns ist das eine nervige Quali, glaube ich. Und für die ist das das Spiel des Jahres. Also diese Quali ist, glaube ich, schwerer, als wir uns das vorstellen. Also das ist so ein bisschen... Du denkst so, ah geil, Euroleague können wir erreichen, aber dann spielst du halt wirklich gegen Teams. Für die ist das wirklich so das Spiel des Jahres erst mal. Und du bist quasi... Ja, und du hast das Gefühl, deine Vorbereitung für die Bundesliga wird gestört. Also da gehen irgendwie schon zwei verschiedene Voraussetzungen treten da gegeneinander an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Eintracht das bewältigt. Und hoffe sehr, dass wir das ernster nehmen als Vereine wie Freiburg oder Mainz. Liebe Grüße. Naja, zumindest in diesen ganzen Interviews, die jetzt zu lesen waren, wobei die natürlich auch alle sehr stark in diese Richtung gehen, ist glaube ich schon recht... Also zumindest wird recht klar gesagt, dass man das sehr ernst nimmt und es den Fans auch irgendwie ermöglichen will oder quasi auch so... Ja, schuldet weiß ich nicht, ob das die Wortwahl war, aber irgendwas so in die Richtung, zumindest in die Gruppenphase irgendwie einziehen zu können. Also ich glaube schon, dass zumindest von Trainer und von verantwortlichen Stab die Motivation recht hoch ist. Aber wie du schon sagst, es ist halt so eine Unterbrechung in der Vorbereitung. Du weißt erst eine Woche vorher, wo es auch irgendwie für die Mannschaft irgendwie hingeht. Kannst dich dementsprechend auch nicht sehr konkret auf den Gegner einstellen, sondern musst es auch so ein bisschen in beide Richtungen irgendwie machen. Hast da vielleicht auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, je nachdem, wo es hingeht, wie die Wetterlage, ist da vielleicht auch nicht so riesen Bock irgendwie drin. Also ja, kommt halt schon der ein oder andere Faktor da zusammen. Ja, aber ich denke, man muss es eher anders formulieren, also auch anders aufnehmen. Ja, natürlich kann man sagen, es ist eine Unterbrechung, aber es ist halt auch endlich mal immerhin mal ein realistischer Wettbewerb. Nicht so gegen lauter Schwachsinnsmannschaften in der Vorbereitung, sondern du hast gleich am Anfang ordentlich harte Einsätze. Ja, das ist natürlich nicht ohne und das nimmt einem dann wahrscheinlich auch ein bisschen so die Energie. Aber auf der anderen Seite hast du gleich eine Wettkampferfahrung. Eine Wettkampferfahrung und du weißt ganz genau, dass es halt jetzt nicht irgendwie gegen einen Fünftligisten geht, der dir irgendwie nur auf die Knochen gehen will, sondern es wird auch gleich spielerisch eine andere Nummer. Ich finde es auch gut, was der Basti gesagt hat, denn Nisch ist ja jetzt nicht umsonst in die Euroleague gekommen. Die müssen sich zwar lang qualifizieren, aber ich glaube, die sind sogar Zweiter geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Leute, das ist natürlich eine super Sache für die. Also ich meine, die haben in der letzten Saison richtig was gerissen und da müssen wir uns dann halt auch irgendwie beweisen. Also das Wett, Paderborn finde ich eine extrem interessante Einschätzung. Das heißt, da kommt ein klarer Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Und wenn wir die unterschätzen, dann sieht es ganz schnell aus, das wird scheiße aus. Dann lachen wir nicht mehr über Mainz oder so, wo wir vor ein paar Jahren noch drüber gelacht haben, weil es halt extrem erbärmlich ist, dass die so früh rausgeflogen werden. Gerade diese Mannschaft ist auch irgendwie, das heißt Überraschungsmannschaft nicht, aber ich habe sie schon Paderborn, ich habe sie schon verglichen. Und ich glaube, dass unser einziger Vorteil ist, dass es zwei Spiele sind. Ich glaube, wenn wir nur dorthin fahren würden, dann kann an dem Tag alles passieren, kennen wir. Ich glaube trotzdem, dass man sagt, okay, gerade weil die Euphorie wieder so groß ist und ich glaube, dieses erste Quali-Spiel ist auch wieder ausverkauft jetzt sofort, dass du da wirklich, ich weiß nicht, wie viel sind es in Euroleague? 42.000? Weiß ich nicht genau. Ja, sowas in den Dreh, ja. Also, dass man wirklich da auch komplett motivierte Leute hat, ähnlich wie wir den ersten Spieltag geredet haben, die dieses Spiel auch besonders machen. Im Sinne von, okay, da kommt eigentlich ein unbekannter Gegner, in Anführungszeichen, aber wir haben ein Heimspiel. 1. August, das Wetter ist vielleicht auch noch richtig geil. Und dann haust du die zu Hause weg. Zu Hause kannst du ja alles ausbilden, dann hast du völlig recht. Genau. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass wir da vielleicht 4-0 unter die Räder kommen, sondern dass wir da irgendwie ein schwereres Spiel haben, als wir denken. Und dann weiß man das und dann spielst du nochmal zu Hause gegen die und machst alles klar. Also das ist so die Hoffnung, die ich habe. Ich will halt langsam mal wissen, wo es hingeht. Das ist so nervig. Ja, du sitzt irgendwie da auf Weißen und Wohlen. Die Reiseplanung, die wir die ganze Zeit hatten letztes Jahr, waren ja echt geil. So zu sagen, ey, Marvin und ich planen, wir fliegen da hin, dann bleiben wir eine Woche in Zypern, Marvin kommt nach, dies, das, blablabla. Ja, die Reiseziele könnten sich ja jetzt nicht mehr unterscheiden. Also es kann da oder da hingehen. Ja, ja. Das ist halt von der UEFA nicht sehr, sehr fanfreundlich alles geschaltet. Aber gut, wahrscheinlich geht es halt auch nicht anders wegen, ja, wegen diesen ganzen Runden, die da stattfinden. Ja, das zum einen und zum anderen, wann war die UEFA das letzte Mal wirklich fanfreundlich. Also für Leute, die auswärts fahren, das ist zum Kotzen, muss man sagen. Aber wir wollen uns nicht beschweren, weil wir können immerhin froh sein, dass wir in der Europa League sind. Und da müssen wir halt jetzt ein paar Runden mehr machen. Aber wie gesagt, solange wir die nicht unterschätzen, Nies wirklich Zweiter geworden in der Meisterrunde in der Säbe in letzter Saison. Das ist, also die haben auch Partisan-Belgrad hinter sich gelassen. Also das sollte schon ein Ausrufezeichen sein. Und wir kennen auch, wir wissen ja, wie die einigermaßen spielen. Und andere ehemalige Eintracht-Spiele sind zum Beispiel bei Volvodina, die sind richtig abgeschlagen im Vergleich. Also insofern, nur roter Stern, Belgrad war besser. Und das sollte uns zu denken geben. Und das sollte das aber auch gleichzeitig den Fokus fest darauf setzen, dass es nicht zu unterschätzen ist. Die werden, ich gehe fest davon aus, dass die weiterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deren Gegner irgendwie irgendwas reißt. Da gehe ich absolut nicht von aus. So ehrlich müssen wir sein. Also wir werden wahrscheinlich nicht nach Flora, nach Estland fliegen. Auch wenn ich es mir natürlich gerne vorstellen würde. Also ich hätte da schon Bock zu, aber ich kann mir, weiß Gott, nicht vorstellen, dass es irgendwie passt. Naja, aber gut. Genau, aber nächste Woche ist man dann vielleicht auch schon ein bisschen schlauer. Wenn da die ersten Linger rum sind. Genau, dann am 25. auswärts und am 1. August dann das Rückspiel zu Hause. Müsste aber dann nicht diese Woche das erste Spiel sein von denen? Ist am Donnerstag. Ist so diese Woche, Entschuldigung. Ja, genau. Ist am Donnerstag. Ja, ja, ja. Ich habe nochmal nachgedacht. Nee, Quatsch, ist es nicht. Warte mal, ist es? Doch, ist am Donnerstag. Müsste eigentlich. Das erste Spiel diese Woche und das nächste Spiel nächste Woche. Genau, genau. Geht jetzt los eigentlich? Der Wochengutmus, das haben wir dann auch. Wenn die Eintracht jetzt weiterkommen, Leute, hast du jede Woche ein Spiel. Ja. Ja. So krank. Ja. Bis. Also eigentlich geht die Saison in zwei Wochen schon los. Krass. Ja. Bin doch gar nicht vorbereitet. Hallo. Scheiße. Bin da ein bisschen überfahren. Tja, dann musst du jetzt irgendwie langsam hier den Motor anwerfen. Tatsächlich. Geil. So ist das. Ja, auch ein bisschen. Also ganz ehrlich, als wir uns so ein bisschen auf die Sendung hier vorbereitet haben, so langsam bin ich auch aus diesem Sommerentspannungsmodus raus. Also langsam Transfers und so hat man alles schon mal so, spricht man ja auch so mit Freunden und so. Und man macht sich Gedanken, blablub und jetzt geht's los. Ich bin auch eigentlich so halb schon wieder bereit. Wie war denn eigentlich so eure Sommerpause jetzt in der Runde? Also ich zum Beispiel habe ja nichts an Fußball geguckt. Das war mir echt vollkommen egal, was da irgendwie an Herren, Damen, whatever Fußball war. Ich habe das alles vermieden. Ich hatte so null Lust und so seit einer Woche merke ich, dass das jetzt alles wieder so immer mehr wieder kommt. Man guckt sich irgendwie alte Spiele an und guckt, was irgendwie live ist. Aber dazwischen, ich war so durch, ich habe echt nichts gucken können. Wie war das für euch? Genauso. Muss ich tatsächlich sagen. Also René, bei mir war es wirklich haargenauso. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich heute hier fast jungfräulich in die Sendung gekommen. Ich wollte gerade sagen, zum Glück hast du fast gesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja, Mavi. Nee, aber da musst du wirklich sagen, das ist für mich jetzt auch heute hier ein wunderbarer Start in diese wunderbare neue Saison. Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe auch versucht, so viel wie möglich mal abzuschalten und mal gar nicht, weil ich Angst habe. Wir haben schon gesagt, die Saison wird so lang, gerade mit diesen ganzen Quali-Spielen jetzt vorher und so weiter und so fort. Und also ich muss zugeben, letzte Saison ist mir schon am Ende so ein bisschen fast die Luft ausgegangen, wo ich gesagt habe, boah, jetzt wird es langsam echt. Ich war froh, als dann die Saison fertig war und man mal durchatmen konnte. Dann habe ich das versucht, jetzt so lange wie möglich klein zu halten. Und ja, ich merke schon, wie das Feuer wieder kommt. Ich merke, wie geil ich jetzt drauf bin, dass es wieder losgeht. Aber es ist wunderbar mit euch, das hier zu starten heute, Leute. Gefällt mir. Ja, also ich erinnere mich eigentlich auch nur an ein Spiel, was ich wirklich über 90 Minuten geguckt habe. Das war mit Marvin zusammen bei mir im Garten das U21-Finale. Und ansonsten fällt mir auch nichts anderes ein. Ja, danach habe ich dann schon langsam wieder den Start-Button gedrückt. Also ich muss dann sagen, ich habe jetzt auch ein Spiel von der Frauen-WM verfolgt, also England, USA. Das fand ich auch teilweise ziemlich cool. Und dann so richtig war der Sonntag. Also da muss ich sagen, am Sonntag war ja Peru gegen Brasilien. Am Copa-America-Finale habe ich mir gegeben, aber das war ganz nett. Und ja, das ist auch nicht wirklich viel Fußball, aber jetzt habe ich auch langsam wieder Bock. Und das Schlimme ist, jetzt kommt bei mir auch so das Gefühl, dass ich jetzt auch selbst diese Quatsch-Euro-League-Spiele, die jetzt kommen, wo es dann ja auch gegen unsere Gegner, also für unsere Gegner um was geht, hätte ich jetzt auch schon fast Bock, dass ich mir die angucke. Das ist es halt, ja. Man wird jetzt doch wieder angefixt und jetzt am besten irgendwie noch Recherche betreiben. Ah, was passiert da und wie gut sind die wirklich und so weiter und so weiter. Kann man das irgendwo sehen eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, dass du wahrscheinlich das schon gucken kannst, aber wahrscheinlich über so Subkanäle, so Sport Digital oder sowas. Oder halt mit VPN irgendwie, dann dort haben sicherlich auch Sender die Rechte gekauft in den Ländern. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, also Radnicki, nee, Sender noch unbekannt. Also ich glaube, Laola1TV ist ein sehr guter Adresse dafür. Ich habe jetzt Werbung gemacht, aber kein Geld bekomme ich dafür. Noch nicht. Also Laola1TV kann sein, dass sie das übertragen, vielleicht Sport Digital, aber ist zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Ansonsten hat er denn schon recht, es gibt andere Quellen, denen man sich behelfen muss. Der Sohn zeigt die Quali-Spiele gar nicht, ne? Nee, der Sohn ist da. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand das Spiel von Nisch gegen, wie heißt eigentlich der andere Gegner, Flora, Flori? Flora, äh, Flora Tallinn. Flora, okay. Ja, also, ich weiß nicht, da hält sich wahrscheinlich das Interesse auf dem deutschen Markt in Grenzen, dass der Sohn sich das gekauft hat. Hm, ich weiß auch gar nicht, was man da als Übertragungssender da an Kohle irgendwie auf den Tisch legen muss, aber ich könnte... Können Sie ja mal informieren, betragen wir das vielleicht, ist das so günstig. Meinst du? Ich hätte so Bock, ey, es wäre so geil, Eintracht Podcast. Dann kommentieren wir das einfach. Eintracht-Podcast. Wir machen die Audio-Fassung dann rein. Eintracht-Podcast-Watch, ja, kannst du dann das aktuelle Spiel verfolgen, was wir... Wir machen einfach eine Kooperation mit Fußball 2000 und streamen das live auf YouTube. Ey, ich kugel das jetzt mal. Ich kugel das jetzt sofort. Google, was es kostet. Schreib mal in so eine Agentur so. Marvin beteiligt sich jetzt die nächsten 20 Minuten nicht mehr an der Diskussion, sondern wird versuchen, uns die Übertragungsrechte am Quali-Spiel der Eintracht zu sichern. Nicht der Eintracht von Nisch gegen Flora. Ja, genau. Also, das meintest du. Nisch gegen Flora, ja. Der Eintracht wird schon gezeigt, glaube ich. Ja, Eintracht läuft, glaube ich, wieder hier bei RTL-Nitro-Gedöns. Ja, aber Nisch gegen Tallinn wäre doch interessant. Nein, nein, wir wollen Nisch gegen Flora. Ich kugel jetzt, wie sichert man die Streaming-Rechte? Genau. Ja, vorsichtig mit mysteriösen Google-Suchergebnissen. Das verhaut dir deinen Suchalgorithmus und du siehst die nächsten Wochen nur noch komische Werbung in diesem Internet. Ganz, ganz komisch. Ja, Marvin wird dann noch irgendwie so dubioserweise zum Rechtehändler für merkwürdige Sportangehörer. Das wäre voll, ich bin mega Bock drauf. Wenn ihr die DART-WM in Aserbaidschan sehen wollt, dann könnt ihr das bei Marvin.tv schauen. Marvin.tv. Ich wollte die Adresse sichern. Ich bin schon dabei. Streaminganbieter für dubiose Sportarten, das ist doch super. Marvin.tv. Marvin.tv. Wo läuft das? Das läuft auf Marvin.tv heute Abend, ist doch ganz klar. Marvin.cool. Marvin.biss. Ei, der Witzger, Herr Kapitän, jetzt kommt hier aber... Orang. Ich weiß nicht, was ihr wollt, ich finde das absolut nicht. Der Gangi-System. Also es gibt hier noch Marvin.shop. Sowohl, ja. Oder noch besser, demarvin.com. Das wäre doch eigentlich die Domain für dich, oder? demarvin.com. Ja, hört sich ein bisschen an wie der Sohn. Ja. Sehr gut. Da läuft auf jeden Fall das Spiel. Wir wissen noch nicht genau, wie wir sind. Wir wissen noch, irgendein Spiel läuft da. Wir wissen noch nicht, was für ein Spiel. Warum gibt es denn da jetzt, warum gibt es denn da keinen Link? Jetzt habe ich das jetzt mehrfach auch selbst auf Englisch eingegeben. Warum kommt man da nicht einfach dazu? Was ist denn los? Die UEFA ist auch ganz schön käuferunfreundlich. Ja, also ich meine, wenn die mir sagen, hier... Also normalerweise, wenn man denen Geld geben will, sind die doch immer sehr nett zu einem. Ja, ich habe mir auch gedacht, es gibt aber jetzt hier keine, warte mal, how to buy, how to buy Streaming Rights, ne? Oder was? Streaming, ja, Streaming Rights. Ja. Broadcast, äh, ja, genau. Oder als Broadcast. Ja, eher so, äh, klassisch. Oder Kabel, Satellit und Gedöns. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Also die unterscheiden da ja, glaube ich, schon noch. Die Leute bei Twitter schreiben, dass sie mich nicht hören, jetzt bin ich verunsichert. Das ist heute tonmäßig wirklich sehr schwankender. Ja, ich bin gerade dabei, noch die ganzen unterschiedlichen Kombinationen von Marvin-Domains durchzulesen. Mein absolutes Highlight ist Marvin.plumbing. Der klemmt, der klemmt, doch. Wäre auch nicht schlecht, ja. Ja, wenn die nicht 49 Dollar kosten würde, würde ich mir die tatsächlich sichern, aber. Es gibt Adressen, die enden auf Punkt Plumbing, oder was? Ja, es ist total gut. Also wir behalten das, liebe Leute, wir behalten das auf jeden Fall im Fokus. Und, ähm, ich schaue mal, ob ich da jetzt irgendwie mal Rechte bekomme dafür, ja. Ja, ähm, das wäre doch. Eventuell Sondersendung am Donnerstag machen wir nichts. Genau, Public Viewing veranstalten wir dazu. Watch Party. Watch Party. Gut. Nur gut, kommen wir zurück zum Thema. Genau, lasst uns, äh, wieder zurück zum eigentlichen Sendung-Konzept, falls man das bei uns so nennen kann, zurückkommen. Wir haben nämlich auch eine Hörerfrage bekommen und die beschäftigt sich so ein bisschen mit, ähm, unserem Schwerpunktthema. Und deswegen können wir das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und zwar geht es um das ganze Thema der, äh, aktuellen Kader-Politik bei der Eintracht. Und gerade jetzt auch so mit Blick auf die UEFA und Euro-League-Quali, ähm, Spiele. Und ich glaube, damit können wir dann auch ganz gut zu unserem Schwerpunkt, ähm, Thema. Nämlich, äh, wie sieht der Kader oder die Struktur und das System in dieser Saison aus? Und dazu müssen wir uns natürlich als erstes mal mit dem beschäftigen, was sich in, ja, dem Kader so getan hat. Wollen wir mit den Zugängen oder mit den Abgängen anfangen? Was wäre euch lieber? Ich bin egal. Jetzt machen wir mit den Abgängen an. Dann machen wir mal mit den Abgängen. Da steht ganz vorne auf der Liste der Herr Luka Jovic, der dann doch sich entschieden hat, zu Real zu gehen für eine Ablösesumme, die sich irgendwo zwischen 60 und 70 Millionen bewegt. Nichts Genaues weiß man nicht. Da sind wahrscheinlich auch noch das eine oder andere an Prämien mit dabei, die zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt werden. Aber, ja, hat erst mal eine gewisse Menge an Geld in dieses Kassensystem bei der Eintracht gespült. Ja, ist richtig. Aber war der Wechsel, den man erwartet hat, kann man sagen. Ähm, ich fand ja auch die Höhe insofern insgesamt akzeptabel. Ich glaube, es ist für alle Seiten kein schlechter Deal. Ich bin jetzt auch nicht so wirklich traurig drum. Ich finde, er hat eine super Zeit hier gehabt. Ähm, ich finde, es ist ein glatter, relaxter Abgang gewesen, mit dem alle Seiten gut leben können. Das ist unser Rekord, ja. Wir haben noch nie so viel für einen Spieler erlöst. Insofern denke ich, können wir da schon ziemlich zufrieden sein. Ähm, also für mich bin da total cool und wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass wir uns irgendwann in der Champions League wiedersehen. Äh, Leute, eine Frage zu Jovic. Wie habt ihr das denn gesehen? Ich habe viel gelesen gehabt, Kritik über ihn bei der U21. Äh, ja. Ähm, bei der, bei der, äh, Meisterschaft jetzt. Äh, wie, wie habt ihr das gesehen? Äh, war das, war er so schwach? Oder ist er momentan einfach im Formtief? Oder, weil ich, ich habe so Sachen gelesen wie, ah, da hat die Eintracht, das hat sie ja super gemacht. Haben sie den verkauft, der war am Ende der Saison schon schlecht. Dann hat er jetzt noch eine schlechte Meisterschaft gespielt. Was ist da los? Äh, äh, wie seht ihr das denn? Haben wir, haben wir da wirklich, eigentlich hat er überperformt zwischenzeitlich und wir haben wirklich einen super, super Deal gemacht. Oder seht ihr es so ein bisschen? Ich, ich, ich denke, er hat sein Potenzial gezeigt und braucht einfach Zeit, um es auszuschöpfen. Aber ich glaube, da gibt es eine Kontroverse, äh, Diskussion dazu. Also ich finde, ich finde die ganze, äh, ich finde die ganze Nationalmannschaft hat nicht gut gespielt. Also das jetzt nur an ihm festzumachen, greift meines Erachtens da viel zu kurz. Ähm, also seine U21 war komplett in einem, eher tief Serbien, hat bei weitem nicht das geliefert, was sie normalerweise liefern können. Und da hat er auch seinen Teil, er hat ja trotzdem, glaube ich, schon ein Tor gemacht. Aber er war auf jeden Fall nicht auf dem Höhepunkt. Aber meine Güte, der Junge ist jetzt auch, hat auch eine lange Saison hinter sich gehabt, hat wenig Pause gehabt, hat jetzt dann U21 jetzt auch gespielt. Ähm, und jetzt muss er jetzt, jetzt brauche er auch die Pause mal und muss jetzt sich neu einfinden. Finde ich total unproblematisch. Ich finde halt auch, bei der Eintracht hat er deutlich gezeigt, dass er diesen Riecher einfach besitzt. Und den Torriecher, den hat er, den kannst du ihm auch nicht wegnehmen. Ja, also natürlich war es am Ende der Saison ein bisschen schwächer, aber das war bei der Gesamtmannschaft der Eintracht auch so. Ich glaube, er, das viel Größere wird halt jetzt einfach sein, dass er irgendwie, irgendwie sich jetzt einfindet. Und, äh, dass er irgendwie klarkommt, ähm, bei Real, weil das wird das wesentlich Größere sein. Aber ich glaube, jetzt von irgendwie, oh, das hat ja einer dabei geil gemacht zu sprechen, greifen wir. Ja, ich habe das Gott sei Dank auch nicht gelesen, weil das finde ich Schwachsinn. Also dieser Typ hat alles, was man haben kann. Ich wüsste jetzt keine Schwäche, die er hat. Und wenn die den jetzt richtig ranziehen, und ich hoffe einfach, dass er in diesem Haifischbecken Madrid halt einfach trotzdem irgendwie aufgefangen wird. Also, dass sie den nicht so als, weiß ich nicht, Spieler Nummer 40, und wenn du nicht lieferst, dann bist du weg, und dann verleihen wir dich an San Sebastian, und dann wird der irgendwie durchgereicht, wie das so viele andere Spieler auch schon gemacht haben. Weil ich glaube, wenn du den an die Hand nimmst und irgendwie dem noch auch nochmal zwei Jahre Zeit gibst, weil wir dürfen nicht vergessen, er ist ja noch jung, der Kerl. Dann reden wir hier über einen Spieler, der auf jeden Fall zumindest das Niveau von Lewandowski irgendwann mal erreichen kann. Weil er den Riecher auch hat, da bin ich voll bei euch, ja, ich denke auch. Und der ist auch echt athletisch, also den kannst du nicht so leicht wegchecken, also das ist auch schon ein kleiner Bulle. Und so viele geile Striker hat man auch nicht mehr in Europa, muss man sagen, sonst hätte Real uns den ja nicht weggekauft. Sonst hätten wir ja tausend andere Alternativen. Ich bin auch gespannt, und ich sehe es genau wie Marvin, also ist doch alles easy. Wir wollten immer, dass wir auch, wir haben immer jahrelang neidisch nach Mainz geschaut, so, oh, die machen da, und dann verkaufen sie Schöne voll viel Geld, und dem voll viel Geld. Wollten wir auch, und jetzt haben wir noch mehr Geld als Mainz für ihre Spieler bekommen, als für einen Spieler bekommen, für den wir nicht so viel gezahlt haben, von dem auch jeder das nicht unbedingt erwartet hat. Also es war jetzt keine Wette, wo man sagt, oh Gott, hoffentlich klappt das, weil wir haben viel Geld investiert, nee, sondern es kam quasi aus dem Nichts eigentlich. Und das ist doch eine super Sache, und ich glaube, Marvin hat es, glaube ich, auch schon mal getwittert, jeder, der sich beschwert, wenn ein Spieler von uns zu Real Madrid geht, der sollte vielleicht noch mal überlegen. Ja, ist was dran, ja. Ja, da ist definitiv viel dran, und der Alex schreibt es auch gerade im Chat, Real holt jetzt auch keinen Spieler für etwas über 60 Millionen, um den dann irgendwie als 40. Spieler irgendwie nur alle Jubeljahre mal einzusetzen. Also da, die Gefahr wird da wahrscheinlich auch nicht bestehen. Nee, das ist ein Statement auch von denen gewesen, die müssen es halt jetzt auch liefern, in den Ärmel muss es auch liefern, aber da ist es zum Glück jetzt auch nicht mehr unser Berett. Und wir können froh sein, dass wir das Geld bekommen haben, und ja, weiter. Ja, das war so der Punkt, wo ich noch am meisten irgendwie ein bisschen gezittert habe, also am Anfang oder dann zwischenzeitlich so Ablösesummen, so irgendwas um die 30 Millionen da nur gehandelt wurden, wo ich gedacht habe, Leute, das könnt ihr nie im Leben machen, das bringt es nicht. Also von daher war ich dann schon froh, dass dann da auch ordentlich Geld für so ein Spieler auf den Tisch gelegt worden ist. So sieht es aus. Ja, und dann haben wir das große Paket der Leihenden. Nicht Leihenden, sondern Leihenden. Ich wusste, dass du diesen Wins machst. War irgendwie naheliegend, oder? Oder auf die Qualität zu sein. Erst mal wieder beim BVB, beziehungsweise dort jetzt in, ja, Krankenbehandlung, Reha-Vorbereitung. Da war eigentlich klar, dass das erst mal so kommt, wobei man auch da zumindest den Wunsch hat, ihn auch jetzt dauerhaft zu verpflichten und da dann Gespräche geführt werden. Ich glaube, da muss man dann auch erst mal so ein bisschen abwarten, wie sich das Ganze jetzt gesundheitlich irgendwie tut. Kevin Trapp ist wieder zurück in Paris. Auch da hat man den Wunsch zu verlängern. Ich weiß nicht, wie gerade die Torwart-Situation in Paris ist. Buffon hat, glaube ich, nochmal um ein Jahr verlängert, ne? Ja, also die Sache in Paris ist nicht so einfach, muss man wirklich zugeben. Also da soll, nee, aber was ich jetzt zuletzt gehört habe, soll es da ja einen Wechsel geben auch. Und zwar insofern, dass Donnarumma wahrscheinlich irgendwie wechseln soll, oder? Also das war das, was ich zuletzt gehört habe. Das habe ich auch mitbekommen. Das waren eins der Gerüchte, die da irgendwie rumgeflogen sind. Unabhängig davon, was wir wissen oder was wir nicht, Trapp wird auf gar keinen Fall Nummer eins in Paris. Nee, das ist genau der Punkt. Das war von vornherein. Die Gerüchte, klar. Wagen Sie ja eher mit der Nummer zwei oder drei. Ja, also wie es momentan aussieht, eher Nummer drei. Das Einzige, was ich jetzt gehört habe, wer dazwischen grätschen könnte, ist Porto. Also die wollen ihn scheinbar auch haben und der Berater ist da irgendwie sehr aktiv. Glaube, aber ehrlich. Wovon ist er weg? Wovon ist er weg? Der hat nicht genug Nummer. Ach, wie der jetzt zu Ju wird. Ja, genau. Also nur mal zur Klarstellung. Genau, du hast recht, Basti. Also da sind auch noch andere an Kevin Trapp dran. Das wird gar nicht so ohne. Und ich weiß nicht. Es ist momentan schwierig. Also die ganzen beiden, die wir auf jeden Fall haben wollten, was vielleicht auch gar nicht so schlau war, dass man das so kommuniziert hat, indem man gesagt hat, die wollen wir auf jeden Fall haben. Also sowohl Hinteräger als auch Trapp. Das wird beides noch zu einer richtig langwierigen Angelegenheit. Also sobald die Nummer-Eins-Position bei Paris noch nicht klar ist, wird sich halt auch für uns nichts ändern. Die werden so lange Trapp nicht freigeben. Finde ich ja sowieso mega quatschig. Also ich meine, den Areola ist ein guter Torhüter, da gibt es nichts auf jeden Fall. Aber wenn die jetzt einen Donnarumma holen wollen, dann stelle ich mir mittlerweile auch nur noch die Frage, welchen Berater hat dieser Donnarumma? Weil der war früher natürlich echt ein krasser Spieler, weil er so jung war und so früh in Profifußball reingekommen ist. Aber so der Wunder-Torhüter ist er halt jetzt auch nicht. Er ist halt jung. Er ist halt jetzt erst 20 Jahre alt. Aber ich finde das jetzt nicht kein Welttorhüter, ehrlich gesagt. Und auf jeden Fall, ah gut, jetzt habe ich gerade mal nachgeguckt. Jetzt erklärt sich alles. Gut, er wird von Mino Raiola auch gemanagt. Okay, dann hat sich die ganze Sache gegessen. Manche Spieler werden auch nur, ja, manche Spieler werden halt auch nur hin und her geschoben zu Top-Verein, weil der Manager genau weiß, wie der Hase läuft. Also so groß ist es halt auch da. Das ist das eine. Oder was wir ja auch aus so Büchern wie Fußballleaks und so weiter gelernt haben, ist, dass so Spielerverschiebungen auch mal initiiert durch so ein Hauptsponsor irgendwie stattfinden kann, wenn man irgendwie Ticketverkäufe oder sowas steigern will. Also auch solche. Bei Donnarumma würde ich das nicht sagen. Ja, ich sage ja nur, auch solche Dinge wären da immer wieder mit zu berücksichtigen. Gut, aber ich gehe davon aus, dass wenn man einen Trab haben will, Paris wird den freigeben. Die Sache ist halt hier, wahrscheinlich geht es hier auch nur um Geld. Ja, das ist dann wieder die Frage der Patte. Die Eintracht wird 9 Millionen bieten, die wollen vielleicht 13, 14. Das ist im Endeffekt, ich glaube sogar, dass das von den Summen her exakt die gleiche Situation wie bei Hintergeis ist. Ja, genau. Ja, aber mit dem kleinen Unterschied, dass Paris die Kohle wahrscheinlich unter dem Strich noch auf dem Level ein bisschen egaler ist. Ja, auch nicht, weil die auch trotzdem Financial Fairplay-mäßig irgendwie Pseudomäßig beobachtet werden und ab und zu mal ein paar Einnahmen gegen die Ausgaben entgegenstellen müssen. Und eigentlich ist das ja noch gefährlicher, wenn jemand das nicht braucht. Das haben wir zum Beispiel bei Grujic gesehen. Wenn Liverpool, denen kannst du ein Angebot machen, sagen, hier, wir wollen den haben. Und dann sagen die, nö. Also ich glaube, dass du Augsburg eher finanziell unter Druck setzen kannst und sagen kannst, ja, ey Leute, bei euch heißt es jetzt, keine Ahnung, ihr wollt 13 Millionen, wir bieten euch 10. Wenn dann am Ende habt ihr gar nichts und hinterher gar keinen Bock bei euch zu spielen. Augsburg kann sich das, glaube ich, weniger erlauben als Paris. Aber es sind trotzdem ähnliche Situationen, wo wir auch darauf angewiesen sind, was die Vereine machen und Bobic, das hat mir gefallen, weil Marvin hat es schon recht, dieses auch von Fanseite und auch von uns zu sagen, ja geil, wir hoffentlich bleiben, die Barode ist ja ähnlich auf noch einem kleineren Niveau. Das ist, das ist so wie im Endeffekt, was wir beim FC Bayern kritisieren, dieses, ja, der Bratzer hat sich in den Hatzen und Däufer liebt und bla bla und dann denkst du, ja Leute, das ist, weiß ich nicht, das ist wie wenn du bei Ebay Kleinanzeigen schreibst, ja, ich will es auf jeden Fall nehmen und dann nachher. Egal welcher Preis. Was, was, ich will es auf jeden Fall. Ja, okay, dann 40, was, 25, du Rixer. War das letzte Preis, genau. So, und ähnlich ist es ja auch und Bobic hat ja die Kommunikation Gott sei Dank schon ein bisschen gegenteilig jetzt gesteuert, dass er sagt, hier, ja, wir halt. Es gab keinen Kontakt. Ja, Funkstille und dieses, dass er sagt, ja, wir sind mit Indica und mit Abo haben sind wir gut aufgestellt. Also, dass er auch mal sagt, hier, Leute, easy going. Wie man das bei Rode auch gemacht hat, zu sagen, ja, Leute, wenn ihr Rode wirklich hier verletzt habt, behalten wollt mit einem Restvertrag, wir haben Dominik Korr geholt, wir brauchen den nicht unbedingt. Ja, so ist es. Ganz kurz noch mal zum Rode. Also, ich habe jetzt von mehreren gehört, da sollen zwischen 5 und 10 Millionen im Topf sein als kolportierte Ablösung. Das kann ja wohl nur ein schlechter Scherz sein, oder? Wo kommt das her für einen wirklichen angeknacksten Spieler, der im Endeffekt in Dortmund definitiv überhaupt keine Rolle mehr spielen wird. Ich weiß nicht, wann er dann wirklich wieder fit ist in der Saison, definitiv ja auch die Vorbereitung jetzt nicht mitmachen kann und nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und dann in Relation zu, ihr habt es schon die anderen beiden genannt, an Trapp, klar, Torwart ist immer schwierig zu vergleichen, aber auch ein Hinteregger, der dann 10 Millionen kosten soll, das irgendwie ist da schon, stimmen die Verhältnisse irgendwie nicht, oder? Ja, also auf jeden Fall Hanebüchener Schwachsinn. Also, ganz ehrlich, ja, das ist momentan genau das Ding, daran scheitert es ja auch. Also, irgendwie so Roundabout. Aber ganz ehrlich, wir werden selbst auch, ja, wenn mir jetzt jeder kommt, ja, aber ich bin momentan, das ist ja eh eine Ablösung verrückt. Ja, aber ich muss ja nicht total, total bescheuert sein. Du sollst ja nicht mitmachen bei dem Kampf. Nein, und deswegen, also deswegen, es ist ja gut, dass wir mit Dominik Kor, über den wir ja gleich noch sprechen werden, schon mal gegengesteuert haben, weil wenn es nicht so ist, wenn die uns den nicht für zwei Millionen hergeben, dann ist es so. Dann ist es so und dann machen wir es nicht und dann ist er unglücklich und wir können es aber besser verkraften, weil, Leute, ich gebe doch keine fünf Millionen für einen Spieler aus, bei dem ich nicht sicher bin, wie das jetzt mit dem Heilungsprozess ist, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also, sie können es machen, sie können sogar noch ein bisschen Geld für ihn erzielen, aber nicht mehr. Und da muss der Eiter noch hart bleiben und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier zu zeigen, nee, also verarschen können sie uns jetzt hier nicht. Ja, das sehe ich auch so. Also bei Rode würde ich jetzt auch in der komfortabelsten Position wählen, zu sagen, ey, gut, man guckt halt, was ihr macht, weil er wird ja auch nicht wenig verdienen. Das muss Dortmund sich auch dann überlegen. Okay, du hast ja dann den Spieler noch für ein Jahr, der jetzt auch keinen dünnen Vertrag hat, nehme ich mal an, wenn die den von Bayern geholt haben. Bei den anderen dröseln wir es nochmal auf. Also wir haben bei Trapp angefangen. Wie seht ihr es bei Trapp? Würdet ihr den holen, ja oder nein? Und wenn ja, zu was für einem Preis? Für unter 10 Millionen, ja. Für mehr finde ich eigentlich schwierig. Wir müssen natürlich gucken, wer wird dann unsere Nummer eins? Da musst du auf den Markt reagieren nochmal. Und wer steht da zur Verfügung? Denn eine Saison mit Rönneau als eins, das sehe ich eher problematisch. Wobei wir Rönneau nie wirklich in den Spielen gesehen haben. Also das war so ein sehr schmaler Eindruck am Anfang. Er hätte echt Probleme, die Leistung von ihm sinnvoll beurteilen zu können. Aber die Mannschaft hat ja letzte Saison auch so entschieden und die Verantwortlichen von der Eintracht, die hätten das ja nicht gemacht, wenn sie da jetzt riesen Potenzial gesehen hätten für einen Nummer eins Spieler. Denke ich. Klar, Trapp hat sich ergeben mit einem Wechsel, mit einer Laie und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, hätten sie da gar nicht sich um die Position groß gekümmert. Genere, was sagst du? Ja, also für unter 10 Millionen würde ich es für einen akzeptablen Deal halten. Aber auch nur, weil mir gerade keine wirklich gute Alternative einfallen würde. Marvin? Ich sage auch 10 Millionen. Also 10 Millionen ist mein Maximum, was ich zahlen würde. Und eventuell mit 3 Millionen extra, falls wir in die Champions League kommen. Ja, sowas. Also sowas. Eventuell eine Zusatzzahlung, die genau das dann legitimieren würden. Alles andere. Ist das zu viel Geld? Also 10 Millionen ist genau das. Also wir haben ja 9,5 damals von Paris bekommen. Wenn wir jetzt 10 zahlen, bin ich damit fein. Allein, weil wir sagen, wir haben wieder einen Spieler, der auf jeden Fall hier in Frankfurt sich wohlfühlt. Der auch für eine gewisse Integration von anderen Leuten auch sorgt. Der ein gutes Gefühl dem Umfeld auch gibt. Insofern finde ich das wichtig. Ich finde aber, man muss halt irgendwo die Grenze ziehen. Und ich finde, die Grenze sind bei mir einfach 10 Millionen. Weil es ist mehr, als ein Torhüter von der Qualität momentan wert ist. Ja. Jetzt passt es. Jetzt bin ich aber gespannt. Also ich sehe wahrscheinlich von uns die Dringlichkeit am größten, den zu holen. Ich würde sogar fast auch sagen, okay, Marvin hat es ja eigentlich schon auch gesagt. Ich würde auch fast sagen, okay, man zahlt 10 Millionen plus im Minus international. Was weiß ich was. Ich würde auch, weiß ich nicht, fast schon sagen, 11. Gut, ich würde auch nicht mehr als 12, würde ich auch nicht zahlen. Ich würde es aber trotzdem probieren. Mit Nachdruck zu machen. Weil ich finde, er ist sowohl von der Persönlichkeit, von der Gewinnermentalität her wichtig. Und René hat es angesprochen. Wir haben den nicht gesehen. Wir haben ja auch uns probiert, irgendwie am Ende der Saison einzureden. Okay, warten wir erstmal ab. Vielleicht brauchen wir Trappen nicht. Weil wir hatten ja eigentlich schon eine Eins verpflichtet, die dann irgendwie trotzdem verletzt war. Ich muss aber sagen, die Personalie René ist so ein bisschen... Ich glaube, die Eintracht hat das selber probiert. Ein bisschen auch, als wir bemängelt haben. Von René hört man gar nichts. Und eine Woche später gab es irgendwie eine Story, wie da in der Kleinmarkthalle rumläuft. Ich hatte nicht mal eine Woche, das waren zwei Tage später. Also die Eintracht hat auf jeden Fall probiert, ihn so ein bisschen ins Fangedächtnis zu positionieren. Und dann gab es, glaube ich, irgendwie dieses Testspiel in Wolfsburg. Und dann hat er schon wieder irgendwie zwei richtig krasse Fehler gemacht. Und er hat einfach von der Persönlichkeit nicht diese Präsenz, die ein Trapp hat. Das ist richtig. Und diese Fehler, die sich jetzt... Natürlich hat er nicht viele Chancen und das ist teilweise auch unfair ihm gegenüber. Aber ich glaube nicht, dass er aus dieser Situation rauskommt im Sinne von, sagen wir, wir holen Trapp nicht neben ihn als Nummer 1. Stellt euch vor, was passiert, wenn wir zu Hause in Hoffenheim spielen und der erste Schuss von Hoffenheim geht ihm durch die Beine. Dann bist du in einer Situation, wo du sagst, okay, scheiße. Weil dasselbe Szenario kann dir, das kann Trapp auch passieren. Und das ist Trapp in den ersten Spielen sogar auch passiert. Der hat in Dortmund ein merkwürdiges Tor kassiert. Aber ich glaube, Trapp könnte sich eher noch erlauben, in den ersten vier, fünf Spielen Fehler zu machen. Und das Vertrauen von uns Fans und von der Abwehr und von den Verantwortlichen wäre eher noch da. Weil er halt schon gezeigt hat, dass er es kann, ja, ja. Ja, und bei Renaud bist du dann wahrscheinlich sogar unfair voreingenommen. Ja, das mit Sicherheit, ja. Er weiß das auch, glaube ich. Und wenn er, stell dir einfach nur vor, der lässt einen Ball fallen und der Stürmer staubt ab, dann hast du diese ganzen Diskussionen. Die hast du direkt, ja, das stimmt. Ich würde Trapp holen, allein um den gesamten Defensivverbund zu stabilisieren. Also Trapp hat für mich eine sehr, sehr hohe Priorität. Gut. Ja, nachvollziehbare Argumentationen, aber unterm Strich muss es halt auch so in einem sinnvollen Verhältnis zwischen Ertrag und Invest stehen. Weil mit so Bonuszahlungen, denke ich, ist da schon was drin, auf jeden Fall. Bonuszahlung ist auf jeden Fall eine Option. Und wie ihr schon sagtet, Paris muss vielleicht auch den einen oder anderen Euro zumindest auf dem Papier ausweisen, wenn man sich da irgendwie einigen kann. Haben die jetzt nicht auch einen neuen Sportdirektor irgendwie oder Sportmanager oder irgendwas? Ich steige bei so Commerzvereinen mittlerweile auch. Ja, ich meine da irgendwas gelesen zu haben, dass die jetzt auch irgendwie einen neuen Sportdirektor, Manager oder irgendwas hätten. Ist ja dann auch mal so ein bisschen eine Frage, wie die Leute da ticken. Es ist aber echt so, dass es mich wirklich mittlerweile alles ermüdet, wen die da holen, bla, bla, bla. Es interessiert, es ist echt, ja, ich habe da auch wirklich mein Interesse verloren. Also Paris fand ich irgendwie, als die noch nicht so erfolgreich waren, so 2000er oder so, ich war ja immer schon so ein bisschen, naja, der Nasehoch-Club. Aber irgendwie war die noch einigermaßen anders, ein bisschen sympathischer. Da war doch mal Claude Makelele war mal da und so, wo sie jetzt nicht ganz, ganz große Geld reingeputtert haben. Das ist alles noch einigermaßen spannend, aber mittlerweile ist mir jetzt auch egal, welcher da jetzt mal für drei Tage da ist und einen Haufen Geld verdient. Also insofern kann ich dir nicht sagen. Aber gut, jetzt haben wir die Causa Trapia abgehangen. Mehr oder weniger jetzt geht es ja weiter. Genau, der Nächste in diesem Dreierverbund, wir haben den Namen schon des Öfteren erwähnt, Martin Hinteregger ist jetzt erstmal wieder Augsburger. Wann war Trainingsauftakt? Ich glaube auch irgendwie Anfang der Woche. Gestern, oder? Gestern, gestern, vorgestern, irgendwie so in den Dreh. Vorgestern am 7. Ja, wenn ich das so richtig entnommen habe, erstmal demonstrativ mit dem Auto mit Frankfurter Kennzeichen vorgefahren und mit dem Eintracht-Rucksack in die Spielerkabine gelaufen. Ja, ich weiß, mit dem Eintracht-Rucksack will ich mal in Frage stellen. Das hatten wir ja, das war auf dem Bild gesehen und am Ende hieß es, das war von der österreichischen Nationalmannschaft. Wäre aber eine schöne Story gewesen. Ich fände es fast ein bisschen provokant, ehrlich gesagt. Das wäre wirklich provokant, Wann. Ja, kann man ja mal machen. Ja, finde ich aber nicht. Stell dir vor, es wäre andersrum und hier würde ich mit dem Augsburg-Rucksack, dann würde ich auch sagen, verpiss dich, was ist mit dir? Ja, erstens das und zweitens, wenn du halt wirklich ernsthaft sagst von wegen, ey Leute, ich würde gerne bei dem anderen Verein spielen, den können wir da mal irgendwie reden, den mit so einer Auktion dann da irgendwie direkt eine vor den Latz zu knallen. Ob das jetzt so verhandlungstechnisch die geilste Aktion ist, würde ich jetzt auch nicht wissen. Jedenfalls ist, glaube ich, sein Bestreben auch relativ klar. Er würde gerne lieber für die Eintracht als für Augsburg spielen. Wir hätten ihn wahnsinnig gerne als Innenverteidiger. Wir haben eine gewisse Summe geboten. Augsburg will doch einen Ticken mehr. Und was man so der Presse oder dem Interview mit Bobic, was heute Morgen, glaube ich, online ging, entnehmen konnte, ist da jetzt aktuell so ein bisschen Funkstille zwischen den beiden Vereinen. Ja, es ist halt eine schwierige Situation. Es ist halt auch da wieder, es ist hinlänglich bekannt, dass wir für den Spieler routen. Wir würden ihn gerne haben. Würde natürlich auch sehr, sehr gut reinpassen. Also alles passt. Gut Geld für Jovic auch bekommen haben. Das ist auch dann, glaube ich, ein Punkt, wo sich Augsburg denkt, kommt jetzt, stellt euch mal nicht so an, ihr habt einen Jovic für ordentlich Kohle vertickert. Aber sorry, Mavi. Die sind halt auch nicht dumm. Und der Reuter ist halt auch nicht dumm. Und das muss man halt auch sagen. Der Reuter hat sich in den letzten Jahren als extrem guter Fachmann auch in diesen Manager-Positionen bewiesen. Ich hatte früher eigentlich gedacht, der Reuter ist so ein Typ, er ist von dieser 90er-Generation gut gespielt, aber na ja, intellektuell ist da wahrscheinlich nicht ganz so viel zu haben, zu holen. Aber im Endeffekt hat er sich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut. Augsburg hat er sehr auch straff organisiert. Und jetzt, ja, jetzt wollen wir uns natürlich die Hose ausziehen. Das wird ein längeres Ding. Ich kann mir vorstellen, dass das echt erst am 30. August oder so wirklich fix gemacht wird. Ich glaube, wir müssen uns da auf eine längere Dürrephase einstellen. Zum Glück sind wir jetzt in der Innenverteidigung nicht ganz ohne. Aber wenn wir daran jetzt anschließen, muss man natürlich auch sagen, die Eintracht-Fans haben da natürlich jetzt ein Riesending draus gemacht. Ich habe gestern, glaube ich, zum ersten Mal den Hashtag gelesen, FreeHinty. Und jetzt gibt es unglaublich viele Fans, die schon die Augsburger, also den FC Augsburg, schon rund machen wollen. Und zwar machen sie das nicht nur auf Instagram oder auf Twitter mit FreeHinty, denn sie schicken ihre, ganz oldschool, ihre Postkarten nach Augsburg. Ich bin mal gespannt, ob es ähnliche Bilder gibt, wie damals beim DFB, als auch noch hingeschickt wurde. Die Cornflakes-Box. Also da sind die Briefe ja, beziehungsweise die Postkarten um einiges handlicher. Aber auch da kann ich mir definitiv lustige Bilder vorstellen. Also die Fans machen da schon mobil mit dem FreeHinty. Ich glaube, lustigerweise habe ich das Hashtag zuerst bei Bastiki gesehen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob du der Uhrheber des Ganzen bist. Aber du bist auf jeden Fall einer der geistigen Brandstifter, mein Lieber. Immer mal ein bisschen negativer formuliert. Sollte schon immer mal geistiger Brandstifter sein. Eins kann ich jetzt von meiner Liste abhaken. Lifetime-Bucket-List, eins weniger, hervorragend. Ja gut, also ich habe zumindest nicht dazu aufgerufen, Postkarten zu verschicken. Diese Aktion, ja, ich habe da das Schlag auch zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann, also Postkarten-Aktionen kann ich natürlich mich gar nicht irgendwie meine Hände in Unschuld waschen, weil wir haben bei 93 auch mal dazu aufgerufen, Mitgliedsanträge an Red Bull Leipzig zu schicken. Wir hörten davon, ja. Dann haben wir aber nichts erwartet. Und ich finde die Aktion eigentlich sehr, sehr lustig. Ich fände die Situation, das Szenario, wenn, weiß ich nicht, irgendwie vor allem mal 2000 Postkarten in Augsburg ankommen, dann, ja, man kennt es ja, dann geht das so ein bisschen durch die Presse. Und ich habe es heute, glaube ich, schon bei der Hessenschau auch schon gelesen, so, Fans machen mobil. Den haben wir gemacht, den Beitrag. Oh Gott. Total überraschend. Oh Gott. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es den Trotz, den Augsburg uns sowieso gerade zeigt, ja, dass es den noch erhöht. Und zu sagen, ja, Leute, es ist alles ganz, ganz lustig, aber wir haben hier ein Business zu führen und nur weil das so eine romantische Geschichte ist, ja, verschenken wir den nicht. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ist dieses, also wenn du, der René hat gesagt, der Presse glauben darfst, dann reden wir davon, er hat da 10 Millionen geboten, die wollen 13. Das hört sich für mich jetzt nicht so an, als wenn man sich da niemals einigen könnte. Also da könntest du doch sagen, Leute, wir zahlen euch 11,5 plus, falls wir wieder in den Europa League kommen. Also so ein Modell sollte da auch drin sein. Ich fände es auch, ähnlich wie bei Trapp, sehr, sehr wichtig, weil du dann trotzdem eine Baustelle schließt mit jemandem, den sowieso jeder haben will. Das hat auch nochmal irgendwie, das ist ja sogar diese Liebe zwischen Hinti und den Eintracht-Fans ist ja fast schon übertrieben. Also das nimmt ja mittlerweile Ausmaße an, die sind ja gar nicht mehr gerechtfertigt. Es ist aber doch trotzdem, wenn man das einfach mal alle Rationalität ausblendet, eine schöne Geschichte, dass es überhaupt sowas noch gibt irgendwie, dass man das Gefühl hat, das hat halt jetzt einfach mal gepasst, wir wollen den haben, das ist ja auch ein geiler Kicker, das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein Kultspieler ist, wie, keine Ahnung, Thomas Zampach, der aber, weiß ich nicht, nicht überall der beste Kicker ist und sagt, oh, der ist cool, so. Sondern der war auch wichtig, der hat auch gezeigt, da hat sich, also erinnern wir uns an das Spiel in London, also das war unmenschlich, wie der da sich in die Schüsse geworfen hat und sich mit, weiß ich nicht, Iguinen gefressen hat. Also auf jeden Fall ein Spieler und ich fände es wichtig, weil du mit Trapp und Hinteregger wirklich für hinten zwei solide Bausteine hättest für trotzdem in der heutigen Zeit überschaubare Preise. Und ich hoffe sehr, ich hoffe auch nicht, dass Marvins Szenario es beweitet, dass das bis zum 30. August dauert, sondern ich hoffe, das passiert, ich hoffe eigentlich ehrlich gesagt jeden Tag auf die Meldung, dass da was passiert. Leute, dazu habe ich auch noch mal eine Frage. Wenn es tatsächlich der 3.8. werden soll, wie ist das denn mit der Nominierung für die Euroleague? Wann muss das denn gemacht sein? Sehr gute Frage. Weil da kannst du ja nichts mehr nachnominieren dann. Zumindest nicht während der Gruppenphase, das könntest du dann erst später. Das wäre dann schon wieder totaler Mist, auch in Bezug auf Trapp, was ja ihr vorhin auch schon gesagt habt. Also wenn sich das noch lange zieht, dann musst du ja wirklich überlegen, wie stellst du deinen Kader auf? Also auch da wäre es wichtig, dass da jetzt bald eine Entscheidung getroffen wird. Denn ich denke, du brauchst auch für die nicht so starken Gegner vielleicht, auch schon in der Quali wäre es schon geil, wenn du da Spieler hättest, die ein Niveau haben in der Abwehr und auch vielleicht im Endeffekt da entscheidend beitragen können, dass wir in ordentliche Runden weiterkommen. Das wird sonst, glaube ich, wirklich schwierig. Ich sehe es auch so. Ich hoffe, dass das beides so schnell wie möglich einfach gemacht wird. Kann natürlich aber auch, die Eintracht soll ja auch nicht sich dumm verhalten und sagen, okay, wir zahlen euch alles. Und wenn Bobic mit der Taktiererei jeweils noch eineinhalb Millionen rausholt, hast du auch drei Millionen gespart. Das ist immerhin auch irgendwie ein Gehalt von einem guten Spieler. Also man darf es nicht, wir dürfen jetzt auch nicht denken, dass wir die Jovic-Millionen haben und sagen, ist doch egal, ob wir zehn oder 13 zahlen, ist doch egal, ob wir neun oder 14 zahlen. Nee, also wir sind immer noch Eintracht Frankfurt und für die Eintracht sind auch, wenn du irgendwie vier Millionen sparst bei zwei Transfers, ist es auch viel. Von daher bin ich gespannt. Ich habe aber, und das macht mir fast sogar ein bisschen Angst, noch nie so ein Vertrauen gehabt in eine Transferphase wie diesen Sommer. Also so zu denken, obwohl ich, wir werden gleich dazu kommen, auch Transfers dabei habe, die ich nicht ganz verstehe. Du warst jetzt bei den Verpflichtungen. Bei den Zugängen, ja. Da kommen wir gleich zu. Ich versuche gerade nochmal rauszukriegen, was an Terminen, 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 da drin ist. Also die Auslosung der Gruppenphase ist am 30. August. Der erste Spieltag ist am 19. September. Hier steht leider nichts dabei, wann der Kader dafür nominiert werden muss. War nicht jetzt in der letzten Saison, war glaube ich auch die Auslosung am 30. August. Und die Pressemitteilung der Eintracht, dass sie den Kader nominiert hätten, war vier oder fünf Tage danach. Also relativ knapp. Aber ist nicht, die Transferphase endet doch dieses Jahr bei uns auch gar nicht am 30. August. Ist die nicht verlängert worden? Na gut, 2.9. 2.9. Irgendwie ein Wochenende. Genau. Das war doch irgendwie die Geschichte. Also es könnte in der Tat gerade so aufgehen. Schauen wir mal. Könnte. Aber gut, das werden die Eintracht-Verantwortlichen hoffentlich besser auf dem Schirm. Ja, also im Zweifelsfall, wenn du dich nicht einigst, dann haust du halt irgendwie drei Tage früher dann die drei Millionen dann halt mehr daraus. Also wenn ich jetzt mal ins Blaue tippen müsste, ich glaube, wir holen beide, es geht jetzt nur noch ums Geld. Ist jetzt nicht das unwahrscheinlichste aller Szenarien. Definitiv. Und bei Rode sehe ich es entspannt. Ja, bei Rode. Wobei ich den auch gerne haben würde. Ich würde ihn auch gerne haben. Aber da ist es halt wirklich der Faktor, ich meine, der ist jetzt erstmal in der Reha und die ganze Geschichte. Der wird sowieso die Vorbereitung nicht mitmachen und auch die ersten Spiele nicht. Ob du das jetzt klar machst oder am 2.9. morgens um 10. Das ist halt auch noch Schnuppe an der Stelle. Ich glaube auch, dass das so auf der Liste bei der Eintracht steht von der Priorität her. Okay, da gucken wir erstmal wie Dortmund, was die machen. Ja, beziehungsweise halt auch erstmal nicht nur gucken, was Dortmund macht, sondern auch gucken, was jetzt irgendwie, die werden ja auch mit dem Spieler in Kontakt stehen, was jetzt von den Ärzten und Physiös und so weiter in dieser Reha gesagt wird. Ja, ich glaube, das ist ja dann auch noch so ein Thema. Positivere Signal, als wir das alle dachten zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, der könnte schneller zurückkommen, als man... Obwohl Rode uns halt wirklich auch nur hilft, wenn er richtig fit ist, ne? Das ist... Ja, wobei, das haben wir im letzten Jahr auch gesagt und dann gab es eben Spiele, wo er sich irgendwie mit nur einem halben Bein und einem Viertelarm dann trotzdem da irgendwie in der zweiten Halbzeit durchgekämpft hat. Ja, also ich finde, ich finde schon, dass er sich Vertrauensvorschuss, einen Vertrauensvorschuss verdient hat. Ja, das definitiv. Zu sagen, wenn wir ihn verpflichten, dass man sagt, okay, du kommst, wir geben dir einen Dreijahresvertrag oder so, wir denken, okay, in der Hinrunde kannst du dich noch rantasten, aber ab der nächsten Rückrunde dann hättest du ihn für zweieinhalb Jahre immer vorausgesetzt, er bleibt gesund. Aber das ist schon ein Spieler, du hast es ja gesehen, als er nicht mehr da war, hat er uns gefehlt. Ja, das muss man schon so sehen. Also ich würde jetzt gar nicht denken, okay, ach Rode, sehen wir entspannt. Der Spieler Rode an sich wäre schon wichtig. Natürlich ist die Situation entspannter als bei den anderen beiden. Trotzdem würde ich da, ja, ich würde den auch holen. Ich würde wirklich, weil ich dann denken würde, okay, wir können ja gleich mal anfangen über das Gesamtpaket-Transfers zu sprechen. Ich finde, wenn wir die drei holen und dann holst du noch einen, ja, wahrscheinlich musst du einen Rebic-Ersatz holen, dann ist für mich fast die Kaderplanung schon abgeschlossen. Also das ist ja dann auch nicht schlecht zu so einem frühen Zeitpunkt. Genau. Rebic habe ich hier noch auf der Liste, der ja immer mal wieder gerüchtetechnisch irgendwie aufgetaucht hat. Ich glaube, der letzte war Atletico. Ja, Atletico oder Inter. Ich halte mittlerweile Inter für realistischer aus irgendeinem Grund oder irgendeinem Gefühl. Ich glaube, Atletico, ja, aber sowohl als auch. Also ich kann mir wirklich auch gut vorstellen, dass Rebic noch geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass seine Motivation auch aktuell nicht die allergrößte ist bei der Eintracht. Im Gegensatz zu Allaire, bei dem ich das Gefühl habe, dass der wirklich auch bleiben will. Würde auch die Interviews, die er jetzt auch gestern zum Beispiel der hessenschau und auch anderen gegeben hat, wo er mit Joshua auch gesprochen hat, auch darüber, wer den Witz, den er bei Instagram gemacht hat, hier von wegen, dass er geht und so. Ich glaube, solche Aussagen passieren nicht, wenn Vice Versa feststehen würde, dass er geht. Ich kann mir vorstellen, dass es kann noch ein richtig krasses Angebot für Allaire kommen. Das kann immer passieren am 30. am 8. oder so mit 50 Millionen, 60 Millionen, wo die Eintracht dann schon ins Grübeln kommt. Das kann passieren, das kannst du dann auch für argumentieren, aber für so eine normale Ablösung, dazu würde ich, auch wenn ich es absurd anhört, aber so eine normale Ablösen bis 30, 40 Millionen glaube ich, wird die Eintracht, oder bis 30 Millionen zumindest, wird die Eintracht nicht schwach werden mit Allaire, so einen absoluten Cornerstone zu verkaufen und ich glaube eher in dieser Saison zumindest auch nicht. Ja, kann mir aber eh vorstellen, dass Rehwitz statt ist. Ja, aber ganz ehrlich, du kannst auch, selbst wenn die am 30. 8. mit irgendwie 75 Millionen Ablöser um die Ecke kommen, ja, ist das gutes Geld, aber zu dem Zeitpunkt ist deine Kaderplanung ja durch. Also da dann im Verkauf ernsthaft, also würde ich nicht tun. Also bei so Summen, bei so Summen, ja, das denke ich auch. Eher sehe ich das Problem bei Rehwitz ja auch, da ist doch dieses Konsortium wieder mit der, wer auch immer noch da Geld bekommt, da sehen wir halt leider am Ende gar nicht so viel, selbst ich glaube, irgendeiner hatte erzählt gehabt, wenn du 40 Millionen bekommst, bleiben am Ende wahrscheinlich 20 oder sogar ein bisschen weniger. Das ist natürlich dann schon einige dabei, die da noch irgendwas an Geld bekommen. das ist, das ist finde ich auch schwierig. Klar, ihr habt recht, Rehwitz gerade am Ende der Saison war so ein bisschen nicht mehr so motiviert und dann hilft er uns da auch nicht wirklich. Er muss fit sein, er muss Bock haben und er muss irgendwie in die Spur gebracht werden. Andererseits 20 Millionen, die dann für einen Spieler von dem Niveau, wenn Rehwitz wirklich fit ist, das kommst du natürlich dann auch wieder nicht. Also wirst du auf jeden Fall da eine klaffende Lücke auch an der Stelle wieder haben. Und Haller, habt ihr ja schon angesprochen, das wäre für mich auch ein Super-GAU, weil er einfach dem Spiel, und da haben wir ja in der letzten Saison oft genug drüber gespielt, so wichtig für uns ist und dem Spiel so gut tut von uns und so eine Schlüsselstelle einnehmen kann, dass wir da denke ich wirklich von Transfersomen sprechen müssen. Alles 50 plus, wenn wir wahrscheinlich dann nochmal überlegen müssen, ob nicht doch im Endeffekt da ein Wechsel sinnvoll ist. Alles andere würde ich aber auch sagen, das Jahr müssen wir nochmal mit dem auf jeden Fall spielen. Das würde ich auch mit ihm so kommunizieren. Genau so. Marvin hat ja recht, es können natürlich jetzt gegen Ende nochmal Transferangebote kommen und am meisten Angst habe ich da vor Manchester United ehrlich gesagt, weil das ein Verein ist ähnlich wie Bayern, die plötzlich nicht mehr die Spieler aus den ersten Regalen kriegen und dann irgendwie mit Geld um sich werfen müssen, dass überhaupt jemand zu ihnen kommt, weil die nicht mal Champions League spielen. Also das ist so ein Verein, der hat Geld, der braucht einen Mittelstürmer, ich glaube Lukaku will auch weg und das würde zu gut passen und wenn die halt kommen und sagen, ey wir bieten euch 65 Millionen Euro, dann müssen wir halt überlegen, dann können wir nur hoffen, dass das bald passiert, dass wir noch Zeit haben, einen Ersatz zu finden. Auch wenn sich glaube ich mit das Wort Ersatz bei Haller dann gar nicht passt, weil ich glaube, dann wird es halt komplett umgestellt. Ja, ja, dann machst du nochmal einen kompletten Dreh. Du holst dann wahrscheinlich für Haller zwei Stürmer, normale Stürmer in Anführungszeichen und hast dann einfach eine Doppelspitze mit Paciencia plus Mr. X. Dann verändert sich glaube ich die Statik von unserem Spiel auch einfach zu sagen, okay Haller ist nicht mehr da, Haller ist nämlich auch kein Stürmer, den du einfach aus dem Regal holen kannst von seiner Spielweise, weil er da schon sehr speziell ist. Ich würde ihn aber gerne halten. Also wie seht ihr das? Haller halten, ja oder nein? Ja, ich bin es unbedingt. Bei Rebic bin ich gespannt, was ihr sagt, weil da gehen die Meinungen auch jetzt so in meinem Umfeld auseinander. Es gibt viele, die sagen, Rebic hat A schon mit Eintracht abgeschlossen und muss sich gegen Ende der Saison auch im Team nicht unbedingt beliebt gemacht haben, sodass die Verantwortlichen glaube ich froh sind, selbst wenn sie dann eben nur jenen angesprochenen 20 Millionen für ihn kriegen, weil man darf nicht vergessen, nur in Anführungszeichen, kannst du trotzdem vielleicht fast Trapp und Hinterhergern davon bezahlen. Ja, also das ist natürlich ein Argument, dass du sagst, du kannst fast beide Leute damit bezahlen, damit bin ich dann auch einigermaßen cool. Ich finde aber, also ich kenne Rebic nicht persönlich so. Also ich kann es schwer einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie er drauf ist. Natürlich, ey, dass der vielleicht keinen Bock hat zu trainieren, weil halt für die meisten Fußballspieler Training halt generell eher scheiße ist, ja, dann kann ich da auch jetzt, sollte man jetzt auch nicht irgendwie sagen, oh, guck mal, der guckt da mal so traurig oder so, ja. Also ich glaube, da sollte man mit Überinterpretation echt vorsichtig sein. Das ganz Wichtige ist halt, kann Hütte den Schlüssel für Rebic finden erneut? Und das muss er selber sehen. Und wenn er merkt, er kriegt diese Motivationskette nicht mehr auf den Rebic-Zug, ja, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und dann muss ich sagen, ich will ihn lieber gehen lassen. Das werden die ja im persönlichen Gespräch auch irgendwie festlegen. Das werden die ja merken. Und wenn er merkt, ah, der Rebic will weg und der hat da was gehört, der hat sich was ins Ohr pflanzen lassen von irgendeinem Manager oder sowas, dann muss man diesen Weg auch gehen. Und dann ist das für mich das Beste, weil ich glaube, Rebic fällt und steht mit seiner Motivation noch mehr als andere Spieler. Das haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder gemerkt. Und das war ja auch so die Kovac-Sache. Und wenn es dann ein Angebot gibt, dann muss er aber ein Angebot geben. Und wenn es kein Angebot gibt, dann muss er halt auch weiter erkennen das Jahr noch. Und so früh wie möglich muss er dann verkauft werden, weil ich denke schon, dass das auch eine Systemfrage dann ist. Wie spielst du? Hast du auf der Position Rebic, da haben wir ja immer drüber gesprochen, ist eigentlich unser erster Verteidiger vorne, der immer aggressiv schön angelaufen hat? So ein System wird natürlich schwierig und dann auch musst du schauen, findest du überhaupt jemanden, der diese Lücke füllen kann? Oder bist du dann eher gezwungen, im defensiven oder im offensiven Mittelfeld ein bisschen breiter aufzustellen, anstatt eben Einzelspieler da rauszunehmen, die im Endeffekt diese Laufarbeit nach vorne machen? Das ist, finde ich, dann schon wieder was, wo auch ein Hütter sich durchsetzen muss. Muss sagen, entweder er geht jetzt, ich merke, ich komme nicht mehr mit ihm zurecht, ich kann ihn nicht mehr motivieren, dann muss er weg, dann muss aber geguckt werden, finden wir so auf die Schnelle jemanden, der das ersetzen kann? Oder auch, das ist wirklich was, wo ich ein Hütter hoffe, dass er es im Griff hat, da dann auch das passende System zu finden für die Spieler, die er zur Auswahl hat. Und die müssen so früh wie möglich feststehen. Ich finde ganz radikal und würde aktuell sogar sagen, dass ein Konzept, unabhängig von Rebic, gerade implementiert wird. Ich glaube nicht, dass du sagst, oder ich hoffe nicht, dass du sagst, okay, wir bauen um Rebic unser Konzept auf, sondern wenn er dabei ist, ist es gut, ansonsten fahren wir was anderes. Über die Systemfrage wollen wir ja eh gleich nochmal sprechen, aber ich würde das eher so machen. Rebic ist ja auch ein Baustein, der einigermaßen flexibel ist. Also das ist ein Puzzleteil, das passt ja in zwei Puzzle rein. Also du kannst ja mit Rebic sowohl das spielen, was Dennis eben gesagt hat, dass er vorne mit rumhüpft, aber du kannst natürlich auch Rebic einfach als Spuren links oder rechts außen haben. Also wenn wir jetzt gleich über die Systeme reden, können wir mal die verschiedenen Szenarien durchgehen. Ich würde jetzt nur dann, bevor wir dazu kommen, bin ich sehr, sehr gespannt jetzt, was ihr zu den nächsten zwei Personalien sagt, beziehungsweise nächsten drei. Fangen wir mal mit So an. Absoluter Transfer, habe ich absolut gefeiert. Ja, definitiv. Sehr cool. Genau, kam von den Young Boys Bern für rund zwölf Millionen, hat einen Vertrag bis 2024, echt lang. Geil, ja, ja. Also nur zehn Prozent Weiterverkaufsding, das ist ja heutzutage fast schon geil. Ja, das glaube ich, das gehört schon fast wirklich zum guten Ton, dass das in den Dingern drin steht. Also ich fand den Transfer, er kam für mich sehr überraschend, aber ich fand den extrem gut und finde ihn auch nach wie vor noch extrem gut. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler im Mittelfeld. Die zwölf Millionen finde ich absolut okay. Die Vertragslaufzeit ist super. Hütter kennt den. Was sagst du? Neun Millionen bezahlt. Neun Millionen bezahlt. Ja, bis zu, wenn da noch irgendwie, hier, sag schon, Prämienzahlungen und so weiter draufkommen. Also fand ich extrem, einen extrem guten Transfer. Hab ich mega gefeiert. Gibral, so. So, you get the power to know. Super. Dazu später mehr. Und führte direkt zu tonnenweise Wortspielen auf Twitter, die Basti wieder in den Wahnsinn getrieben haben. Das war noch so ein kleiner Bonus-Effekt. So auf den Sack. Was sollte ich sagen? Ich finde ihn extrem wichtig, weil er ist, glaube ich, dieser Spieler, der wirklich und der auch den Hinweis geben kann, dass sich das System verändert, weil er ist genau dieser Hütter- defensive Mittelfeldspieler. Er ist so ein Box-to-Box-Player. Ja. Und mit So können wir auch, glaube ich, kurz Grujic nochmal besprechen. Ich glaube, die Eintracht war wirklich unfassbar heiß an Grujic dran. Die haben, glaube ich, Liverpool 25 Millionen Euro geboten. und Liverpool hat gesagt, nee, wir wollen den nächstes Jahr selber haben und wir haben hier in Berlin. Das ist schon verrückt, denke ich. Das ist schade. Ich hätte Grujic sehr, sehr gerne gesehen, aber gut, hätte, hätte, wäre, wenn. So ist jetzt da, ist auch ein geiler Kick, aber ich finde, dass das für mich der Hinweis ist, zu sagen, okay, die Reise geht eventuell wirklich ins 4-4-2. Das deutet sich damit oder deutete sich damit so ein bisschen so an, ja. Beziehungsweise die Flexibilität wird gesteigert. Ich fand diesen Transfer sehr, sehr smart. Hat mir auch sehr gut gefallen. Geile Nummer, JBL So hat jetzt nochmal ein bisschen dazugelernt bei den Young Boys, nachdem es ja in Gladbach zuvor nicht so funktioniert hat. Ich glaube, es hat ihm gut getan. Young Boys Transfer, sowieso auch eine ganz coole Nummer. Da hat bestimmt auch Hütter dem einen oder anderen da noch gut zugeredet. Ich bin da sehr optimistisch und glaube, dass das auf jeden Fall uns gut tun kann. Also insofern, Klasse Transfer auf die neue Region. Was? Der ist auch, glaube ich, erst Anfang 20 oder so. Ja, ja. Der ist mit 22 noch ein junger Dachs. Ach, super. Weiter? Du hattest zwei angebildet. Erik Durm. Ja. Von Hattersfield war er, glaube ich, ablösefrei. Er müsste ablösefrei gewesen sein. Ja. Aber finde ich, eine schwierige Personalie an sich. Ein super, super Spieler eigentlich. Wenn erstens die Verletzungsanfälligkeit nicht wäre, das finde ich, also es ist auch jemand, mit dem kannst du, finde ich, nicht verlässlich eine Saison planen. Muss mal schauen, inwieweit sich das jetzt mal zeigt, ob er da ja, entsprechend uns wirklich längere Zeit am Stück auch weiterhelfen kann. Denn es ist auch wieder ein typischer Spieler. Wenn er fit ist, ist er richtig gut, meiner Meinung nach. Wenn er nicht fit ist, dann kannst du eigentlich nicht wirklich was mit ihm anfangen. Ich bin mir unsicher, weil ablösefrei, ich weiß immer unbekannt, wie viel Handgeld ist geflossen, wie viel Gehalt hat er bekommen, weil das war ja damals wohl so eine Riesennummer bei dem ersten Transfer, als er von Dortmund nach England wechseln sollte. Ist ja gescheitert, weil er so unverschämte Gehaltsforderungen hatte. Also entweder ist er davon jetzt massiv abgerückt oder wir haben mit einen der neuen Top-Verdiener in der Mannschaft und das ist dann schon für einen Spieler, der wirklich leider so ein bisschen die Seuche am, ja ich glaube, er hat es immer mal mit den Knien oder sowas, wenn ich es richtig gelesen hatte. Also ist schwierig, finde ich, da zu sagen, das ist ein Top-Transfer. Wenn er hält und wenn er dings ist, ähnlich finde ich wie ein Rode, der auch, wenn er fit ist und wenn er dings ist, dann hilft er uns extrem weiter. Kann natürlich sein, dass er auch da ein paar Spiele oder nach der Saison dann schon wieder ein bisschen Pause ist. Muss mal gucken. Wie seht ihr das denn? Ich finde es insofern einfach mega unproblematisch, weil er erstmal ablösefrei ist. Ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es eine sausmarte Lösung und dafür feiere ich auch ehrlich gesagt, dass man ja einigermaßen, dass sie jetzt jemanden holen, der ein ehemaliger Nationalspieler ist, der ihn als ablösefrei natürlich wieder Handgeld gekostet hat. Aber der hat, nochmal zu der Verletzungssage, natürlich 17, 18 war für ihn ein geschenktes Jahr, hat überhaupt nicht funktioniert beim BVB. Deswegen ist er dann ja auch nach England gegangen. Aber in England in der Premier League hat er 28 Spiele gemacht. Er war eigentlich die ganze Zeit fit und hat keine großartigen Pläsuren gehabt. Das heißt, er ist vielleicht ein bisschen stabiler jetzt geworden. Und insofern, ja, verstehe ich mit der Verletzungsanfälligkeit, hat aber, wie gesagt, in Huddersfield die meisten Spiele seit ein paar Jahren gemacht eigentlich. das ist eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Ich finde, man muss ja, oder ich denke, man darf sowieso nicht darüber, oder anders, man sollte ihn sowieso ja nicht als klare Nummer 1 sehen. Also für mich ist Erik Dürm halt, ja, der Backup von Kostic. Edel, Edel Backup. Mega geile Nummer. Ja. Ja, das ist die Frage. Also ich, ja, gut, wir diskutieren nachher nochmal, über das ist, da werden wir dazu kommen. Ich muss sagen, der Transfer und bei mir schlagen da zwei Herzen in der Brust. Ich muss sagen, also, es ging ja die Gerüchte rum, dass wir den spanischen U21-Linksverteidiger Pedrassa, glaube ich, holen wollten und auch angeblich bereit waren, irgendwie so fast 10, 15 Millionen für den auszugeben, der auch echt Bock auf die Eintracht hat und der sehr, sehr überrascht war, dass die Eintracht dann es doch nicht gemacht hat. Woher weist du das? Das hat er geäußert, dass er selber gesagt hat, O'Shea ist sehr, sehr verwundert, dass es jetzt doch nicht geklappt und die Eintracht lieber Dürm geholt hat. Also scheinbar hat er zwischen den beiden Spielern entschieden. Ist natürlich smarter zu sagen, so einen zu holen, der ist nicht ganz so jung, aber der kostet auch keine 15 Millionen, da haben wir das Geld an anderer Stelle. Und ich kann diesen Transfer erst bewerten, wenn ich weiß, was für ein System wir spielen, weil wenn wir 4-4-2 spielen und Kostic rückt nach vorne und Dürm ist der Linksverteidiger Nummer 1, bin ich nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Wenn es so ist, wie Marvin sagt, Backup für Kostic, gehe ich komplett durch. Ich wäre mega, ja. Und im Endeffekt muss man sich auch ein bisschen bremsen in der Bewertung, zu sagen, okay, wenn wir mittlerweile so einen Transfer tätigen können und wir alle sehen es so, ja, Marvin sagt, selbstverständlich, das ist einer für die Breite, das wäre vor ein paar Jahren noch der absolute Baba-Transfer gewesen. Boah, krass, der kommt und wow und was weiß ich was. Und dafür, das zeigt die Entwicklung von Eintracht, ich bin trotzdem in der aktuellen Situation sehr, sehr gespannt, wie die Planspiele mit ihm sind und das steht und fällt alles mit dem System, finde ich. Also ich, wenn er der Linksverteidiger Nummer 1 ist. Ja, aber damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich gehe ehrlich gesagt wirklich nicht davon aus, dass er irgendwie aus irgendeinem Grund der Linksverteidiger Nummer 1 ist. Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, wenn, dann würde ich das vielleicht auch anders sehen, aber ich bin einfach optimistisch und sage, dass das nicht der Fall ist. Ich hätte auch für den Linksverteidiger 22 Millionen oder so, keine Ahnung, das ist der aktuelle Marktwert von Petrassa oder wie auch immer. Also trotzdem fände ich auch schwierig gefunden. Weiß nicht. Für mich war das jetzt zum ersten Mal, dass ich das höre, dass der da irgendwie so, dass die Eintracht da so nah dran war. Finde ich eine geile Sache, dass man auch in diesen Kategorien überhaupt nachdenkt und guckt. Ja, aber ja im Zweifel halte ich für dumm. Ja, das muss ja auch nicht der letzte Linksverteidiger-Transfer gewesen sein. Ja, vielleicht geben wir auch diese Saison noch zwei ab und dann, wenn, ja, also wer weiß, ich meine, wenn es wirklich so ist, dass die Durmposition jetzt diejenige ist, die neu besetzt wird, weil Kostet wirklich nach vorne rückt, würde ich ja noch nicht mal ausschließen, dass das die letzte Linksverteidiger-Position ist, auf der wir uns verstärkt haben. Also kann man durchaus vorstellen, wenn vielleicht mit mit Tavata noch irgendwie einer wechselt und vielleicht kriegen wir Willems noch irgendwie an den Mann, an die Frau, dass wir dann halt, dass wir halt da nochmal nachholen. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, da ist noch extrem viel im Wechsel. Ja, das ist, wie gesagt, im Endeffekt macht er uns nicht unflexibler, sagen wir es mal so. Und Marc hat es gesagt, der Hauptargument ist, der ist ablösefrei, da kann nicht viel passieren. Und auch, es ist auch ein guter Typ, glaube ich. Also es ist jetzt kein, wo du denkst, oh, das ist jetzt aber ein Experiment, klappt das oder nicht, so kostet mäßig, sondern du denkst, selbst wenn der jetzt nicht alle Spiele macht, wird der nicht anfangen, das Stadion anzuzünden. Also, alles in allem finde ich den Transfer auch okay. Aber jetzt kommt noch, jetzt kommt noch jemand anders, der wahrscheinlich ein bisschen kontroverser gesehen wird, oder? Da bin ich jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, weil wir haben auch schon im Freundeskreis sehr, sehr kontroverse Diskussionen gehabt. Liebe Grüße an, erneut an Herrn Loßner. Dominik Kor, 9 Millionen, ich sage jetzt sofort meine Meinung, ich finde es viel zu viel. Ja, ist echt krass. Kondi auch. Sorry, tut mir leid. Vielleicht hört er ja zu. Liebe Grüße an Hardcore Dominik Kor. Ist für mich auch viel zu viel. Also, unfassbar. Also, ja, ich weiß, moderne Transfersum, bla, bla, bla. Ey, 8,5 oder 9 Millionen für einen relativ grobkörnigen Fußballer zu bezahlen, der eher fürs Holzen, also für das richtig schöne Fußballspielen da ist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also, vielleicht überrascht, oder, ja, es kann gut sein, dass die Eintracht mich überrascht mit einem Konzept, was sie sich da ausbaldrohwert haben, dass er jetzt plötzlich der feine Federfuß wird. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen und dafür ist es mir zu viel Geld. Tut mir leid. Weiß nicht. Da hätte ich dann gesagt, okay, ich will auch, ich meine, es ist ja auch defensives Mittelfeld, ne? Der wird als zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt. Ja, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Finde ich, finde ich viel zu viel. Da hätte es andere für das Niveau gegeben. Auch wenn ich natürlich weiß, okay, ist das natürlich ein deutscher Spieler, der einen Nationalmannschaftshintergrund hat, zumindest in den U-Bahn. Ja gut, aber das allein kann ja nicht sein, dass du nachher, ich weiß nicht, was der Marktwert war, der da war, aber höher als vier, fünf Millionen wird der nicht gewesen sein, da fast 50 Prozent mehr bezahlst. Also, Endeffekt 100 Prozent ja drauf. Ne, 100 Prozent, Entschuldigung. Es ist wirklich verrückt, dass du, Marvin, ich habe zumindest von einigen schon gehört gehabt, er soll auch recht spielen können, als rechter Verteidiger. Das ist natürlich dann wieder eine Position, klar, wir haben ja die letzte Saison gesehen, auch mit der Costa und so weiter, irgendwann brauchen wir da auch nochmal Entlastung. Er scheint ein bisschen individuell auch mehrfach einsetzbar zu sein. Andererseits, ihr habt es schon gesagt, also die Ablöse hat mich wirklich ein bisschen erschrocken, gerade wenn du es dann halt im Vergleich siehst zu So oder, ich weiß gar nicht, ob man das dann natürlich im Vergleich sehen kann, aber auch vom Alter her, auch ein Chor hat jetzt schon 25 Jahre drauf, ist jetzt auch klar, kannst du den dann nochmal sicherlich in seiner Karriere verkaufen. Wir haben, glaube ich, auch bei ihm so einen langen Vertrag bis 24 gemacht. Trotzdem finde ich es schwierig. Irgendwie, das ist wirklich eine Summe, die ich mir auf Anhieb nicht erklären konnte. Also 5 Millionen, denke ich, wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Ausreichend, aber gut. So ist es. Brauchst du den Spieler für die Rechtsverteidigerposition? Ich glaube, das können wir fast ausblenden. Das wird nicht so kommen. Der spielt eher sogar nochmal Innenverteidiger, als dass er auch Rechtsverteidiger ist. Ich würde gerade sagen, also du hast ja noch einen Touré, du hast noch einen Schändler. Also werde ich jetzt echt nicht gewusst. Also ich muss auch sagen, ich verstehe es auch, ich habe es auch nicht verstanden, aber es gibt auch viele, die es verstehen und da lasse ich mich gerne überzeugen. Ich bin der Letzte, der gibt keinen Bock, dass er nicht einschlägt. Was ist denn deren Argument dann dafür? Die sagen, dass das auch, also er sieht sich, er hat das glaube ich selber im Interview gesagt, er sieht sich selber als Achter. Aber wenn man wirklich sich auch in Leverkusen ein bisschen umhört, dann kann man ihm charakterlich und vom Einsatz her gar keinen Vorwurf machen. Also es ist einer, der wirft sich überall rein und der kämpft und den kannst, aber ich weiß nicht und da landen wir wieder bei der Systemfrage. Wenn wir nur mit zwei defensiven Mittelfeldspielern spielen sollten, sagen wir mal So und Core, dann ist mir das fast schon zu wenig Spielklasse im Zentrum zusammen, weil dann hast du halt nur So da, der alles irgendwie steuern muss, weil mit Core, ich weiß nicht, ob man den als, wie soll man sagen, als Taktgeber bezeichnen kann. Also das ist einer, der stopft Löcher. Ist dann eher so ein Fernandes, ja. Genau, also genau mit dem Spieler habe ich ihn auch verglichen. Du hast halt Fernandes drin, der kämpft immer, aber wir haben auch gesehen, der stößt halt auch irgendwann an seine Grenzen. Und was man über Core so liest und was man auch selber so ein bisschen, man hat ihn ja auch so ein bisschen verfolgt, in Augsburg hat er so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht, ist dann nicht umsonst, nach Leverkusen natürlich. Aber es erfordert halt ein System, wo, ja, wo es, wo ich sag mal so, wo Rücken vorhanden sind, die er frei halten kann. Und da müssen halt erst mal ein paar Rücken her, so zu sagen, ey, ich sehe ihn eher so, keine Ahnung. In unserem alten System sehe ich ihn vielleicht so ein bisschen, ja, als einzigen Sechsern, hat halt zwei Achter vor sich und der bügelt alles aus. Aber ich sehe nicht, dass er irgendwie einen Steilpass auf Haller spielt oder so. Das hat mich gewundert, aber nochmal, diesen Sommer ist mein Vertrauen in die Verantwortlichen so hoch. Ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich mich über den Transfer, ja, wahrscheinlich gefreut, aber im Sinne, ja, vergleichbaren Spieler damals, hätte ich mich mehr geagentert als jetzt. Ich finde es nur bemerkenswert und ist so, ja, ich habe diese allgemeine Euphorie um den Transfer, habe ich nicht verstanden, aber scheinbar, wenn ich jetzt mit euch so ein bisschen rede, bin ich nicht alleine. Nee, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, ich teile das mit dir, aber was für mich zumindest sehr positiv einwirkt, ist die Tatsache, du hast ja eben schon gesagt, das ist ein anscheinend echt sympathischer Kerl. Menschlich scheint zu passen. Menschlich scheint zu passen, genau. Menschlich sehr, sehr gut in dieses Gesamtgefühl hier ein, ja, ja, eingliedert und ich denke, das ist auch schon mal nicht unwichtig, darf man gar nicht vernachlässigen. Mal gucken. Und mit mir ist es ja so, dass es ein Spieler ist, der von Leverkusen kommt, ist auch keine, ja, ist auch keine Kartoffelmannschaft im Grunde, und da er ja auch regelmäßig und auch viele Spiele gemacht hat. Also es ist dann halt auch so eine Sache, wo ich sage, okay, guck mal hier, schau an, also der hat doch ja auch regelmäßig auch dort gespielt, die letzte Saison vielleicht ein bisschen seltener, 18 Einsätze, aber er war da, war präsent und dann zu sagen, okay, naja, jetzt gehe ich zu Eintracht, ist auch ein Statement, kann man auch positiv sehen und das ist definitiv. Also es ist ein Spieler, ja klar, es ist ein Spieler von einer Kategorie, die hätten wir vielleicht vor ein paar Jahren nicht bekommen. Also es ist nur bemerkenswert zu sagen, okay, wir geben für ihn sehr, sehr viel Geld aus. Das ist halt so dieses Ding. Das ist so das einzige Fragezeichen, was ich dabei habe, ist halt wirklich die Ablöse. Ich finde ihn als Spielertyp, du brauchst ja auch solche Spielertypen trotzdem. Wir hatten die ja auch mit Rode und Fernandes, haben wir auch gesehen. Und Rode und Fernandes haben das ja sogar teilweise, obwohl sie beide nicht die allerbesten Kicker sind, teilweise gut gemacht. Und wir haben ja auch im letzten, in der Rückrunde kritisiert, dass wir nicht genug Leute im Zentrum haben. Und vielleicht hätte Core in der letzten Saison dafür gesorgt, dass wir uns vielleicht doch für die Champions League qualifizieren, weil wir eben mit Core statt Williams gespielt hätten. Ja, aber es ist trotzdem nicht so, dass es so, ja, also mich hat halt gewundert, dass da diese neun Millionen so locker saßen und man jetzt bei Trab und Hinteräger so rummacht. Also für mich wären die Prioritäten halt andere gewesen, aber gut. Wir dürfen jetzt auch nicht zu harsh damit umgehen, weil da wird ein Plan dahinter stecken. Und wenn es schief geht, können wir immer mal drauf schauen. Ich hoffe, ich wünsche Core natürlich alles Gute. Muss nur Stand heute einfach sagen, so ganz verstanden habe ich den Transfer. Nicht, aber gut. Muss ich auch nicht. Wir werden mit Sicherheit eine Spezialisierung belehrt, hoffe ich. Aber so ein bisschen Skepsis darf man auch mal haben. Man muss ja nicht alles immer total pseudomäßig abfeiern. Das ist korrekt. Weiter, weiter, weiter. Wen haben wir denn von der Liste noch nicht? Dann haben wir noch im Sturm. Das war, glaube ich, ja einer der ersten Verpflichtungen, die kamen kurz nach dem Jovic-Abgang. Dejan Joveljic für knapp 5 Millionen ist, glaube ich, auch eher so mehr Richtung Perspektiv-Nachwuchsspieler. Wobei jetzt in den Testspielen war er ja auch durchaus viel jetzt neben Haller da unterwegs. Ich glaube, so Perspektiv ist es jetzt gar nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der zumindest, weil das ja auch so ein bisschen seine Liga ist, dass der vielleicht gleich in den Europa-League-Spielen ein bisschen zum Einsatz kommt. Da weiß er bestimmt schon, wie man Nies oder Nies einigermaßen bespielt. Der war ja bei Roter Stern, also bei der Mannschaft, die über Nies in der Tabelle gelandet ist. Kann mir gut vorstellen, dass er weiß, wo er da Einzelochen hat. Ansonsten, klar, mit 19 bin ich gespannt. 4 Millionen finde ich eine Ansage, ohne dass ich das jetzt negativ finde, gar nicht. Ich finde es nur interessant und finde es cool, dass die Eintracht weiter auch in solche Leute investiert. Er ist auch ein U21-Spieler. Ich glaube, man kann nicht ganz so viel verkehrt machen. Ich finde es ganz geil. Es ist schon wieder so ein bisschen Wundertüte, finde ich aber gerade, was du sagst, Marvin, auch richtig. Genau das ist ja das, was uns die letzten Jahre ausgezeichnet hat. Im Endeffekt zu investieren, mal zwei, drei Jahre bei uns kicken zu lassen und eventuell dann auch wieder entweder macht er sich zum absoluten Liebling natürlich, weil er sehr, sehr einschlägt oder natürlich mit einem guten Gewinn zu verkaufen. Und beides wären doch Varianten, wo wir wirklich zufrieden sein können. Ich denke auch, dass er Potenzial hat. Ja, also da gehe ich mit. Ich glaube auch, klar will man Druck von dem Spieler nehmen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der, ja, dass er plötzlich auf dem siebten, achten Spieltag schon Stammspieler ist. Wer weiß das schon. Also alter Schitzvollleistung. Ja gut, ich meine klar, bei Indica hatten wir die Diskussion ja im letzten Jahr auch, wo er auch nicht gedacht hätte. Er ist dann auch ins kalte Wasser geschmissen worden. Und es hat ja auch super funktioniert. Und es ist ja auch nicht so, dass er unbedingt liefern muss. Also ich glaube, dass du ihn, nur weil er einen ähnlichen Namen hat, kannst du ihn trotzdem nicht sagen, du musst jetzt in die Fußstapel, vielleicht noch nicht jetzt, sondern du hast ja trotzdem noch Paciencia Haller und ich gehe auch noch davon aus, dass wir noch einen holen. Also von daher. Ich hoffe es, ja. Und wir haben Rebic vielleicht noch, wenn er bleibt. Also du hast ja dann, es ist ja nicht so, dass man sagen muss, okay, du musst jetzt quasi die Büffelherde kompletieren. Nö, also Paciencia ist auch ein Jahr weiter, verletzungsfrei. Wir haben übrigens im defensiven Mittelfeld auch noch Toro. Wir werden ja gleich noch, hoffentlich jetzt endlich zur Systematik kommen. und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also die Eintracht hat auf jeden Fall viele Optionen, glaube ich. Auf jeden Fall, aber bevor wir jetzt zur Systemfrage kommen, will ich trotzdem noch mal ganz kurz mal nachhaken. Wer geht denn für euch noch? Wer geht noch? Lange Liste fast schon. Also Tavata, Williams hast du schon angesprochen. Gehe ich fest von aus. Also wenn man einen Abnehmer findet, immer vorausgesetzt. Ja. Ist denn derer? Müsstest du aber auf den Positionen auch nochmal nachlegen, als Linksverteidiger. Kommt auch aufs Systematik. Ja, ja, das ist, ja, also so ganz ohne Linksverteidiger spielen kannst du jetzt nicht. Ja, hast du, wenn du Fünferkette spielst, hast du Durm und Kostic schon rechts aus. Ja, ja, wenn du, dann hast du aber halt auch wieder das eine System, weil danach wird es halt dann wieder schwierig. Wie seht ihr das, seht ihr das denn mit Nikolai Müller, dass er im Endeffekt da ist wahrscheinlich, hat er anscheinend keine Zukunft mehr. Finde ich eigentlich seltsam. Naja, was heißt seltsam? Es ist halt, es ist halt, ja, blöd gelaufen halt, hat jetzt keine schlechte Rückrunde gespielt mit Hannover, ist halt trotzdem abgestiegen. Aber wenn ich das Training jetzt so gerade sehe, ich meine, da gibt es schon, gibt es jetzt noch kleine Grüppchenbildung von Leuten, die man eher laufen lässt, weil man eher denkt, dass man mit denen nicht großartig weiter arbeitet. Da ist ein Willems dabei, da ist halt auch ein Nikolai Müller dabei und Stendera ist ebenso dabei. Ja, es ist ein bisschen hart immer, aber am Ende, was willst du denn machen? Es geht halt nicht anders. Es ist irgendwie schwierig, aber, ja, ich weiß nicht. Also, mir tut Nikolai Müller auch persönlich leid. Wir hatten auch in einer der Anfangsfolgen, als er zu einem Tag gekommen ist, haben wir gesagt, auch, das ist doch vielleicht ein ganz guter Transfer, hat auch die ersten Spiele gar nicht so schlecht gemacht. Das ist halt grundsätzlich echt kein schlechter Fußballer. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, warum sich Hannover jetzt nicht nochmal bemüht hat, mit dem in die Zweite Liga zu gehen. Ich finde, dass Goliath Müller, ja, wäre doch geil, der hat sich dann einigermaßen so richtig gefunden, ist selbst unter so einem irrlichtenden Schwachsinstrainer wie Thomas Doll einigermaßen klar gekommen. Ja, das ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt, mit dem in die Zweite Liga zu gehen, um zu sagen, okay, jetzt wollen wir wieder aufsteigen. Ich meine, wie viele Spiele hat Hannover gerade? Zehn oder so? Ja, keine Ahnung. Also, gefühlt auch ein absoluter Grauser mit irgendwie Zehn-Tor-Hütern und ansonsten ist keiner mehr da. Also, weiß nicht, finde ich alles ein bisschen schwierig. Wir hätten ja auch gerne tauschen können, Waldemar Anton, der Mensch mit dem langweiligsten Promo-Video für Instagram auf der Welt kommt zu uns. War das denn ernst gemeint, das Promo-Video, wo er einfach nur drei Minuten mit seinem komischen Gucci-T-Shirt da irgendwie fünfmal aus der Tür rennt? Das war doch sowas von fürchterlich. Furchtbar. Also, ich weiß nicht, was in diese Köpfe da vorgeht. Nix. Nee, das ist ja das Problem. Ich glaube, einfach nichts. Legende Leere. Aber, ja, wie gesagt, also, das hätte ich ganz cool gefunden auch für ihn. Hey, jetzt ist es halt schade, weil irgendwie, bei uns zieht er, da hast du vollkommen recht, denn es ist irgendwie kein Land mehr. Also, Vertrag endet ja auch im nächsten Jahr, also auch keine Laie mehr, ne, dementsprechend. 31 ist er auch schon, da wird wahrscheinlich wirklich nichts mehr gehen. Also, Basti hatte ja gefragt, wer auf der Abgangsliste steht, da wäre in der Tat auch Nikolai Müller bei mir einer der oben. Mark Stendera sehe ich auch. Und Wilhelms, auch Tavata hätte ich tatsächlich nicht auf meiner Liste. Okay. Ja, Tavata kostet wahrscheinlich nicht viel, oder? Aber ich meine, auch für ihn ist es jetzt nicht geil, er hat sie die ganze Zeit... Er will halt eher gehen. Also, ja, ich glaube nicht, dass du ihm gute Perspektiven aufzeigen kannst. Naja, es ist halt... Tavata spricht halt trotzdem für die Eintracht. Also, Tavata war auch ein Spieler, der mehr Spiele bei uns gemacht hat und Nikolai Müller wäre vor zwei Jahren auch ein Spieler gewesen, wo wir sagen, wäre geil. Die Eintracht hat sich halt, Müller hat echt Pech gehabt, dass die Eintracht sich schneller entwickelt hat als er. so zu sagen, okay, er ist ein Spieler für ein gewisses Niveau, Marvin hat es schon gesagt, wenn Hannover jetzt noch in der Bundesliga wäre, wäre er so ein typischer Spieler, der könnte nach Hannover gehen, der könnte auch in Mainz nochmal spielen. Die Eintracht hat sich halt, was das betrifft, so ein bisschen, ja, Stand heute kann natürlich auch alles wieder nach unten gehen, weiterentwickelt, dass er so ein bisschen den Anschluss verpasst hat und er ist natürlich, was willst du ihm vorwerfen, dass er nicht an Halea, Rebic und Jovic vorbeikommt? Also, kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. Nee, kann man eigentlich nicht. Hat so ein bisschen jetzt den Anschluss verpasst und Dennis hat gesagt, er ist halt auch schon zu alt und ist schade, ist trotzdem ein guter Typ, hat auch keinen Stress gemacht. Ich glaube auch nicht, dass es problematisch ist, wenn er jetzt hier noch irgendwie zwei, drei Wochen mittrainiert. Vielleicht ist er auch im Kader, wenn wir irgendwie die ersten zwei Runden Quali spielen, meine Güte, du kannst ja mit denen spielen und dann können sie danach immer noch wechseln. Aber mit dem plane ich eigentlich nicht. Ich glaube, Marvin hat es schon gut zusammengefasst, die Leute, die da jetzt im Training laufen gehen, das werden auch die sein, wo man Abnehmer sucht. Ob man dann welche findet, ist immer noch die andere Frage. Muss man halt sehen. Chava wird wahrscheinlich auch nichts mehr. Ja, das ist auch, gut, nicht mehr. Nicht viel Geld investiert, aber auch irgendwie, naja, hast du mal gedacht, probierst du, funktioniert dann nicht wirklich. Jetzt ist er auch schon 21. Der Break muss eigentlich kommen, sonst wird es mit dem Bundesliga-Fußball nichts mehr. Die Frage, die ich mir dann stelle, der Rest, naja, dann wie gesagt auch ein bisschen zu vernachlässigen. Eine Personalie, über die wir vielleicht noch mal ganz kurz reden können, du hast ja, ihr habt ja schon Stendere angesprochen, dem droht ein, ja, trauriges Schicksal, will ich fast meinen, dass selbst die letzten angedachten Transfers, das nicht irgendwie sich realisieren konnten, macht die ganze Sache ja aktuell überhaupt nicht besser. Ich glaube, Hamburg war da ja mal dran, das hätte ich ganz cool für ihn gefunden. Ich weiß nicht, der ist fucking erst 23 Jahre alt und findet keinen neuen Verein. Das ist doch, das ist doch scheiße, ey. Der ist doch, der ist doch wirklich nicht schlecht, aber der ist halt irgendwie, keine Ahnung, ey, mach doch mal was. Weißt du, es gibt so, wie so ein Meme, wo du irgendwie das anstupsen willst und dann mach mal, du wäg dich, mach irgendwas, was? Aber irgendwie, es tut einfach so weh. So wie einen, den du zwingen willst, komm, zieh mal zu Hause aus, das wird dir gut tun, auch wenn du am Anfang das Waschmittel selber zahlen musst, so. Bisschen kommen, boy, neue Stadt, Lenz, neue Leute kennen, vielleicht hilft dir das. So ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass du aus deiner Komfortzone raus musst, weil das ist trotzdem ein Kicker, der könnte in der unteren Bundesliga, obere Zweitliga, da könnte er trotzdem noch kicken, also wenn Sonny Kittel einen Verein findet, dann sollte er das auch. Eigentlich ja. Das denke ich halt auch und das ist es ja, also ich glaube ganz fest daran, dass Stendriger, wenn er irgendwie mal die Möglichkeit bekommt, halt auch neue Fuß zu fassen, sich neu zu justieren, halt auch nochmal Erfolge sammeln kann, vielleicht muss, ja keine Ahnung, vielleicht müssen wir keine Karten an FC Augsburg, an Augsburg schreiben, dass wir ja Hinteräger bekommen, sondern vielleicht sollten wir eher Karten an Freiburg schreiben, dass die vielleicht bitte Mark Stendriger abnehmen oder so, ja, weil ich kann mir echt vorstellen, dass ein Mark Stendriger in Freiburg, wenn der das Vertrauen bekommt, ähnlich performt, wie andere Spieler, von denen man gedacht hat, ach die spielen irgendwie noch Bundesliga, ach krass und jetzt liefern die sogar ab, das kann ich bei Stendriger, mir auch vorstellen, aber halt nicht mehr bei der Eintracht, das ist halt bitter. Aber vom Gerücht her war ja Hamburg dann, ja sozusagen ein Kandidat für einen Alsabnehmer. Dann haben sie Kittel geholt. Genau, genau, ja, also das ist eigentlich tot und auch wieder, hier ja auch wieder der, in Anführungszeichen, Mist, dass nächstes Jahr der Vertrag ausläuft, dementsprechend, Leihe und so weiter, haben sie irgendwie alles, haben sie teilweise ein bisschen verpasst. Ja, auf den Fall hast du verpasst, aber mir ist willigend gar nichts mehr für den Hamm, ein Jahr hier, Ablöse, das heißt, wir bekommen, ich will gar keine Ablöse, ich will eigentlich nur hier, weg damit. Ja, und dann schön, dass du da warst und jetzt viel Erfolg. Da geht es ja gar nicht mehr drum, glaube ich, aber andere Personalie, was machen wir mit dem Kammer da? Das sind jetzt interessante Personalie, zu sagen, also am Anfang sind wir alle davon ausgegangen, cool, der hat in Belgien performt und wir können eventuell in Belgien für, weiß ich nicht, ich habe es sogar schon gelesen, 5 Millionen oder so da verkaufen, weil er echt gut gespielt hat. Jetzt hat man aber gehört, dass Hütter von ihm positiv beeindruckt ist und ich war auch beim ersten Training, ich muss sagen, der kam schon mit einer anderen Statue hierher. Also letztes Jahr war er sehr, sehr schmächtig und du hast das Gefühl, oh Gott, das wird lange dauern, hat sich ja dann auch gezeigt, obwohl er irgendwie in den ersten Spielen sogar mal drin war. Der ist schon ein bisschen breiter geworden und so ein bisschen klarer auch im Blick, also es kann sogar sein, dass er jemand ist, der sich in der Vorbereitung zumindest die Position, ich will mal sagen, von Herr Gotar jetzt erspielt, zu sagen, Herr Gotar ist weg und er kriegt jetzt diesen Kaderplatz in Anführungszeichen, wo er immer wieder in den Kader rutscht, vielleicht sogar ab und zu spielt, je nach Verletzungspech. Vielleicht ist er jemand, der wirklich, weiß ich nicht, den wir als Stürmer einplanen können, das weiß ich nicht, da wird Hütter wahrscheinlich auch jetzt mal nochmal die Vorbereitung abwarten, aber kann ich mir vorstellen. Also zumindest das Statement des Vereins, des Ältesten, sage ich mal, ja, des Weisesten auf dem Platz, also Hasebe hat ihn ja sehr gelobt, hat gemeint, dass er extrem überrascht ist über die Entwicklung und das auch so er nicht erwartet hätte und auch wirklich, wie du auch schon gesagt hast, nochmal einen anderen, ja, eine andere Statur mitbekommen hat und auch Hütter hat das Gefühl, dass der Typ stabiler geworden ist und klingt jetzt nicht so, als würdest du ihn, ja, wegekeln, das ist auf gar keinen Fall, kann sein, dass er da immer nochmal Angebote eintrudeln, die Stats von der vergangenen Saison lesen sich extrem gut, vielleicht ist es eine Option, das Gute ist halt, da muss man sagen, das ist sowieso schön, er wäre ja aktuell halt nicht ganz allein auf sich gestellt, er hat mit Hasebe jemanden, das ist ein Landsmann, mit dem kann er die Sprache, hat also eine relativ leichte Eingewöhnung wieder, ey, vielleicht ist es der Spieler, von dem wir nicht gedacht haben, dass wir ihn brauchen. Ja, zumindest auch ein anderer Spielertyp, so Typ hängende Spitze Zehner mäßig, haben wir auch nicht. Da bin ich jetzt genau bei einem Spieler, was ist denn mit unserem Freund Garzinovic, der bekommt auf jeden Fall nächstes Jahr auch mal wieder eine Chance oder ist das auch wieder systemabhängig? Für mich ist das krass, systemabhängig, muss ich sagen. Also ich sehe bei ihm was, ich sehe bei ihm eine Chance auf, ich hätte für ihn eine neue Jobbeschreibung. Dann fang doch mal an, dann fang doch mal an. Haben wir jetzt alles abgefrühstückt. Ich glaube, an Transfers haben wir alles. Salazar müssen wir, können wir sagen, okay, die haben jetzt an Gino Lezzieri weitergegeben, nach Polen, dem sie vertrauen, zu sagen, okay, den können wir wahrscheinlich jetzt nicht beurteilen, wird vielleicht nächste Saison interessant. Ja. Vielleicht so als Fernandes-Nachfolger, zu sagen, da hast du echt einen Bullen oder zumindest einen Kämpfer, finde ich eigentlich immer ganz interessant, solche Spieler. Gut, aber die Systemfrage, da müssen wir echt jetzt mal anfangen. Die Sendung fängt eigentlich jetzt erst an, so lieber Herrmann. Nein, weil mit der Systemfrage steht und fällt für mich ziemlich viel, auch wenn Hütter das so ein bisschen runterspielen wollte, zu sagen, ja, eigentlich ist mir egal, was für ein System, hauptsache die Leute rennen oder wir spielen irgendwie vertikal, nee, aber ich finde zum Beispiel, machen wir, fangen mit der, Dennis hat es gesagt, die Personale Gacinovic, ist für mich ziemlich interessant zu sagen, eigentlich sehe ich ihn, ich sehe ihn eigentlich nicht mehr auf dem Platz, weil er diese Chancen, die wir ihm geben wollten, hat er schon zuhauf gehabt, er hat es einfach, zumindest in der Zentrale nicht drauf und für mich wäre die Lösung zu sagen, okay, wenn wir dieses flache 4-4-2 spielen, was Hütter eigentlich in Bern auch immer gespielt hat, was er auch am Anfang hier probiert hat zu spielen, als Hasebe nie im Kader war, was er dann ziemlich schnell abgebrochen hat, was er auch für Hütter spricht, aber sagen wir, er probiert es diesen Sommer nochmal, gehen wir mal von Szenario A aus, dann hast du ja mehreren Baus, dann würde ich nämlich denken, okay, dann hast du für die rechte Seite Gacinovic, dann würde ich ihn einfach als Flügelspieler sehen, wie er auch mal so ein bisschen gestartet ist, weil da sind die Aufgaben auch nicht so komplex, da muss er nicht auf eine Abwehr zulaufen und überlegen, welchen Pass spielt er, sondern ähnlich wie Kostic Arbeitsauftrag, rennen die Linie hoch und runter und kämpfen und das traue ich ihm zu, eine Flügelzange, Kostic, Gacinovic und ein Zentrum mit optimalerweise Toro und so, fände ich ein interessantes Mittelfeld, aber als zentralen Mittelfeldspieler, wenn wir Fünferkette spielen, wäre er für mich zumindest momentan auch aufgrund der neuen Konkurrenz nicht die erste Wahl. Und du meinst mit Konkurrenz Kamada? Ne, mit Konkurrenz meine ich ja alle die Mittelfeld um sich tummeln, So, Kor, Rode, Toro, also irgendwo da wird er ja dann spielen wollen oder ja, das ist halt auch immer die Frage, wie du da vorne die Leute sortierst, ob du dann sagst, okay, er spielt hinter den Spitzen, das sehe ich nicht, das hat er für mich nicht geleistet und er hat auch genug Chance. Für mich halt eben auch nicht, deswegen frag dich. Aber bleiben wir mal bei dem 4-4-2, wir sind jetzt bei Szenario A, Hütter will das durchbringen, weil da kommen wir nämlich auch dazu, dass dann ist plötzlich auch Erik Durm, der Linksverteidiger Nummer 1, weil Kostic nach vorne rutscht. Das ist wirklich, das Fragezeichen da drin. Und du hast Hasebe nicht drin, also dieses 4-4-2 hat echt viele interessante Aspekte, also du hast A, Hasebe nicht drin, du hast im Idealfall im Dika und Hinteregger beides Linksfüße in der Innenverteidigung, du hast gut mit der Costa und Durm hast du solide Außenverteidiger, das ist in Ordnung, finde ich, dann hast du mit So und Toro meiner Meinung nach echt ein interessantes Zentrum, mit Gacinovic und Kostic hast du echt interessante Außen und mit Haller plus Mr. X hast du auch einen geilen Sturm, also das wäre auf den ersten Blick klar was Neues und wenn man sich von Hasebe so ein bisschen lösen kann, weil er auch nicht jünger wird, das ist für mich eine interessante Variante, ich glaube nicht, dass wir All-In gehen und nur das spielen, aber ich glaube, wir werden das öfter sehen als letzte Saison und das führt dazu, Obwohl ja ein Hasebe auch auf der 6 spielen könnte, zum Beispiel. Oder dafür natürlich ein bisschen altes. Ja und auch dann, ja wie du sagst, er ist dann trotzdem nicht dieser Ausputzer, sondern wenn du nur zwei zentrale Mittelfeldspieler hast, dann müssen die beiden mehr leisten, als wie wenn du zu dritt da in den Zentrum rumhippst, finde ich. Also das ist schon so ein bisschen, ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich glaube trotzdem, dass wir da in die Richtung mehr sehen werden. Da spricht für mich das So-Transfer auch so zu sagen, okay, du hast So, der wirklich mehr mit nach vorne geht, Okor oder Toro halten ihm den Rücken frei, da müssen die aber echt auch leistungsfähig sein. Das sehe ich Hasebe nicht, ich sehe Hasebe ausschließlich als Libro in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und das System können wir ja, da kannst du ja immer wieder drauf zurückgreifen. Das würde auch so ein bisschen die Situation auf den Außen entspannen, weil Eric Durm als ersten Linksverteidiger sehe ich zum Beispiel dann auch nicht und vielleicht passiert dann das, was Marvin gesagt hat, dann holt man noch einen. Aber dann halt auch nur, wenn du wirklich dieses System mit einbaust und das finde ich sehr, sehr interessant. Da habe ich auch schon tausend Überlegungen in alle Richtungen gehabt. Also wie seht ihr dieses Szenario A442? Prinzipiell wäre das der nächste Schritt, der logische, auf jeden Fall. Aber ich finde dann auch die Problematik auf der anderen Seite, du kannst ja nicht schon wieder mit dem Da Costa 60 Spiele machen, so ungefähr. Und da finde ich es auf der rechten Seite auch problematisch. Auch ein Chandler, bin ich mal gespannt, wie der wirklich zurückkommt. Ob der da eine riesen Unterstützung ist, keine Ahnung. Auch ein Touré hat mir in großen Teilen der Saison überhaupt nicht gefallen. Aber eigentlich wäre das eher seine Position. Ich glaube, wenn er rein Rechtsverteidiger ist, dann kann ich das auch ein bisschen entlasten. Weil diese Jobbeschreibung... Ja, ich finde, ihr seht Touré echt schlecht. Also das finde ich schade, ehrlich gesagt. Denn der ist zu einer Zeit gekommen, in der es extrem schwierig war, irgendwo reinzurutschen. Das war im Winter. Der hat halt auch noch nicht wirklich nicht viele Spiele gemacht. Lass ihn doch einfach mal ein bisschen wachsen. Und der wird noch performen. Das ist ein Spieler, der echt Potenzial hat. Ich finde, man sollte nicht den Stab über ihm brechen. Der ist 23, ist noch echt jung. Und wenn der jetzt mal eine ordentliche Vorbereitung mit der Eintracht mitmacht, kann das ein richtig geiler Rechtsverteidiger sein. Ich glaube auch wirklich zu dem Punkt, den Basti gerade eben hatte, dass er ja wirklich immer, also dass er ja nicht klassisch Rechtsverteidiger gespielt hat, sondern eher so rechter Innenverteidiger oder irgendwas, was er ja auch kann, aber ja nicht seine Stammposition ist. Also wenn man den wirklich mal einfach Rechtsverteidiger mit einem Mann davor und mit Innenverteidigern nebendran spielen lässt, dann kann das auch nochmal ganz anders aussehen. Plus eben den Faktor, den du gerade eben hattest, der Zeitpunkt, ab wann er da eingestiegen ist. Für mich ist ganz wichtig, also ich finde es total spannend, was passiert jetzt gerade in Sachen Struktur, auch anderes Spielsystem sagt, denn es muss, ehrlich gesagt, vermeint, dafür halt ein ganz anderes Spielsystem her, denn wir wurden am Ende der Erstligasaison der letzten entschlüsselt und auch nicht nur und auch nicht nur so ein Bissl. Wir haben richtig widerliche Niederlagen einstecken müssen. Also da waren Dinger dabei, da haben, also in der neutralen Saison hätten wir uns dafür auch ein bisschen geschämt. Ich weiß, das hängt auch alles mit der Europa League zusammen, aber du musst nicht 5-1 gegen die Bayern verlieren. Du musst dich nicht peinlichst irgendwie überröbeln lassen. Leverkusen, ja da gab es natürlich gerade einen Wechsel, aber da waren einige echt beschissene Spiele dabei, das hing damit zusammen, dass da die Sache auch nicht mehr so funktioniert hat. Für mich ist es ganz wichtig, dass mit einem Wechsel von Jovic eine Unsicherheit von Rebic ganz klar ist, dass wir vielleicht wirklich hin zu einem 4-4-2 gehen, was aber auch ganz klar damit bedeutet, das bedeutet, dass Aller gestärkt wird. Aller muss unser Go-To-Spieler sein, daran muss ich das System ausrichten. Ja, ja. Ja, und du hast halt mit Aller hast du halt wirklich dann auch die interessante Variante, Aller in einem Zweiersturm finde ich eigentlich auch geil, zu sagen, du hast ihn, weil der macht den Spieler neben sich, egal wer das ist, der macht den Spieler neben sich um 20-25% besser, egal wer das ist. Und ich finde eine Doppelspitze Haller plus, mein Idealfall wäre fast schon wirklich Rebic, ehrlich gesagt. Zu sagen, okay, Rebic bleibt und unser erster Sturm ist Haller und Rebic vorne. Und du hast Kostet... Paciencia ist mir ein bisschen zu undynamisch da vorne dann für neben Haller noch. Also Paciencia... Sie sind halt zu ähnlich vom Spiel, also sie wirken mir zu ähnlich. Also ich hätte einen stärkeren Kontrast zwischen Haller und Rebic, wobei ich dann wiederum auch so ein bisschen den Faktor habe, dass Rebic für mich gerade zum Ende der letzten Saison wirklich so ein bisschen schnell angefressen war. Also wenn du da halt wirklich nicht, wie hattest du das Freund genannt, Basti, den Schlüssel findest, dann hätte ich da so ein bisschen Probleme mit. Auch geil, dass René konsequent Basti und Marvin durcheinander bringt. Basti hat es gesagt und jetzt hast du gesagt, Marvin hat es nicht zu befreien. Ja, Entschuldigung. Einer von diesen Menschen. Einer von diesen anderen drei Nasen hier unterwegs sind. Nein, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und dir geht auch ein bisschen Torgefahr verloren. Weil man muss sagen, Haller ist auch nicht der absolut unfassbare Knipse, der hat Stärken anderswo und Rebic ist das auch nicht. Das heißt, Jovic hat diese Dinge eigentlich immer gesnipert dann. Das muss man bedenken. Ich fände trotzdem diese offensive Vierer-Reihe, Kostic links, Gacinovic rechts, Haller und Rebic vorne drin oder sag Rebic weg und Juvelyic ist es halt oder irgendeiner, der noch kommt oder vielleicht sogar Kamada. Das fände ich sehr, sehr interessant, wenn dann Zorro rückt dann auch noch vor, Korps sichert die Sache ab oder Toro und Toro kann dann sich auch mal abwechseln mit Zoo und irgendwie Kopfballstärke noch mit vorne reinbringen. Das wäre für mich sehr interessant. Das ist aber natürlich ein komplexeres System als diese Fünferkette, die dir erstmal Sicherheit bietet, wo du halt wirklich auch, und das haben wir ja gesehen, also ich glaube, unsere beiden echt fleißigsten Mitarbeiter letztes Jahr waren Da Costa und Kostic. also beide. Also die sind ja beide und diese Aufgabe ist ja dann auch sehr, sehr komplex, wenn du wirklich ein Linksverteidiger bist, der wirklich eigentlich die ganze Seite bespielt und wenn du das jetzt so ein bisschen aufteilst und haben wir gesagt, für Touré wäre das auch einfacher zu sagen, okay, er spielt sich erstmal auf so einer Seite ein. Das ist ein System, ja, aber wie gesagt, das hat alles Vor- und Nachteile. Du hättest Hasebert draußen, der immer für Stabilität gesorgt hat, also das dürfen wir auch nicht. Hasebert hat auch eine Monster-Saison gespielt und wenn du seine Position quasi rausnimmst, beraubst du dich halt auch einer Stärke und nimmst vielleicht in Kauf, das ist die erste, weiß ich nicht. Ja, das ist schwierig, dass du dann vielleicht die Hinrunde gar nicht so geil spielst, weil du dich erst umgewöhnst. Die Frage ist aber nur, wenn du dich nie umgewöhnst, dann, ja, dann verschiebst du es halt noch irgendwann und irgendwann ist Hasebert halt weg und dann musst du es eh machen. Also das ist halt die Frage. Was halt für... Ähnliche Situation hatten wir mit Alex Mayer damals, als irgendwie du das Gefühl hattest, nur Alex Mayer kann Tore schießen. Was halt auch wieder so ein Stück weit vielleicht für so ein 4-4-2 als Ausgang sprechen könnte, ist, dass du von da aus auch einfacher in andere Systeme wechseln kannst. Ja, du hast halt, wie gesagt, du kannst theoretisch dann eine Rauter machen und dann sagst du, okay, Core, du bist ganz hinten. Dafür rückt eventuell manchmal sogar vielleicht Kamada dann als Kopf vom Mittelfeld. Ja, verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst halt auch relativ schnell in so ein 4-2-4, wenn du irgendwie ein bisschen mehr Druck nach vorne noch irgendwie haben willst, also du bist halt wirklich einfacher, was die Ausgangsposition zum Wechsel vielleicht auch Ingame dann nachher angeht. Also... Aber gerade diesen Faktor Hasebe da hinten rausnehmen, ist halt, also zumindest wenn man die letzten zwei Saisons betrachtet, ist das halt schon ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Der war halt extrem wichtig da hinten drin. Nicht nur für das Retten auf der Linie, sondern auch für einfach diese Erfahrung, die du da hinten vielleicht auch irgendwie brauchst. Aber ich finde, Marvin hat eigentlich, egal bei der Systemfrage, Marvin hat für mich den entscheidenden Faktor genannt, zu sagen, okay, es kann nicht sein, dass wir so leicht ausrechenbar sind und es kann auch nicht sein, dass wir jetzt hier stehen und sagen, okay, wenn Rode, H7 und Haller ausfallen, dann bricht alles zusammen. Und deswegen fände ich so ein flaches 4-4-2 interessant zu sagen, okay, das ist das System, das sind Spieler, wenn einer ausfällt, egal, kommt ein anderer rein. Das muss ja eigentlich das Ziel von Eintracht Eintracht sein. Zu sagen, okay, wenn Haller sich verletzt, ist egal, dann kommt halt ein neuer, dann kommt Paciencia rein, der erfüllt genau dieselben Aufgaben, weil wir haben hier Abläufe, wir wollen schnell über die Außen spielen, wir wollen viel Druck machen, du kannst auf den Außen, hast du zwei Spieler, die sich kreuzen können, du kannst in der Zentrale auch irgendwie ein bisschen variieren, Stürmer können sich zurückfallen lassen, alles mögliche. Dass man aber sagt, okay, wir sind nicht mehr so, dass wir sagen, wenn wir die Bälle nicht zu Haller vorbolzen können, dass es dann nicht funktioniert. Das geht nicht. Also du kannst kein System haben, wo du sagst, wir haben ja teilweise mit Rebic und Jovic gespielt, das hat teilweise gar nicht funktioniert, weil die beiden irgendwie dann eben nicht ihren großen Papa dabei hatten, der denen alles wegblockt und mal kurz die Bälle hält, dass sie Zeit haben nachzurücken. Das sind Sachen, ich glaube, das weiß die Eintracht auch und Hütter hat es ja auch gesagt, dass er flexibler werden will und da kommt es dann wirklich vielleicht gar nicht aufs System an, es kommt eher darauf an, dass wir nicht mehr so krass auf Schlüsselspiel angewiesen sind, sondern dass man sagt, okay, der ist jetzt verletzt, dann kommt halt der rein. Was hätten wir denn in der letzten Saison gemacht, wenn Kostet sich plötzlich verletzt hätte? Dann hätten wir da gestanden, dann hätten wir Williams noch mehr rumgucken sehen. Ich glaube, das ist das Ziel der Eintracht, mehr Breite in den Kader zu kriegen, das System ein bisschen variabler zu machen und das ist für mich auch Pflicht. Natürlich müssen wir nicht komplett auf 4-4-2 umstellen, vielleicht ist es auch zu krass, vielleicht muss es auch irgendwie so eine Mischform immer geben oder vielleicht auch je nach Gegner oder Heimspiel oder Auswärtsspiel. Es muss aber auf jeden Fall dieses Jahr ins Repertoire aufgenommen werden, weil Marvin hat das Entscheidende gesagt, das war irgendwann zu ausrechenbar auch und zu sehr darauf aus, dass irgendwie gewisse Mosaiksteine da sein müssen, damit es funktioniert und das muss einfach dieses Jahr geändert werden und dann ist es doch cool. Ich habe nämlich echt, wie gesagt, ich habe echt Bedenken und das ist also, ich will da jetzt nicht einen Teufel an die Wand malen, aber wir dürfen uns den Saison ausklagen, auch nicht zu rosig reden. Da sind offensichtliche Probleme klar geworden, die jetzt auch bearbeitet werden müssen und die können nicht bearbeitet werden, wenn wir sagen, wir machen ein gutes System genauso weiter. Nee, das können wir auch gar nicht. Also wie du vorhin schon angedeutet hattest, dass diese ganze Euro-Erfahrung auch so ein bisschen über alles, das was dann nicht so super funktioniert hat, einfach auch sehr stark drüber hinweg getäuscht hat. Aber im Endeffekt, wir haben jetzt schon einen echt geilen Kader, wir haben jetzt echt schon richtig gute Leute, wenn ich mir überlege, wenn ich allein ins defensive Mittelfeld gucke, ne? Ja, gut, wie gesagt, also Haseb ist ja noch da und so weiter und so fort. So ist da, Kor da. Dann haben wir immer noch Toro. Toro kommt jetzt auch mal wieder, macht jetzt wieder eine Vorbereitung mit, ist vielleicht jetzt auch wieder fit im Kopf und so, ne? Das ist auch geil. Wir in der Innenverteidigung haben wir schon den ein oder anderen richtig guten Spieler, auch wenn Hinteräger noch nicht da ist. Ein Dika will jetzt wieder einen Anlauf nehmen und hat bestimmt richtig Bock. Abraham ist 32, das wird jetzt auch nicht besser, aber der kann auch noch ein bisschen was gehen. Was passiert mit Tuta? Kann der sich anbieten und dann kommt vielleicht noch ein Hinteregger, dann sind wir da auch gut besetzt. Ich finde die Rechtsverteidigerposition mit Danny da kostet, der jetzt verdammt noch mal langsam mal ins ernste, in ernste Blickfeld für die Nationalmannschaft gerückt werden muss, weil, ja, ohne Scheiß, jetzt mal ohne Mist, jetzt mal, ne? in Mainz macht irgendeiner drei gute Spiele und ist jetzt gleich ein Perspektiv-Nationalspieler oder hier bei Hoffenheim, da läuft irgendein Halbblinder rum, aber neiner, weil er ja vom Nagelsmann ist oder so oder hier, hier die ganze Euphorie bezüglich Mainz muss ich teilweise ein bisschen wegnehmen, die haben jetzt auch schon länger keine Nationalspiele mehr gehabt. Sinnloses Mainz-Bashing gebe ich zu, aber RB, aber RB, Mainz-Bashing ist nie sinnlos, lieber mal. Aber RB, hier die RB, Red Bull, ja, ein paar gute Spiele gemacht, naja, müssen wir gleich mal nominieren. Das ist alles ziemlicher Bullshit, wenn die das irgendwann mal ernst meinen, müssen die diesen Dauerläufer Danny D'Acosta jetzt auch wirklich mal, dem müssen sie mal ein bisschen Credit geben, ja? Sind wir aber doch froh, Marvin, dass er zu den 60 Spielen, die er für uns gemacht hat, noch 20 für die Nationalmannschaft machen muss. Ne, im Endeffekt, aber hast du völlig recht, das ist nicht nachvollziehbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich rechne damit, dass D'Acosta diese Saison nicht mehr so ein umstrittener Stammspieler ist. Er hat trotzdem Schwächen, ja, wie soll ich es nennen, im Offensivbereich im Sinne, dass er teilweise zu lange braucht, um das zu machen, was er vorhat. ich kann schon verstehen, dass der nicht in der Nationalmannschaft spielt, da bin ich ehrlich. Ja, gut, aber wenn du ihn, weiß ich nicht, wenn du jetzt wirklich dann sagst, du gehst eher in so einen 4-4-2, dann ist er ja auch nicht komplett in der Offensive unterwegs. Natürlich, aber ich bin froh, dass trotzdem Touré da ist. Ich glaube, dass Danny D'Acosta trotzdem teilweise auch überperformt hat. Ja, man sollte ihn einfach auch für ihn selber, weil du ja gesehen hast, irgendwann, ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, Ende der Rückrunde, der fällt gleich um. Also das hast du ja gesehen, du hast ja gesehen, Alter, der kann sich kaum noch bewegen. Darf ich mich daran erinnern, und dann kamen die Flanken auch von außen nicht mehr. Wir hatten das Gefühl aber schon zum Ende der Hinrunde, wo wir gesagt haben, wir müssen Angst haben, dass er unter dem Weihnachtsbaum einstift und erst irgendwie zum Ende der Ferien wieder aufwacht. Und das liegt ja auch an der Position, die er bekleiden muss, denn dann sind wir wieder bei der Systemfrage, weil wie du es gesagt hast, wenn er nur ein Rechtsverteidiger ist, in Anführungszeichen, dann hat er ja irgendeinen vor sich, ob es jetzt Katrinowitsch oder jemand anders ist, oder Dones ist ja auch, glaube ich, auch im Gespräch. Dann hast du ja wirklich ihn auch so ein bisschen entlastet, in Anführungszeichen, beziehungsweise können die beiden sich abwechseln, weil, und das fände ich auch einen großen Vorteil von dem 4-4-2, du, wenn Durm dann nach vorne geht, Kostic weiß, wie er Linksverteidiger spielt. Also du hast zwei Hybride auf jeder Seite, zu sagen, okay, wenn dann lässt der Einer sich halt mal zurückfallen und bringt da auch so ein bisschen Variabilität rein. Ich wollte es nur anmerken, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch nur ein Bauchgefühl, zu denken, okay, es kann sein, dass es dieses Jahr für der Costa enger wird, als wir alle denken. Das glaube ich auch, ja. Weil er trotzdem noch seine Schwächen hat und ich trotzdem, ähnlich wie Marvin, sehr, sehr große Hoffnung in, für mich ist er ein kompletter Neuzugang, Touré habe, zu sagen, okay, der ist nicht umsonst Teil dieser Überraschungsmannschaft in Monaco gewesen. Und deswegen ist es umso geiler, dass wir halt so ein Backup haben, weißt du? Und außerdem hat ja Timothy Chandler, den wir jetzt auch, wo du auch das Gefühl hast, der ist schon bestimmt 38 und war schon 20 Jahre bei der Eintracht, wir facken hier 29. Also der ist noch keine 30. Ein paar Jahre vor sich, ja. Ja, und wir haben alle schon gedacht, naja, gut, ob der es noch so lange macht mit der schwierigen Verletzung, aber der hat nochmal Bock, der will nochmal. Geil, du hast drei Rechtsverteidiger, die alle jetzt nicht nur zum Erdbeerenpflücken aufs Feld geholt werden, sondern die auch wirklich was können. Das ist geil, das ist richtig cool, ich freue mich darauf. Das heißt, wir sind da super besetzt, wir haben jetzt zwei Linksverteidiger, wir haben in der Innenverteidigung haben wir schon ein bisschen was, Torhüter haben wir schon drüber gesprochen. Defensives Mittelfeld sieht insgesamt ordentlich aus, zentral okay, auch offensiv müssen wir halt nochmal überlegen, je nachdem, wie wir das Spielsystem machen, aber ganz ehrlich, ich würde für ganz vorne immer noch jemanden holen. Also ich würde trotzdem sagen, mein Königstransfer war bisher in diesen Besprechungen, die wir jetzt hier geführt haben, in den fast zwei Stunden einfach noch nicht da. Also ich will irgendwie, ich will nochmal, ich will nochmal ein Bäm haben und vielleicht bin ich blöd, vielleicht bin ich da diese diese andauernde, ja, was weiß ich, Wolkentänzer oder so, aber ich habe schon auch Bock, dass man mal so sagt, ja, so was ist los, jetzt ziehen wir euch die Hosen richtig aus. Damit rechne ich auch fest, also ich rechne fest, damit das Rebic geht und dass wir genau dann diesen Bäm holen. Zu sagen, du holst halt auch einen Stürmer, wo du weißt, okay, der ist auch nicht so jung wie Uwejic, der ist vielleicht dann auch schon, weiß ich nicht, vielleicht ist er auch schon 25, 26 und kostet dich irgendwie 15 Millionen Euro, was weiß ich was, ich habe jetzt keinen konkreten Namen im Kopf, aber ich rechne auch damit, weil da hat Marvin schon echt einen wichtigen Punkt angesprochen, Transfers sind ja auch nicht nur dazu da, um die Mannschaft zu versteigen, auch so ein bisschen, wir hatten es mit den Prinzen, teilweise ein bisschen auch, um die Leute anzuzünden und der Transfer war noch nicht dabei und ich glaube, wenn Rebic geht, braucht es den auch, auch für die Mannschaft, zu sagen, ey geil, wir haben hier was vor, Haller, du bleibst jetzt noch ein Jahr, sei still, Kostic, du konzentrierst dich genauso bitte und vorne ist, weiß ich nicht, irgendeiner dazugekommen, wo wir denken, geil, alter, fett, geiler Stürmer, Haller plus Mr. X, und da kann man halt genau sagen, Basti, hast du schon einen Namen gesagt, der halt überhaupt nicht zünden würde, wäre dann halt ein Donis von Stuttgart, ne, also das ist ganz nett, das wäre eigentlich das Kostic-Experiment nur auf der anderen Seite, also kannst du nehmen für vier Millionen, wenn er klappt, klappt er, wenn er nicht, dann nicht so, aber das ist keiner, wo der Marvin dann in seinen Himmelsschaukel einsteigt und anfängt zu schaukeln, also glaube ich nicht. Ja, aber das ist so aktuell, den hat es ja vorhin auch schon angesprochen, das war so mit das Einzige, was ich jetzt noch vorne gehört habe, einen Spieler, den wir noch nicht besprochen haben, der wirklich meiner Meinung nach auch extrem schlecht war in der letzten Saison dann, der Guzman, wie seht ihr dir diese Personalie, meint ihr, der wird noch verkauft oder? Ich liebe Dennis Rundumschläge, so alle Spieler, nicht so mega geil war, der schlechter Spieler. Schlechteste Saison ever. Also der Guzman hat mir gar nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Ich merke schon, ich habe so das Gefühl, das ist 17. geworden irgendwie. Miese Peter-mäßig, so ist es nicht, aber für mich hat er keine Zukunft bei uns. Ist halt geil, wenn du überlegst, dass er im Vergleich zu seiner ersten Saison bei der Eintracht jetzt eine richtig starke zweite Saison hatte, jetzt rein von den Stats her, weil er drei Tore, sechs Vorlagen gegeben hat. Allein in der Bundesliga klingt dann irgendwie doch gar nicht so schlecht. Also für mich ist er trotzdem der erste Stowback ab, muss ich sagen. Also für mich ist er trotzdem einer, den ich behalten würde. Ja, hätte ich eh nicht gesehen. Also klar, den würde ich nicht, ich würde den nicht für die Startelf einplanen, ich würde den aber auch nicht komplett abschießen wollen. Ja, käme jetzt auf die Situation an, aber er wäre jetzt für mich in der Tat, wie gesagt, auch nicht auf der Liste, die ich jetzt von Spielern, die ich jetzt unbedingt gerne noch loswerden wollen würde. Wie du schon sagst, auch gerade mit dem Jahrvertrag, am Ende machst du vielleicht halt keinen Gewinn mehr mit, aber das Jahr will ich ihm auf jeden Fall noch geben. Würde ich auch denken, du kriegst ja ähnlich viel Geld für den, glaube ich. Also ich würde den behalten, weil er ist es trotzdem. Er ist auch schon 31, da gibt es ihn. Er kann auch schon was noch, also es kann auch ein Spieler sein, wo wir denken, hm, weil wir haben letztes Hinrund auch kurz da gestanden, haben gesagt, huch, was ist denn da? Also so hast du gedacht, jetzt zeigt er wieder das. Dann kam ja auch dann diese Story raus, wie es ihm irgendwie in den Appel ergangen ist. Also so dieses. Ich glaube, für ihn ist auch nochmal so wirklich abhängig davon, in was für einem System er da spielt. Also gerade auch, wenn wir jetzt die Diskussion haben, über mit welchem System sind wir dieses Jahr unterwegs und wie variabel sind wir da vielleicht auch, glaube ich schon, dass er da auch noch ein bisschen Potenzial hat, was er noch ausschöpfen kann. Also ich finde ihn als So-Ersatz eigentlich, würde ich auf jeden Fall halten. Hätte ich jetzt auch so sehen. Fernandes würde ich auch halten, einfach als gute Laune-Spieler und auch, falls mal was ist. Der ja jetzt auch da im defensiven Mittelfeld auch nicht total Grütze ist. Ja, also wir haben es ja letzte Saison gesehen, du kannst nicht, wir hatten es ja irgendwie vor ein paar Jahren, haben wir uns immer irgendwie gesagt, Gott, wir haben keinen Innenverteidiger, war dann so. Und letztes Jahr war das das Gleiche mit zentralen Mittelfeldspielern, fand ich. Also das hat sich ein bisschen abgewechselt. Deswegen bin ich froh, dass wir da lieber ein Spieler zu viel als zu wenig haben. Da kannst du im Winter immer nochmal schauen und sagen, okay Digga, du hast jetzt in der Hinrunde nicht mal irgendwie im Kader gestanden, mach's gut, aber ja, gerade in der Voraussicht und in der Hoffnung, dass wir die Euroleague-Gruppenphase erreichen, würde ich Fernandes und de Guzman würde ich behalten, ehrlich gesagt. Ich hätte noch so kleine Fragezeichen an, um nochmal auf das Thema nicht wen geben wir ab, sondern wo müsste man vielleicht nochmal nachlegen, ähnlich wie Marvin schon gesagt hat, an dem Thema irgendwie in der Offensive würde mir noch der eine Kracher fehlen und ich würde jetzt nach Bastis Ausführung vielleicht dann doch noch so ein kleines Fragezeichen an der Linksverteidiger-Position machen. Sehr gut. Wer weiß, wer weiß, es wird auch noch einiges passieren. Ich glaube auch nicht, dass die Eintracht denkt, dass sie fertig ist. Ich bin nur, wenn wir wirklich diese Transfers, die wir eingangs besprochen haben mit Trapp, Hinteregger und Rohde, wenn die noch kommen, dann bist du wirklich schon, dann steht die Basis. Dann hast du wirklich halt nur noch dieses Ding, gegen wen tauschen wie Rebic und vielleicht kann diese, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei uns dann nicht mehr so, aber vielleicht im Umfeld trotzdem, wenn man plötzlich hört, Rebic bleibt doch, vielleicht ist das auch trotzdem dann so ein Signal, das ist zwar kein Transfer, aber vielleicht ist das irgendwie, keine Ahnung, dass man von Rebic auch irgendwie so ein Commitment hat, zu sagen, ey, letzte Saison habe ich so ein bisschen ausschludern lassen, ich habe jetzt wieder richtig Bock. Hat sich vielleicht intern bei der Mannschaft diese Sachen, die da waren oder auch nicht waren, sind vielleicht ausgeräumt oder nicht, keine Ahnung, egal. Aber wenn wirklich, wie Marvin es gesagt hat, Hütter den Schlüssel nochmal findet, dann ist Rebic ja eigentlich auch ein gefühlter Transfer, weil jeder schon damit gerechnet hat, okay, der ist weg. Vielleicht kann auch das diese Nummer sein und wenn ich muss ihn halt irgendwie ersetzen mit einem Spieler, der ähnlich irgendwie die Leute anzündet, da bin ich aber auch wirklich zuversichtlich, dass die Eintracht darauf vorbereitet ist, weil das Rebic geht, die Gerüchte gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern da kann die Eintracht sich ja praktisch seit einem Jahr schon darauf vorbereiten, also von daher bin ich da, was das betrifft, relativ entspannt. Ich rechne auch noch, damit es noch was passiert. Mein erster Fokus liegt halt erst mal darauf zu denken, okay, der Hinterher ist endlich da. Schauen wir mal, ich glaube, da nimmt das Schiff auch gerade eben erst so richtig Fahrt auf, was das, was jetzt nochmal Transfers angeht. Das eine oder andere könnte da noch kommen. Wollen wir mal eine Aufstellung zusammenstellen, also Zusammenstand heute? Können wir gerne tun, wobei du sie glaube ich schon, also für die Systemfrage schon fast beantwortet hast. schon relativ beantwortet hast, aber wir können es ja nochmal durchgehen und auch mal verschriftlichen. Aufstellung, ich schreibe mal mit inklusive den Spielern, die wir verpflichtungstechnisch da noch irgendwie sehen oder jetzt die, die tatsächlich da sind. Was wäre da so dein Keine Ahnung, also ich bedenke die Aufstellung, wo wir, wir tun jetzt so, dass das hier die Sendung vorm Heimspiel in Hoffenheim ist. Okay. Das heißt, der aktuelle Kader ohne die Verpflichtung, die hinterher geschonten, können schon mit. Wir machen jetzt hier einen auf Dark und reisen nicht 33 Jahre die Zukunft, aber ein paar Wochen. Okay. Also Torwart. Kevin Rapp. Ja. Sehe ich auch so. So, davor. Abwehr. Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. Ja, das ist die Frage. Ich sag Viererkette. Stimmen wir doch ab hier. Dennis? Ja, Viererkette. Würde ich gerne sehen, obwohl natürlich bei diesen Quali-Spielen du auch wahrscheinlich mit einer Fünferkette einfach um Sicherheit zu haben und da... Wir spielen aber gegen Hoffenheim. Ja, und du sollst... Ah, Entschuldigung. Wahlsystem nicht verstanden, disqualifiziert. Entschuldigung. Okay, dann Viererkette. Waren? Ja, ich nehme auch Viererkette, ja. Gut, dann nehme ich auch Viererkette. Ja, wie überraschend. Wie überraschend. Dann fangen wir mit dem Linksverteidiger an. Bin ich gespannt. Ja. Durm. Durm. Ist ja dann unsere einzige Personalie erstmal dort vor Ort. Wir würden jetzt sonst aus unserem Kader definitiv, den wir da haben, sonst geht es keiner mehr einfallen, weil ich einen, ja, wen könntest du denn sonst noch da spielen lassen? Den Kostic natürlich wieder, aber das macht ja, den würde ich lieber da vorsehen. Also ich denke, Durm links. Gehe ich auch von aus. Gut, machen wir alle mal. Mhm. Innenverteidigung. Tja. Hinti und den Dicker, oder? Wäre auch meins. Würde ich fast denken, wenn ich jetzt schon wieder höre, dass Abraham jetzt schon wieder verletzt ist. Ja, das ist grauenvoll. Die haben sich nicht mal begrüßt und er ist schon verletzt. Also ich würde halt auf jeden Fall, ja, machen wir es mal so, einen Dicker will ich eigentlich durch diese Saison jetzt auch mal wieder schleppen. Also der ist mir letzten Saisons zu oft außen vor geblieben am Ende. Das finde ich irgendwie nicht cool. Für mich ist ganz wichtig, dass der jetzt nochmal als 19-Jähriger durch die Saison geschleppt wird. Weil dann ist sein Jahr dann erst richtig gekommen. Also ein Dicker und ein Hinteregger finde ich gut. Finde ich auch gut. Auch nochmal zur Personalie. Ein Dicker, er hat wohl auch da ja ein Interview gegeben, wo er zugegeben hat, dass er einfach noch lernen muss und dass er da im Endeffekt, also er hat auch die Fehler eher bei sich gesucht. Ich denke, der ist auf einem guten Weg da. Also definitiv in der Saison. Entweder ist er extrem gut beraten oder ist er ein sehr solider, bodenständiger Spieler, egal was von beidem. Es passt. Passt mir extrem gut. Also da, das wie Marvin schon sagt, ich fand es sehr schade, dass er da nach dieser roten Karte-Aktion so ein bisschen, ja, irgendwie so in der Versenkung verschwunden ist. Fand ich so ein bisschen schade. Ja, ich finde es halt echt, das Einzige, was ich krass finde, ich finde es krass, nicht schade, auf gar keinen Fall, ich finde es echt crazy, dass er irgendwie kein großartiges Angebot bekommen hat. Ich hätte echt gesagt, ich hätte echt gedacht, dass da Paris irgendwie anklopft und sagt, war in der letzten Saison nicht so schlecht. Also für die Champions League reicht es bei uns noch nicht, aber die Liga, da kriegen wir dich auf jeden Fall unter. Dich verpflichten wir mal und du spielst die Liga und wenn das gut läuft, in der nächsten Saison dann auch gleich Champions League oder sowas. Keine Ahnung, klingt jetzt ein bisschen zu pauschal, aber das wundert mich. Die wollen sich vielleicht das Jahr einfach noch angucken, jetzt auch, ob er da im Endeffekt das nochmal performen kann. Guter Punkt, ja. Ja, maybe. So, Rechtsverteidiger. Ja, für mich halt erstmal Derry. Ja, gehe ich auch mit. Okay. So, Mittelfeld. Da wird es jetzt spannend. Ja, also für mich ist die Doppel, also der erste, also links kostet, oder? Können wir uns drauf einigen? Willst du ja, vor allem hast du mir die Frage stellen, wie viele im Mittelfeld? Vier. Wir haben vorhin vier, wir haben zwei gesagt. Ja, kann ja trotzdem sein, dass jeder da eine andere macht. 4-3-3 ist natürlich auch ein System, was wir noch gar nicht besprochen haben. Geht auch. Geht auch, ja. Du kannst auch irgendwie vorne mit einem rechten Außenstürmer Haller und Kostic spielen. Das ist auch, aber jo. Nee. Erstmal 4-4-2, würde ich sagen. Ja. Okay. Dann links. Kostic. Ja. Ja. In the Mitten. Ja, gut, jetzt haben wir hier so viel Geld investiert, jetzt muss ich natürlich den Chor auch spielen lassen. Äh, nein. Dagegen. Der muss spielen, das Geld kostet. Also, Summe. Ja. Also, wenn Toro fit ist, wäre es auf jeden Fall eine coole Nummer, wenn er spielen würde, oder? Also, ich wäre für Toro und So, muss ich sagen. Ja, wäre ich auch. Mhm. Wenn wir jetzt mal die 9 Millionen für den Herrn Khoa außen vor lassen, Khoa außen vor, ähm, wäre ich da auch. Ja. Also was? Wer nehmt ihr jetzt? Äh, So und, äh, Toro. Okay. Naja, gut. Na gut. Bin dir zugesagt, Marvin? Na, ich hätte So und Khoa genommen. Also, tatsächlich? Ja. Weißt du, der scherzt? Weiß nicht. Weiß nicht, kommt darauf an, aber irgendwie. Oder nach eurem Bashing gegen mich hätte er jetzt die Guzman aufgestellt, wahrscheinlich. Nein, da haben wir ja gesagt, der ist fett. Fernandes und der Guzman spielen, lass mich an. Egal, wie viel die anderen gekostet haben. Warte auf links. Aber wir leben hier ja, wir leben hier ja bei Fußball zweit, äh, beim anderen Podcast, sorry. Der Marvin, der kleine Wettigel. Wir leben hier ja beim Eintracht Podcast in einer Pseudodemokratie, also bocke ich mich und sage dann auch, geh dann mit und sage dann auch, okay, bei mir auch so. Genauso große Demokraten wie Karl-Heinz Rummenigge. Jetzt bräuchten wir einen Axel, der zum Soundboard rollt, aber den, den habe ich nicht auf dem Soundboard hängen. Und dann rechts. Kassinovic. Kassinovic. Ja. Personal hier dann da rechts, ja. Gut. So, und dann, da wir gesagt haben, 4-4-2, müssten wir zwei Schlimmer noch haben. Dann bete ich, dass Haller bleibt. Oh ja. Das brauche ich nicht beten, das wäre so. Und nee, bei dem Herrn, Haller? Ja, das ist die Frage jetzt. Eigentlich würde ich da gerne Marvins. Rebic wäre schon geil. Also ich sage da Mr. X. Oh. Realistisch gesehen sehe ich auch eher Marvins Bäm-Transfer dort. Die Eintracht holt einfach Icardi, so fertig. Boah, weiß ich nicht. Also Icardi. Könnte am Preisscheide, naja. Wie kam es dir jetzt ausgerechnet auf Icardi? Ich muss raus. Weil Marvins vorhin gesagt hat, Rebic wechselt zu intern, habe ich gedacht, gut, dann können wir... Achso, im Wechsel dann. Tauschen einfach. Vielleicht merken die das nicht, nein. äh... Natürlich. Ja, keine Ahnung. Vielleicht klauen wir Hoffenheim den Roger Asalé von Young Boys Bern und dann gucken sie sich blöd um oder so. Ja, wäre auch ganz geil eigentlich. Ist Augustin nicht irgendwie auch bei Paderborn im Gespräch gewesen? Ja, genau, ja. Von Leipzig? Vielleicht kann man den auch irgendwie kriegen? Keine Ahnung. Ach, nee. Bitte keiner von Leipzig. Also Augustin würde ich schon nehmen. Na. Na. Bitte nicht. Ja. Ja. Also Rebic oder Mr. X? Mr. X, ja. Also Rebic, glaube ich. Ich fände Rebic halt irgendwie sehr, sehr überraschend und ich trage noch sehr viel Liebe in ihn. Ich würde es trotzdem feiern, wenn er bleiben will. Kannst du mir warten? Nach der Definition würde er, würden wir sagen, das ist dann quasi unser, unser BAM-Transfer. Nach deiner Logik würde da ja dann auch ein Verbleib von Rebic reinfallen. Also würden wir, uns ja nichts wegnehmen. Ja, eigentlich, Rebic ist dann in dem Fall halt der besondere Mr. X. Also einigen uns auf Mr. X. Vielleicht ist Rebic der Mr. X. Wir wissen es nicht. Okay. Mr. X finde ich gut. Vielleicht kommt wirklich ein Spieler, der heißt halt einfach so. Dann machst du auch. Mr. X. Hallo, ich bin Mr. X. Hallo. Grüß dich. Woher kommen Sie? Das kann ich Ihnen nicht verraten. Das steht in meinem Spieleausweis, den Sie nie zu sehen bekommen. Das wollte ich gerade sagen. Der läuft dann auch mit so einem schwarzen Balken auf dem Platz. Der Spieler will anonym bleiben in der Bundesliga. Mit sich nur auf den Fußball konzentrieren. Genau. Geil. Woher kommt der? Der ist startenlos. Ah, okay. Also schon. Das wäre vielleicht auch ganz praktisch, wenn es um die Nominierung für den Euroleague-Kader geht, weil kannst du ja nicht als ausländischen Spieler quasi, weil du weißt ja nicht, aus welchem Kader, also aus welchem Land. Das wäre ein Übergang zur Hörerfrage zu machen. Wir hätten eine Lücke gefunden im System. Genau, die Hörerfrage haben wir an der Stelle noch nicht beantwortet. Das passt an der Stelle hervorragend. Vielen Dank, dass du aufpasst, Dennis. Und zwar war die Frage, die bezog sich auf einen Artikel, der glaube ich bei 90 Minuten oder OneFootball oder was auch immer war. Und zwar die Frage, ob wir so ein bisschen ähm Wusstest du die Frage nicht nur vorlesen? Ja. Ich weiß, also die Frage kommt von Kai und er schreibt, ich weiß zwar, dass wir gerade ohne guten Fußball leben müssen, aber dieser Text beschäftigt mich sehr kritisch mit der Eintracht schon Kaderpolitik und leider hat der Autor recht. Wollt ihr das mal diskutieren? Also das ist so die Frage, die da drin steht. Also es geht im Prinzip um dieses Thema, dass wir viele Spieler aus anderen Ländern haben und ob nicht irgendwie, das hatten wir glaube ich auch schon mal an einer anderen Stelle, dieses Thema, die eigene Jugend so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das wird gerade so ein bisschen in diesem Artikel verglichen mit England, so nach dem Motto englische Nationalmannschaft immer schlecht. Auf einmal haben die Vereine wieder auf eigene Jugendspieler gesetzt und bumm läuft der ganze Dachs wieder. Also vernachlässigend machen wir als Eintracht den Fehler mit unserer Kaderpolitik, dass wir die eigene Jugend zu sehr außen vor lassen. Also das kann ich ganz schnell erklären. Nein, die Sache ist doch einfach die. Ich finde den Ansatz natürlich irgendwie ja, akzeptabel, aber die Sache ist doch einfach die, wir haben den Unterbau nicht und das schließt ja eine andere Diskussion an, die es noch weiter geben wird, über die wir ja auch schon sprechen sollten. Der Unterbau ist einfach nicht da, die Jugend so zu fördern, dass du sagen kannst, okay, du kannst dich langsam heranziehen. Entweder musst du einen richtig, richtig guten Fußballer haben, der muss es dann gleich in der Saison beweisen, im Training oder er fällt halt durchs Raster, wie leider dummerweise mittlerweile fast alle durchs Raster fallen und deswegen ist es ja vollkommen richtig, dass dieser Punkt mal angesprochen wird. Keiner der Leute, die irgendwie perspektivisch mal geholt wurden, hat es in der vergangenen Zeit einfach geschafft. Ein Deji Bayreuther, den wir irgendwie zufällig bei irgendeinem hier in der Maizal mal gesehen haben, Basti, erinnerst du dich? Er hat mich erkannt. Ja, genau. Ist das gut oder schlecht? Man weiß es nicht. Der ist jetzt, der ist jetzt irgendwie auch weiter gewechselt und das ist, das war ja noch so ein Typ, wo du gedacht hast, na gut, vielleicht, jetzt ist jetzt so Hoffenheim 2 gewechselt. Im Endeffekt schafft es keiner. Man muss ganz ehrlich so hart sein und muss sagen, es schafft aktuell keiner wirklich den Sprung in den Profifußball. Aber es hängt aber auch damit zusammen, es hängt aber auch damit zusammen, dass das Leistungsniveau der Eintracht in den letzten Jahren so krass nach oben gegangen ist, dass es einfach extrem schwer ist, für Leute sich da durchzusetzen, gerade wenn, und da muss es auch ehrlich sein, die Eintracht nicht so eine krass gute Jugendarbeit, die ist ordentlich, aber das ist keine krass gute Jugendarbeit, die letzten Jahre in der U19 immer gegen den Abstieg gespielt. Das hat schon einen Hintergrund. Und dann hängt es einfach auch, dann ist es halt einfach so, dass du nicht erwarten kannst, dass die Spiele entweder so performen oder du sagst, naja, okay, wir wollen unsere Spiele hochziehen, dann wirst du aber zwangsläufig bestenfalls im unteren Mittelfeld landen oder regelmäßig gegen Abstieg spielen. Das kannst du machen, du kannst dieses System forcieren, aber dann musst du dich halt gleichzeitig von gewissen Ansprüchen verabschieden. Dieses Beidseitige gilt aktuell nicht, weil wir dieses Fundament nicht haben und halt immer noch nicht geschafft haben, ein konsequentes Leihsystem zu entwickeln mit einem Verein, wo wir andauernd Spieler hinverleihen und die einen Bonus auch davon haben. Das haben wir nicht. Das heißt, wir sind im Endeffekt mehr oder weniger konzeptionslos oder konzeptlos und dann gibt es einfach keine Möglichkeit für Jugendspieler so krass heranzuwachsen, wenn sie nicht wirklich sich so aufträgen, wie es ja bei einem Digger der Fall war, der unglaubliche Qualitäten hatte, aber die sehe ich aktuell nicht und die sieht der Trainer offenbar auch nicht. Ja, ich finde, Marvin hat den wichtigsten Punkt ja eh schon angesprochen, zu sagen, wenn die Qualität nicht da ist, du kannst es ja nicht erzwingen. Ich glaube einfach, dass die Entwicklung der Eintracht, ich glaube, dass du so eine Bundesliga-Mannschaft und dass alles, was wir auch drumherum gelobt haben, Social Media und die Professionalisierung und alles Mögliche, was gerade um die Eintracht rum, alles auch noch passiert und auch noch teilweise in Entwicklung ist. Also wir dürfen auch nicht denken, dass wir jetzt irgendwie schon irgendwie so gefestigt wie Gladbach sind. Wir sind aber dabei, zumindest zu sagen, okay, wir sind eine Bundesliga-Mannschaft, die vielleicht jetzt nicht mehr wie früher als erstes denkt, okay, Hauptsache 40 Punkte, sondern dass wir denken, okay, wir wollen, weiß ich nicht, mal einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen, was ja auch schon ambitioniert ist. Ja. Und ich glaube einfach, dass die Entwicklung in dem Jugendbereich gar nicht so schnell voranschreiten kann. Ich glaube schon, dass das eingeleitet worden ist, aber die Früchte wirst du halt nicht direkt ernten. Du kannst nicht innerhalb von zwei Jahren eine funktionierende Jugendarbeit implementieren. Das dauert halt fünf Jahre. Ich hoffe, dass die Eintracht da dabei ist, dass sie da fähige Leute geholt hat, aber das wird auch dauern, gerade weil du im Jugendbereich auch immer mehr Geld brauchst, um dir die Talente auch irgendwie zu sichern, wie wir haben es ja gesehen. Es gibt ja diverse Dokus über Red Bull Leipzig, wie da schon Gelder an 12-Jährige, 13-Jährige fließen. Da musst du dich halt auch ganz neu behaupten. Und ich glaube einfach, dass hier das Problem einfach eine Zeitfrage ist und die Zeitachse bei Jugendarbeit größer ist als bei Profiabteilungen und irgendwie Professionalisierung innerhalb des Vereins. Also das ist, glaube ich, so dieses Ding, dass man sagen muss, okay, wir müssen halt warten, weil, weiß ich nicht, er hat England angesprochen, aber wir können ja auch den DFB als Beispiel nehmen, als diese unsägliche, was war das, EM 2000 war, wo wir gegen Lettland irgendwie unentschieden gespielt haben, wo dann auch angefangen wurde, wo dann irgendwann die Generation Götze, Özil, Neuer und so rauskam. Ja. Das dauert. Also, das weiß ich nicht. Das werden wir, wenn die Eintracht das jetzt angefangen hat, werden wir das vielleicht in fünf Jahren merken oder so. So gehe ich mal davon aus. Das ist dann vielleicht so. Nichtsdestotrotz kann es natürlich immer sein. Und Marvin hat es gesagt, ich glaube nicht, dass die Eintracht per se keinen jungen Spiel einsetzt. Die müssen halt dann die Qualität von Indika haben und dann musst du halt, wo ist Indika? Ich glaube, ist dann auch sehr ausgebildet worden. Ich weiß jetzt gar nicht. Dann musst du es halt auch so machen. Dann bist du halt so. Da hat der Marvin doch auch einen richtigen Punkt angesprochen, nämlich ist der Sprung da nicht vielleicht ein bisschen zu heftig? War jetzt wieder ein Fehler? Ich habe das gelesen gehabt, die Tage, dass diese Kooperation mit SVW in Wiesbaden jetzt wieder alles gesagt wurde, das funktioniert jetzt doch nicht, obwohl es da ja anscheinend sehr weit war von den Gesprächen her. U23 haben wir ja auch damals abgeschafft gehabt, die zumindest das Becken so ein bisschen hätte auffangen können. Ein bisschen Perspektive. Manche Spieler, dieser Sprung, glaube ich, zwischen der U19 oder dann auch, ihr habt es richtig gesagt, eigentlich entwickelt sich das ja schon in der U17, siehst du schon, hat er das Potenzial, da zu machen. Ich glaube, der Sprung ist einfach viel zu krass und das ist was, was bei der Eintracht, glaube ich, auch die letzten Jahre, wo du immer gesehen hast, natürlich ein schönes Leihmodell mit einem Verein auch aus der Nähe, denn natürlich gibt es immer Interessenten und wir haben ja auch gesehen, manche Spieler haben dann einen Vertrag bekommen, wurden dann verliehen, irgendwo hin, aber das ist meistens, glaube ich, auch sehr schwierig, dann umzusetzen, wenn du aus dem kompletten Familienumfeld etc. weg musst. Ich denke, da wirst du gar nicht so weit kommen, deshalb finde ich es sehr schade, dass, klar, damals FSV Frankfurt, das war ja das beste Beispiel, dass da auch nie so richtig was gelaufen ist. Jetzt mit Wien Wiesbaden hatte ich noch ein bisschen Hoffnung gehabt, dass das jetzt auch wieder gescheitert. Also ich denke schon, dass da im System auch um diese Lücke, und Basti, da bin ich auch bei dir, natürlich, wenn du jetzt all was umstellst, hast du immer eine Zeitverzögerung von so und so vielen Jahren, bis da Früchte kommen. Ich glaube aber, die hättest du wunderbar auch ein bisschen, naja, jetzt schon ein bisschen abmildern können, indem du gescheite Kooperationen machst, indem du eventuell auch die Entscheidung U23 damals abzuschaffen, war auch, fand ich, ein bisschen, vielleicht voreilig, eine Million zu sparen im Jahr. Aber ganz ehrlich, da reden wir jetzt auch seit Ewigkeiten drüber. Ich will nicht wie in einem Film täglich kusses Murmeltier, weil irgendwelchen Leuten langweilig ist. Ja, aber das ist auch, ehrlich gesagt, nicht das, ja eben, aber das ist auch gar nicht das Hauptproblem. Das ist vielleicht ein Faktor zu sagen, okay, du hast jetzt nicht mehr irgendwie ein Auffangbecken für Spätentwickler, in Anführungszeichen, weil heutzutage sind Spieler, die es erst mit 20 oder älter schaffen, sind Spätentwickler eigentlich, weil, wie du schon gesagt hast, du siehst eigentlich schon mit 17, 18, 19, ob das sowas wird oder nicht. Und klar, dafür ist es nicht gut, dass du dann nicht irgendwie sagst, okay, dann spiel halt nochmal ein Jahr dort unter Profibedingungen, aber das kann man, wie Marvin es gesagt hat, auch mit Leihgeschäften auffangen. Das ist für mich immer noch nicht der Hauptgrund, dass es nicht läuft, sondern eher dieser, ja, der gesamte Jugendbereich. Und da haben wir ja schon die wildesten Storys gehört, die Eintracht hatte dann ganz wenige Plätze, die Eintracht hat sehr, sehr spät dieses Internat gebaut. Da muss man einfach sagen, dass die Eintracht da in der Vergangenheit auch echt nicht gut war, muss man einfach sagen. Also die Eintracht war nicht gut und das jetzt neu aufzuholen ist für die neuen Verantwortlichen auch nicht so einfach, weil das nicht von heute auf morgen geht. Ich hoffe, dass die Eintracht da dran ist, weil eigentlich muss das für einen Verein wie die Eintracht eigentlich immer das Ziel sein, zu sagen, wir bringen jedes Jahr einen raus. Gerade weil du dann wirklich Spiele hast, weiß ich nicht, den bringst du selber raus, zahlst keinen Pfennig Geld für den und verkaufst den für 25 Millionen. Das muss eigentlich unser Ziel sein. Ja. Aber das dauert. Das dauert, ja. Und da muss die Eintracht halt auch nochmal genau, das versuchen die ja. Und das muss man dann auch irgendwie auch zugute halten, dass jetzt auch versucht wird, den Geschäftsraum zu erweitern. Vielleicht denkst du immer wieder drüber nach, okay, lässt die Spieler, die Perspektivspieler auch öfter bei der Profimannschaft trainieren und so weiter und so fort. Das ist alles gute Ansätze. Du musst aber konsequent jetzt ein Konzept entwickeln. Und du hast ja die guten, du hast ja Leute geholt. Du hast ja jetzt, wie heißt der Trainer, der jetzt zuletzt die U19 trainiert hat, weil sie den eigentlichen U19-Trainer gefeuert haben. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Pa, 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 wie heißt der? Weiß der jetzt auch nicht. Ich will immer Pezzalozzi sagen, aber Marco Pezzoroli. So, ja, der hat ja zuletzt die U19 trainiert. Der ist ja aber eigentlich geholt worden, um eigentlich der ganzen Jugendarbeit mehr Struktur zu verleihen. Und genau das muss er jetzt auch machen. Und du musst eigentlich eine Verzahnung entwickeln, dass du sagst, okay, die Spieler haben wir, von denen sind wir überzeugt. Und dann muss eigentlich ein Hübner reinkommen, muss ins System kommen, muss sagen, ich bin eigentlich derjenige, der sich für die Laien jetzt verantwortlich zeichnet. Das heißt, eigentlich bräuchtest du, genauso wie bei Chelsea, ein System, wo du Manager hast, der nur für die Laien, für die Sichtung der Talente, für die Laien zuständig ist, der sich komplett darum kümmert, der ist ein Spieler, der das Potenzial hat. Zu den Vereinen geht, wie wir es jetzt mit Corona-Kilcher haben, wo der Salazar dahin gewechselt ist, wo ich merke, okay, Gino Luthieri kenne ich als Trainer. Erste Liga Polen ist ein machbares Ding für den, da kann er sich eingrooven und dann kommt er vielleicht zurück. Mit Kamada hat ja auch schon gut funktioniert. Und genau das muss ich jetzt auch mit den deutschen Spielern machen. Da muss ich die jetzt irgendwo hinverschiffen, wo ich sage, okay, Zweite Liga, was weiß ich, ja, ey, dann lass es doch Erste Liga Österreich sein. Einfach mal ein bisschen Profipraxis zu bekommen und so weiter und so fort. Und dann kann das doch einfach besser funktionieren. Aber da muss ein Konzept dahinter stecken und auch diese Kooperation auf irgendeinem Niveau. Und dann geht es weiter. Und dann können wir wirklich darüber sprechen, ob es immer noch problematisch ist, dass der Eintritt so viele ausländische Spiele hat, was in dem Artikel im Endeffekt ein bisschen durchscheint. Kann man mir erzählen, was man will. Das merkt, das ist so eine gewisse Kritik, die ich da durchhöre. Und das hat auch nichts mit der deutschen Nationalmannschaft zu tun, weil, weiß Gott, wir haben deutsche Spiele, das haben wir auch in der letzten Saison gehabt und trotzdem wurde niemand nominiert. Also mal mal halblang. Also insofern, ein Klinsch mit der UEFA sehe ich da jetzt auch noch nicht so wirklich. Also die Mischung muss gefunden werden, da gebe ich dir recht. Aber das kann dann nur passieren, wenn du dementsprechend in den U-Bereichen alles so professionalisiert hast, dass du es hochziehen kannst. Und dass auch die Leute einfach auch gewillens sind. Da muss ich auch ehrlich sagen, Nils Stendera hat in den letzten Jahren auch nicht zwingend immer das Engagement gezeigt, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass er dann sich so anbietet, dass er sagt, dass man sagen kann, ihm fügt kein Weg dran vorbei. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass deutsche Jugendspiele oftmals auch zu satt sind. Das ist eine ganz andere Diskussion, die aufgemacht wird, aber darüber wird lustigerweise in dem Kommentar nicht gesprochen, denn das ist nämlich was ganz anderes. Guck dir an, welche Spiele es hochschaffen. Da kommen die lustigerweise total aus irgendwelchen Problembereichen hoch, weil es der einzige Chance ist. Vielleicht sollte ich mal darüber sprechen, dass die ganze Playstation-Generation vielleicht nicht nur Pizza essen irgendwo hinter dem Fernseher sitzt, sondern vielleicht auch noch mal mehr tut. Ja, wenn sie das Talent haben. Unser Eins hat nicht das Talent gehabt, aber darum geht es halt auch. Das ist mehrschichtig. Und dann gleichzeitig ist es auch so, dass du eine größere Betreuung brauchst, dass du eine bessere Bildung brauchst. Du brauchst ein anderes System dahingehend. Es sind so viele Dinge und du kannst nicht einfach sagen, ja gut, ja, noch zu wenig deutsche Spiele, das ist aber jetzt kacke. Da hängt halt wesentlich mehr dahinter. Sorry. Ja, finde ich auch. Da hast du wirklich recht. Es wäre halt trotzdem, und Marvin und ich haben es ja auch im Garten gesagt, als sie dieses U21-Finale kommen, es wäre schon geil, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, U21-EM-Finale guckst und da spielt einer von Eintracht dabei. Also ist ja, war ja lange nicht so. Ist auf jeden Fall ein strebenswertes Ziel, muss auch für die Eintracht wirklich eine wichtige Säule sein, aber ich glaube, da müssen wir einfach alle noch Geduld haben und ich hoffe, Marvin hat es ja gesagt, dass da auch Personalentscheidungen getroffen werden, die zumindest darauf hinweisen, dass man das Problem erkannt hat, wurde ja auch teilweise, glaube ich, von Bobic so kommuniziert. Nur glaube ich einfach, dass man da wirklich sehr, sehr viel Geduld braucht und sagen kann, okay, das wird vielleicht in drei, vier Jahren interessant zu sagen, dass die Eintracht dann auch dadurch, dass diese Erfolge, die jetzt da sind, und die Eintracht hat ja wirklich, wirklich nochmal an Power und Elektrizität gewonnen, das, was du jetzt auf dem Transfermarkt siehst, dass irgendwie Durm und Kor einfach selbstverständlich sagen, ja klar, geil, ich habe Bock auf die Eintracht, dass auch Jugendspieler das sagen, zu sagen, ach geil, ich habe echt Bock bei der Eintracht, Jugendspieler zu werden. Das war ja nicht immer so. Ich kann mir vor fünf Jahren keinen Jugendspieler vorstellen, der denkt, geil, ich will mal auf jeden Fall der Nachfolger von Johannes Flum werden. Ja, aber das ist genau der Punkt. Wie geht ja alles damit rein. Und das ist ja genau der Punkt, wenn der, der Mensch, der jetzt in diesem Beitrag da geschrieben hat, sich jetzt den Kader mal anguckt, natürlich sind es jetzt auch zugekaufte, aber im Endeffekt ist da auch eine, sag ich mal, eine Reintegration ein Stück weit auch da, dass jetzt auch jetzt natürlich durchaus probiert wird, natürlich eine Internationalität herzustellen, aber gleichzeitig, dass wir auch deutsche Spiele haben, wo sich vielleicht der kleine, ja, was weiß ich, der kleine Hans-Martin, siebenjähriger Hans-Martin noch mehr zu Hause fühlt, wenn er halt, wenn er halt einen kleinen, kleinen Dominik Korr, der da rumhampelt, rum sieht, oder einen großen Dominik Korr, dann ist doch auch gut. Also ich glaube, auch da wird man viel getan, ich denke, die Eintracht ist definitiv dran, aber es funktioniert für die Eintracht auch aktuell, selbst mit diesem Budget, was momentan da ist, nur in einem pluralistischen System. Ja, mir wäre das ja auch prinzipiell egal, ob das deutsche Spieler sind oder nicht, du kannst auch einen geilen Brasilianer der Jugend haben, wo mir das ist mir auch egal. Ja gut, das ist ja genau das, was mit seiner Sache gemacht wurde, sondern da ist er mit Sicherheit nicht gekommen, um die Eintracht jetzt sofort zu verstärken, aber man hat gemerkt, man kommt günstig an jemanden, perspektivisch interessanten Spieler und genau so funktioniert es. Wir müssen halt, genau das Ding ist, dass man halt jetzt sagt, ah ja gut, vielleicht kriege ich doch mal irgendwie einen jungen Dax da, aber gleichzeitig muss das halt auch finanziell machbar sein, weil jeder, der irgendwie zwei gerade Beine hat und irgendwie einigermaßen für Deutschland auflaufen kann, der ist halt gleichzeitig in einem krass anderen Budget momentan. Das ist halt auch die Perversion dieses Gesamtsystems, der wir unterliegen, ohne jetzt wie Bruchhaken klingen zu wollen. Finde ich auch. Also das sehe ich auch noch entspannt, auch wenn ich das Problem sehe, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich denke, oh das muss nächstes Jahr passieren. Weil wie Marvin es schon sagt, es hindert niemand Nils Stenderer daran zu sagen, ey, dann gib halt so Gas, dass du den einen oder anderen verdrängst, weil es gab ja auch die Zeiten, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hütter gesagt hätte, oh ich lasse auf jeden Fall den Jugendspieler draußen und lasse auf jeden Fall Williams in Leverkusen spielen und gehe hier 6-1 baden, sondern es gibt ja auch Gründe, warum gewisse Trainer nicht nur Hütter, sondern auch Kovac den einen oder anderen nicht eingesetzt hat. Ja, das weiß ich. Dann ist es halt so und gerade wenn ich auch die Stimmen höre und das hat mich ein bisschen genervt, als Waldschmidt so viel gescored hat, Waldschmidt war zu dem Zeitpunkt, als er hier war, natürlich hat er nicht die Chancen gekriegt, er hat aber auch jetzt nicht unbedingt Bäume ausgerissen und hat er auch danach direkt nicht. Also der hat es auch beim HSV nicht und bei Freiburg auch nicht direkt. Das heißt, die Entwicklung findet jetzt erst statt und vielleicht hat die Eintracht ihm einfach dann da nicht die Zeit geben wollen können oder er wollte halt schneller und hat es über Umwege geschafft. Ich finde immer sehr, sehr schwierig, wenn man diese Vergleiche ranzieht, ja, hätten wir den mal behalten. Wissen wir, ob der so eine Entwicklung genommen hätte? Keine Ahnung. Die kostet bei uns ja auch im Endeffekt dann. Eben, ja. Und ja, finde ich schön, dass du das nochmal ansprichst, Basti, weil gerade die Waldschmidt-Transformation, jetzt habe ich die ganze Zeit Post-Transformation im Kopf, die Waldschmidt-Transformation ist ja durchaus eine, die auch ihre Wellen genommen hat. Und bei Waldschmidt ist es halt so, der ist aufgebildet. Sie hat sich eigentlich so ein chemischer Begriff. Ja. Ich habe es jetzt in dem Buch nachgelesen, die Waldschmidt-Transformation. Die ist halt, ja, die konnte halt auch nur so gut funktionieren. Das ist halt das Freiburg-Ding. Du hast einen geilen Trainer, der Bock auf dich hat, der dir vertraut und dann performst du halt auch einfach gut. Und auch beim HSV, da war viel Brauchbares dabei, aber nichts, wo du gesagt hast, meine Güte. Und die Eintracht hat sich ja auch anders in dieser Situation auch anders positioniert gleichzeitig. Also ich meine, du hattest, es ging Anspruch und Wirklichkeit ein Stück weit auseinander. Und jetzt freue ich mich mega, dass er so ein geiles, geiler Europameisterschaft gespielt hat und bin gespannt, ob er über die Saison überhaupt noch bei Freiburg bleibt oder ob er jetzt total einkasht, kann ich mir auch vorstellen. Gönn ihm alles, aber das war eine natürliche Entwicklung und man kann nicht eins zu eins alles überlagern. Ach, hätte man den mal behalten. Nee, das funktioniert bei dieser Causa echt nicht. So sieht's aus. Das war unser Weg, wie wir diese Hörerfrage ganz kurz beantwortet haben. Vielen Dank Kai für die Hörerfrage und ihr da draußen auch Fragen von uns ganz kurz und knapp beantwortet haben möchtet. Dann schickt uns doch eure Frage für die nächste oder eine der folgenden Sendungen am liebsten per E-Mail, E-Mail-Adressen findet ihr auf der Webseite. So, und dann kommen wir jetzt endlich zu einer unserer neuen Kategorien. Wir hatten ja am Anfang gesagt, wir haben auch noch zwei neue Kategorien und wir wollen natürlich nicht immer nur nach vorne gucken, sondern man muss ja auch in der heutigen Zeit immer mal so ein bisschen zurückschauen und wir wollen natürlich auch mal auf ehemalige Spieler schauen und deswegen haben wir eine neue Kategorie unter dem Titel Was macht eigentlich Anlehnungen an Vorkommnisse in anderen Podcasts sind rein zufällig und Marvin hat sich mal in die Tiefen des Internets begeben und hat mal geguckt, was ehemalige Spieler oder so tun und bin jetzt mal sehr gespannt, was Marvin an Spieler rausgesucht hat. Ja, ich habe eigentlich sogar mehrere, aber ich muss mich jetzt für eins entscheiden. Schwierig, schwierig. Welche Liste sollen wir dir eine Zahl nennen? Naja, war nur eigentlich N, lieber N, B oder V? N, B oder V? A, B oder C? Goldene Mitte, Marvin. Ich wäre auch für B. Ich auch. dann weile ich es von allen, aber gut, egal. Dann geben wir uns ja nicht zur Auswahl. Mann! Na gut, na gut, ihr habt es nicht anders gewollt. Ja, Enes Benatirer, liebe Leute, wer erinnert sich noch? Hand hoch, ja? Ich sehe es ja eh nicht. Aber nicht so lange. Ich muss mal sagen, ist das noch relativ dicht dran, glaube ich. Ja, gut, ich kann auch mit dem anderen anfangen. Fällt dir gut an, in diesem Kiel? Gut, dann mache ich das, wie ich das will. Und zwar, ein griechischer Nationalspieler. Und wer fällt euch da denn ein? Liberopoulos. Aha, falsch, falsch. Manzios. Aha, wann geht es Manzios? Der alte Frechdachs, der 2008 zur Fondation Seintracht gekommen ist, ausgeliehen, ja, ausgeliehen, wohlgemerkt. Und er war auch ja nur ein halbes Jahr da, besser war's. Hat er aber in Leverkusen mal ein wichtiges Tor geschossen, da war ich im Auswärtsblock, das war geil. Ja, ohne Scheiß. Es war auch gefühlt das einzige Tor, was er geschossen hat. Nicht nur gefühlt, es war de facto das einzige Tor, was er geschossen hat. Okay. In zehn Spielen, ein Tor gemacht, noch eine Vorlage. War eher ein Spieler, von dem man sich viel erhofft hat, aber der relativ wenig gehalten hat. Wurde damals unter Otto Rehagel in die Nationalmannschaft nominiert. Oha. Hat da auch sieben Spiele gemacht, kein einziges Tor erzielt, ist aber 36 und spielt heute noch, ja, spielt heute noch für Olympiakos Volu. Es ist ein Fußballverein. Es ist ein Fußballverein, das wollte ich jetzt, das wäre meine erste Frage gewesen. Muss man noch dazu sagen, aber der Herr Vangelis Mancios hat dann nach der Eintracht eine bewegte Karriere eigentlich noch hingelegt, war ja von Panathinaikos ausgeliehen, ist dann irgendwann zu Anathosius Famagusta, dann hat er mal den Weg Ist er nicht nochmal in Bremen aufgetaucht irgendwann? Er wurde mal in Bremen zwischenzeitlich nochmal gerüchtet, weil es dann irgendwann nochmal ganz gut bei Anathosius hat es doch einigermaßen gut funktioniert, deswegen ist er wieder zu Panathinaikos, dann, naja, lief es nicht mehr so gut, dann ging es aber trotzdem mal kurz nach Portugal zu Maritimo wieder Griechenland, zwischenzeitlich auf Greta gelandet, ja, keinen blöden Witz, und dann hat er sich gedacht, okay, jetzt muss ich wieder die große weite Welt sehen, ist 2012 nach Baku gewechselt, Baku, der eine oder andere mag sich erinnern, zu FK, dann ging es aber wieder zurück nach Griechenland und das Lustige, was eigentlich in seiner Karriere noch passiert ist, eigentlich wirklich nennenswert ist, dass er 2017 mal auf, ja, auf Drogen getestet wurde, beziehungsweise auf Doping getestet wurde und 2016 war das, Ende 2016 und ist dann erst mal schön gesperrt worden. Sehr, sehr spät für Doping, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Jetzt probiere ich es nochmal. Also ich will auch nichts sagen, aber ich meine, wer gesehen hat, wie er Fußball spielt, hätte feststellen müssen, dass das Doping jetzt da auch nicht wirklich hilft, weil er einfach so ein, ne, relativ grobkerniger Fußball gewesen ist und dürfte dann aber tatsächlich bis 2017, bis Februar 2017 nicht spielen, hat es dann aber mal geschafft, hat es dann aber trotzdem noch geschafft, einen anderen Verein zu finden bei Sirmes in der Niederung der griechischen Liga und irgendwie, keine Ahnung, hat er gute Beziehungen, dass er selbst mit 36 Jahren noch im griechischen Profifußball spielt, seine Torausbeute blieb begrenzt, das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr großartig weitergehen, aber mit 36, also man kann wirklich sagen, elf Jahre, nachdem er bei der Eintracht war, immer noch im Profifußball aktiv, eine der kleinen Wunde, dass sie es noch so lange geschafft haben, Vangelis Manzius, mein Spiele der Woche. Okay, ich begrüße Sie, Marvin. Gut, sehr schön, gefällt mir. Sehr schön. Wir haben ja zwei neue Kategorien, wir können ja jetzt schon mal aufrufen, wir brauchen Intros, oder? Wir brauchen definitiv Intros, also der Plan ist, dass diese beiden Kategorien uns über die Saison begleiten werden und wer sich jetzt in der Lage fühlt, uns dafür ein schönes Intro zu machen, der schickt es uns und für die zweite Kategorie brauchen wir auch noch ein Intro, aber da sagen wir euch jetzt noch nicht, was das für eine Kategorie ist, die kommt ein bisschen später, wir haben nämlich da noch so das ein oder andere Thema dazwischen, ja liebe Leute, ihr habt richtig gehört, wir sind noch nicht durch, wir haben noch ein paar Themen. Ja, das hat mich jetzt selber überrascht. Was, dass wir noch Themen haben? Ich hab gedacht, wir sind jetzt bei den Kategorien, wir machen das so wie eine neue Figur. Nein, bevor die nächste Kategorie kommt, stehen hier noch drei Themen dazwischen. Achso. Das wird aber in der neuen Saison nicht sein, die werden es schon aneinander anschließen, oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Okay. Gut. Gut. Dann müssen wir jetzt, es kam gerade eben hier im Chat auch hoch, nachdem wir jetzt die eine neue Kategorie durch haben, mal noch über diese 120-Jahr-Feier sprechen. Das war nämlich auch gerade eben noch eine Anmerkung im Chat, die hat ja auch stattgefunden. Die Eintracht ist 120 geworden. Es gab ein großes musikalisches Fest im Stadion, wo einmal quasi musikalisch durch die Vereinsgeschichte geführt worden ist. Ich hab's im Stream verfolgt. Ihr wart, glaube ich, alle vor Ort, oder? Ja. Du warst auch da, Dennis? Ja, ich war tatsächlich auch da. Das bin ich mal bescheuert. Hast du nichts gesagt? Ja. Weil wir im Endeffekt nur kurzfristig dann ja da waren, dementsprechend schwierig. Kurzfristig? Schwierig. Nein. Ja, okay, okay, okay. Ich merke das schon. Merke ich mir. Next time. Next time. Boah, next time. Okay. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr großartiges Ding, wie ich fand. Ich muss sagen, ich fand's auch besser, als ich dachte. Ich wollte erst gar nicht hin. Warum? Ja, ich hab dann gedacht, das weiß ich nicht. Irgendwie war ich dann auch noch, als die Karten und so in den Verkauf gingen, war ich auch noch so ein bisschen ausgebrannt. Okay. Dann wollte irgendwie keiner mit. Das ist es, ja. Kurz vorher ging's dann so los, also das war wie so, was die Bayern sich im Transfermarkt erhoffen, war dann quasi auch so, der erste Dominikstein ist gefallen und da grüße ich heute zum dritten Mal den Herrn Noßner, Freund unserer Sendung, der dann gesagt hatte, ja, er hat sich jetzt einfach mal Karten geholt und dann hab ich angefangen zu überlegen, dann hat er der nächste angefangen und irgendwie waren wir eine große Gruppe, Stefan Reich war noch da, Marvin hat dann auch noch Karten gekriegt. Ja, und dann waren wir doch irgendwie eine sehr große Gruppe dann und dann eigentlich hatte ich keine Erwartungen und am Anfang hab ich auch gedacht, dass diese keine Erwartungen auch erfüllt werden, weil es am Anfang hat sich ein bisschen gezogen, muss ich sagen. Also das heißt, die Stücke von der Geschichte wurden dann angeschlossen an sehr, sehr lange Musikstücke, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt mich angezündet haben, sondern eher bedächtig dort sitzen lassen haben, aber das wurde dann immer, immer besser, dass auch schon der eine oder andere Moment dabei war, wo ich auch so ein bisschen Tränen in den Augen hatte und ja, wow, ich fand's dann echt einen geilen Abend. Okay, sehr schön. Ja, also ich finde... Gehe ich mit. Ja, war ganz nett. Also ich fand die Idee erstmal ziemlich grandios. Also das war schon ziemlich cool, dass man sowas überhaupt macht. Die Idee fand ich super. Ich fand, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass die Zeit zwischen 1933 und 1945 so aus, ja, nicht ausgeblendet wurde, aber thematisch sehr, sehr dünn behandelt wurde. Da könnte man eigentlich mit der Eintracht als Positives Beispiel vorangehen, weil die Eintracht ja wirklich viel gemacht hat in Sachen, wie ist der Klub mit dieser Zeit im Nachhinein umgegangen, hat viel selbst herausgefunden über sich, also wirklich selbstreinigende Prozesse, was ich total toll finde. Grüße hier gehen raus an Mazatoma, der da sehr, sehr viel gemacht hat. Das hätte man ein bisschen mehr beleuchten können. Ich weiß über die angespannte politische Situation in Deutschland generell und weiß, dass man vielleicht da das nicht zu sehr stressen will. Trotzdem fände ich das ganz cool gefunden. Ich muss sagen, dass es musikalisch, also dass mir der lustigerweise der klassische Teil wesentlich besser gefallen hat als der trivial musikalische Teil, weil da war die Musikauswahl so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, jetzt R.E.M. fünf Minuten, R.E.M. bei 1992 Rostock. Alter Falter, fünf Minuten kriegt es da jemand, everybody hurts. Und du denkst dir, Alter, jetzt ist das aber auch langsam gut. Na gut, Coldplay war jetzt auch nicht so passend. Nee. Man hat sich gerne anstecken. Ja, am Ende dann Coldplay, ja, schwierig. Man muss auch sagen, selbst Hassan Anuri kam nicht so unfassbar gut an. Ja, muss ich sagen. Wollte ich auch gerade erwähnen. Das hat mich gezündet. Schwierige Konstellation. Hat nicht so wirklich gut funktioniert mit dem Publikum. Vielleicht hätte man einer der Rapper und Hip-Hop-Artists, die fester verwurzelt sind mit der Frankfurter Fan-Kultur, hätte man sich dann eher auswählen können. Und ich denke hier an Bosca, Vega oder Celo und Abdi. Ich glaube, jeder der vier oder zwei, hätte etwas mehr gebrannt. Mega mehr gezündet, selbst hier Casanova oder so. Der hat auch mal ganz gut, auch Frankfurter Jungs, glaube ich mal, gemacht. Auch richtig geiler Track. Also das mäßig, muss ich sagen. Aber geil natürlich für mich. Total super. Großer Fan. Die Rottgau-Monotons. Das war super geil. Also das Siegkampf war nicht super geil. Es gab so ein paar Highlight-Momente, muss man schon sagen. Da hat ich Pipi im Auge. Ich auch. Richtig geil. Dieses Ding. Und auch dann die Gesänge zwischendrin, natürlich auch die Standing Ovations als die Meistermannschaft, die Meisterschale präsentiert hat, zumindest das, was noch übrig ist. Das war sehr emotional. Dann natürlich die Pokal-Momente. Aber Rostock noch mal kurz nachgedacht. Aber wie Marvin es schon sagt, Musikauswahl war nicht ideal an manchen Stellen, muss man schon so sehen. Aber die Leute haben es aufgenommen. Ich finde, da kann man auch immer bei seinen Schatten springen. Dann weiß ich nicht. Dann sumpft man halt mal das Instrumental von Coldplay mit. Meine Güte, ist doch egal. Wir haben uns da irgendwie ein bisschen für die Internationalität gefeiert. Man hat sich dann auch anstecken lassen. Fand aber ganz geil, dass trotzdem die Botschaft des Abends war, dass Eintracht irgendwie eine Familie ist, dass auch noch mal diese Internationalität und diese ganz klare Abgrenzung zur AfD noch mal irgendwie trotzdem auch auf so einem Anlass trotzdem betont wurde. Und du hast halt trotzdem gemerkt, was ich, ich saß mit Stefan Reichter, wir haben uns dann auch gut einen reingestellt irgendwann. Aber ich muss sagen, was ich auch interessant fand, war mal diese ganzen, wir haben ja dann auch diese ganzen, Tankart hat ja dann auch noch ein paar Europapokallieder auch noch angestimmt, zusätzlich zu dem Schwarz-Weiß-Bischnee, dass man diese ganzen Lieder plötzlich einmal ohne Anspannung singen konnte, war ein ganz neues Gefühl, fand ich. Also du standst dann da und wusstest, du singst diese Lieder ohne, dass irgendwie vorher, nachher oder mittendrin irgendwie Emotionalität dabei ist, sondern das ist einfach so ein bisschen beseelter gewesen, fand ich. So einfach Europacup singen, ohne dass irgendwie auf dem Platz gerade was passiert, wo du irgendwie noch eine Anspannung in dir trägst. Fand ich ein ganz angenehmes Gefühl. Ja, glaube ich. Ja, schade, dass Herr Reichs Wunsch mit Louis Holtby, ja, das hat mich auch das Herz gefühlt. Was? Stefan Reich hat zwei Stunden gewartet, bis Louis Holtby verkündet wird. Leider. Warum? Kann aber auch an dem steigenden Bierkonsum geliehen. Das klingt nach schnell steigendem Bierkonsum. Okay. Ja, war auch allgemein runde Sache. Wir haben uns alle nach dem Museum getroffen, Zambrine war noch da, liebe Grüße, Heike Brufka war noch da. War cool, wir haben Pia und Bewe natürlich getroffen. Ja, besser. Wir waren dann in der Gruppe noch am Jock-Jock. Wo auch? Kam am nächsten Tag um elf Uhr mittags nach Hause. Um elf Uhr. Naja, ungeplanter Abends sind meist die besten, keine weiteren Angaben. Aber ich muss sagen, ich fand es cooler, als ich am Anfang dachte. Ja, war schon nice. War eine gute, Aktion. Und was wir natürlich, wenn wir über diese, diese Festivität sprechen, auch nicht vergessen dürfen, ist das neue Heimtrikot, was vorgestellt wurde, was uns jetzt zur nächsten Thematik bringt, nämlich die Frage, wie absolut mega oder absolut scheußlich die Trikots sind oder auch nicht. Das hat ja so ein bisschen zu Kontroversen geführt. Ich glaube am Tag danach oder zwei Tage danach war ja dann noch das Auswärtstrikot, was sie vorgestellt haben und dann nochmal mit ein bisschen Verzögerung das Ausweichtrikot. Ich hatte auf Instagram mal so ein bisschen gefragt, wie so die Meinung von unserer Hörerschaft zu dem Trikot ist und das Feedback, was ich bekommen habe, war so, naja am Anfang war es so ein bisschen schwierig, aber umso öfter man es gesehen hat, umso okayer oder gut war es eigentlich jetzt bezogen auf das Heimtrikot. Was war denn so eure oder was ist denn so eure Meinung dazu? Ich fand es prinzipiell von Anfang an gar nicht so schlecht. Was man sagen muss, ist gerade beim Heimtrikot, der Ausschnitt am Rücken sieht halt sehr komisch aus, wenn du keine Beflockung hast. Dementsprechend, also ich finde, es ist mal wieder Pflicht, wenn du dir das Trikot holst, insbesondere das Heimtrikot, dass du eine Beflockung brauchst. Das Auswärtstrikot mit diesen zwei Farben finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Das Goldene habe ich leider so auch noch nicht wirklich. Jetzt würde ich gerne mir mal ein Live angucken, weil ich es mir noch nicht so ganz vorstellen kann. Es ist ja wieder so ein bisschen gerippt und keine Ahnung. Also wie gesagt, Heimtrikot finde ich eigentlich okay, aber ich finde, es ist eine Beflockung und Pflicht, damit im Endeffekt dieser komische schwarze Ausschnitt hinten, weil sonst diese Streifen halt einfach im Nichts enden und das ist, finde ich, immer bei den Trikots ein Problem. Oder wie seht ihr das? Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, wie ich das finde. Es ist auf jeden Fall, ich kaufe, ich bin immer so schnell dabei, dass ich denke, das schwarze habe ich zum Beispiel gedacht, geil, das kaufe ich auf jeden Fall. Ja. Bei dem bin ich noch am Überlegen, was ich sagen. Ich finde, das sieht an den Spielern gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte, aber die sind halt auch besser trainiert als der Ursprung. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, an Spielern sieht das schon teilweise nice aus und hat auch so ein bisschen was, ja, also das könnte auch ein Shirt von ASOS sein, also man geht da schon auf junge Leute zu, muss ich sagen. Diese bunte Streifenoptik. ist jetzt nicht gerade unmodern. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hole mir lieber das Ausweichtrick, das finde ich ganz nice. Wieder ein weißes. Das Goldene? Nee, das Weiße. Ach, das Weiße, das Auswärts. Das Auswärts. Ich habe Ausweich verstanden, deswegen. Ich habe auch Ausweich verstanden. Habe ich vielleicht auch gesagt. Ja. Ist auch für mich die sechste Stunde lieber, wenn sie hier noch Fragen reinballasen. Ja, und wir sind immer noch lange nicht durch, wir haben noch ein paar Dinge, aber bleiben wir erstmal hier. Herzlich willkommen bei 93, meine ich. Nee, aber Basti, findest du das nicht ein bisschen komisch mit diesen zwei Farben an Armen und so weiter? Ich weiß ja nicht, da konnte ich mich jetzt noch nicht so. Ja, vielleicht ist es auch so, dass ich sage, okay, das ist nicht ganz so schlimm wie das erste. Das kann auch sein. Ja. Weil mit dem Goldenen kann ich auch nichts anfangen. Das sieht aus wie so ein fleischfarbener Bodysuitanzug. Also, bin mir nicht sicher. Ich würde so etwas sonst tragen. Ja. Also, ich sage mal so, wenn ich mir eins von den drei kaufen würde und mache ich wahrscheinlich auch ein Line aus Tradition, damit mein Fenster noch voll boah hangen ist, werde ich mir das weiße kaufen. Auch wenn ich Dennis die Bedenken teile, aber wenn ich da vier, fünfmal hinschaue, finde ich es eigentlich ganz nice mit diesem kleinen roten Highlight. Aber ich muss abschließend unterm Strich sagen, wir hatten schon bessere Trikotjahre, meiner Meinung. Marvin? Ich finde es eine Ordnung. Ich kaufe mir eh keine Trikots. Du darfst auch nicht, nachdem, was du da hast. Nee, darf ich nicht. Nee, nee, darf ich nicht. Aber wie gesagt, wenn man die Trikots auch geschenkt bekommen hat, sind wir danach abgestiegen. Schenk dir Marvin Größe XS natürlich. Nehmt es einfach nicht an. Da müsste ich jetzt irgendwelche Fake News verbreiten von wegen, dass das irgendwie, besonders die vergangenen Trikots oder so, weil die die ganzen, wenn man mir ein Original-Tetra-Pack-Trikot kauft, dann geht es mit Sicherheit schief. Immer wenn mir einer 2000 Euro überwiesen hat, außer nicht, das ist einfach abgestiegen. Blöd. Also, wisst ihr ja Bescheid. Es ist wie verhext. Schicksal nicht heraus, Leute. Wie verhext ist es hier. Immer wenn einer einfach aus mich 2000 Euro an den Marvin überwiesen hat, zack, Eintracht abgestiegen. Naja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber es ist halt nicht. Also, ich finde das aktuelle Trikot, ich finde es ganz gut. Also, mir gefällt es. Ich bleibe dabei. Ich finde es jetzt nicht, es ist jetzt kein Mega-Wurf. Ja, ich habe schon geile Trikots gesehen. Ich finde es aber echt ganz schön. Und ich werde im Laufe der Saison, wenn die Eintracht gut spielen, werde ich dann denken, ach, das sieht schon gut aus. Also, insofern, ich finde, es ist wirklich kein Ding, wo ich sage, und es sieht für mich auch, muss ich sagen, ein bisschen, es sieht ein bisschen individueller aus. Es sieht nicht so aus, als, okay, das ist jetzt das zehnte Trikot, was Nike jetzt, jetzt mit einem anderen Verein präsentiert. Also, es sieht wirklich ein bisschen individueller aus und das finde ich schon mal ganz cool. Hat man ja auch gesehen, bei Twitter ging es doch rum, wo das irgendwie drei Vereine komplett das gleiche Trikot haben. Genau, und das ist so total häufig so. Ja, das heißt, das ist relativ oft sogar. Oder sehr ähnlich. Ja, ich glaube, das Besondere war da, dass sie auch noch denselben Sponsor hatten. und das fand ich ganz interessant. Red Bull oder was? Ne, Suntech irgendwas. Ich weiß gar nicht, welche Vereine es waren. Ich habe es nur mit einem Auge verfolgt. Naja, ja, da gehe ich mit. Es ist, wie gesagt, wir hatten schon, es ist jetzt auch kein Drama. Also, meine Güte. Und Marvin hat es gesagt, ich glaube, der Blick auf solche Trikots hängt auch immer damit zusammen, wie man in der Saison gespielt hat. Also, du hast ja auch so Trikots, das willst du dir gar nicht anschauen, weil du denkst, Gott, kommt doch immer auch darauf an, wer da drinsteckt. Also, wenn Halle mit diesem Trikot 17 Tore macht, den Schaus führt. Ja, genau. Ja, also, ich meine, das ist halt genau der Punkt, wenn du dann überlegst, dass der Spieler X, der dann zwei Wochen präsentiert wird, das ist dann Mario Balotelli, der dann zur Eintracht kommt, die neue Sturmspitze mit Anja zusammen macht. Ja, dann will jeder dieses Trikot kaufen. So sieht es aus. Also, das sage ich jetzt hier, das werde ich auf jeden Fall, hier ankündigen, wenn Balotelli zur Eintracht kommt, werde ich mir auf jeden Fall dieses Trikot kaufen. Und das gerne, dann kaufe ich mir alle drei Trikots. Wie gesagt, noch, er ist noch ohne Verein. Rastig aber auch, das wäre geil, wenn du den, also wenn wir über den Schlüssel für Rebic reden, ich glaube, der ist nicht so schwer zu finden. Ich glaube, der Schlüssel für Balotelli, der ist ganz, ganz klein, den musst du auch wirklich irgendwie stundenlang suchen. Aber wenn du den gefunden hast, dann ist, dann brettert der aber, glaube ich, mal ein paar Dinger rein. Ja, die kommen auf der Rückseite wieder raus. Ja, Problem ist, dem Königs in Frankfurt vielleicht ein bisschen zu gut gefallen. Ja, das könnte, ja, ja. Ich mag einfach nicht deine Telefonnummer geben. Oder ich sperre, ich locke den dann in den Hinterhalt und sage, ja klar, komm, geh mit mir frei, wir gehen da und da, dann schließt den bei mir im Zimmer ein. Mit dem neuen Trikot. Mit dem neuen Trikot und sage, hier hast du einen Ball, trainiere, ich lasse dich in zehn Stunden wieder raus. Und dann gehe ich alleine, das ist auch. Na gut. Dennis, deine Meinung hattest du schon, ne? Ja, ja, genau. Also alles, alles noch, nur bei dir, du sagst auch, ist okay, ja. Ich muss zugeben, ich war bei dem Heimtrikot am Anfang so ein bisschen so, na geht gar nicht. Dann hat es sich auch durch mehrmaligem Ansehen gebessert. Ich finde es nach wie vor sehr unruhig. Also es ist jetzt absolut nicht mein Favorit. Ich würde, wenn ich mir eins kaufe, auch tendenziell eher das Auswärts Trikot nehmen, weil ich das eigentlich mit dieser Farbaufteilung sehr angenehm finde und jetzt meckern auf hohem Niveau, das Einzige, was mich halt dabei stört, ist, dass sie diese farbliche Absetzung des Sponsorenlogos auf dem Ärmel nicht hingekriegt haben. Weil auf der Brust hast du diese Aufteilung mit Eintracht in schwarz und das Nike-Logo dann in rot, da hast du das wieder und dann hast du dieses deutsche Börseding mit dem Blau. Okay. Das passt nicht rein. Also da hätte man dann halt auch da irgendwie gucken können, dass man in diesem Farbschema dann bleibt. Also das hätte man auch noch irgendwie hinkriegen können. Das ist aber jetzt wirklich halt Jammern auf hohem Niveau. Ja, finde ich aber. Niemals aufgefallen, aber gut. Ja, finde ich aber ehrlich gesagt auch echt ein Problem. Ich finde, dass das Alfa Romeo bei uns ganz geil gemacht hat, als sie gesagt haben, okay, dann machen wir nicht mal unser Bundeslogo drauf, sondern schon was Weißes. Ja, weil es halt passt. Da könnten sich, da könnten sich einige Sponsoren eine Scheibe von abschneiden. Ja. Größte Grüße an die Postbank. Die wirklich jahrelang einfach das Gladbach-Trikot komplett versaut. Ja, das stimmt. Was halt auch farblich überhaupt nicht passt. Sogar nicht. Also die Gladbach kann nichts dafür, dass sie so ein hässliches Logam, dann sollen die es wenigstens in der Farbe machen, der auch das Trikot hat. Das finde ich immer skandalös zu denken. Gott, die armen Gladbacher, egal wie schön das Trikot ist, die wissen, da kommt auf jeden Fall dieser hässliche gelbe Balken drauf und da war es. Also, naja. Ja. Gut. Gut, dann haben wir das Thema mit den Trikots auch und dann haben wir hier noch ein Thema, vielleicht schaffen wir das ein bisschen kürzer dafür, bevor wir dann zur zweiten neuen Kategorie kommen. Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Und zwar Thema Frauenfußball, Eintracht und der Zusammenschluss mit dem ersten FFC. Was bedeutet das auch ab, ich glaube, der Saison ab 20? Ja, 2021. Ja, habe ich ja auch reingeschrieben, die Eintracht dann auch mit einer eigenen Frauenfußballmannschaft in einer der höchsten Spielklassen auflaufen könnte. Fand ich eine gute Sache. Das war so ein Punkt, der uns ja immer noch so ein bisschen vielleicht im Verein gefehlt hat. Fand ich, hatten wir das nicht auch in der letzten Saison schon mal kurz angesprochen, Marvel? Ich meine, da hätten wir da auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Da gab es die ersten Gerüchte, da gab es die ersten Gerüchte, jetzt ist es halt fix. Ist insofern halt auch einfach eine allein eine Geldfrage, weil im Zuge einer weitergehenden Professionalisierung dieses Sports kommt auch der erste FFC finanziell mittlerweile echt an seine Grenzen. Ich finde, das ist für die Eintracht eine extrem gelungene Situation, wenn du es gut vermarktest. Denn, dass du sagst, du bist dann in, du darfst ja nicht vergessen, du bist mit beiden Vereinen in der ersten Liga dann. Also sowohl die Eintracht als auch der FFC starten ja dann weiter in der ersten Liga. Und dieser pluralistische Gedanke, den du ja auch auf den Fanrängen siehst, du siehst, im Vergleich zu 2004 oder so, sind wesentlich mehr Frauen auch Teil des Fanstamms. Ich glaube, das hat viele positive Auswirkungen im Jugendbereich, siehst du ja sowieso auch, am Anfang, ganz am Anfang wird ja auch gar keine Trennung gemacht. Finde ich, ist das ein Zeichen der Professionalisierung der Eintracht, auch zu sagen, wir haben jetzt einen starken Frauenbereich, aber der muss natürlich dann auch finanziell insofern auch gestärkt werden, dass es möglich ist, dass der Ex-FFC dann Eintracht auch im internationalen Wettbewerb auch wieder mitsprechen kann, während zuletzt wurde erst der FFC deutlich abgehängt von vielen Mitbewerbern. Also da war Wolfsburg weiter, ich glaube, die Bayern waren weiter. Da muss die Eintracht dann auch ein bisschen Geld reinbuttern, noch ist es finanziell machbar. Aber ich glaube, durch die Strahlkraft, die die Eintracht auch jetzt im Männerbereich hat, kann es auch für einen Profifußball richtig angewendet sehr positiv sein. Ja, das finde ich auch, das geht eigentlich damit einher. Die Eintracht muss sich bewusst sein, dass das ein Investment ist, was wirklich auch positiv auf seine Marke einspielen kann. Aber das musst du dann halt doch richtig machen, weil das kann auch nach hinten losgehen. Also wenn du das so halb, wenn die Eintracht das macht, dann darf sie das nicht Halbseiten machen, finde ich. Also so zu denken, ja, wir gucken mal überhaupt so, wir haben einen Frauenverein, der dümpelt dann irgendwie vor sich hin. Richtig. Und da ist halt die Frage, ob die Eintracht da noch die Möglichkeiten hat, zu sagen, okay, weil Bayern und Wolfsburg können, glaube ich, ein bisschen mehr Geld an die Seite ballern, als wir das können. Ja. In dem Bereich, da muss man halt gucken. Aber wenn man wirklich, weiß ich nicht, zumindest, wie Marvin es gesagt hat, internationale Plätze und die Eintracht spielt, dann weiß ich nicht, auch mal, keine Ahnung, Champions League und dann, weiß ich nicht, ist das Stadion am Brentano-Bord ausverkauft, weil auch irgendwie, keine Ahnung, die Leute sich plötzlich damit identifizieren, weil Eintracht Frankfurt draufsteht, dann wäre das doch eine gute Sache. Ja. Hab nur ein bisschen die Angst, dass man das so halb gar macht, weil man halt auch nicht die finanziellen Mittel noch nicht hat, zu sagen, ich stelle das so auf professionelle Füße, ich bin da sehr, sehr gespannt, aber wie Marvin es sagt, wäre das geil, wenn man zwei Erstligisten hätte, die Eintracht, du hast dann auch noch so ein bisschen irgendwie was Neues in der Stadt, wo man auch mal hingehen kann, falls irgendwie nichts los ist, ja, also. Ja, einher geht damit ja so normalerweise, wenn wir uns jetzt den Frauenfußball generell angucken, eigentlich auch eine ganz größere, also eine größere Veränderung des Liegensystems oder so, also ich, also ich meine, das ist jetzt für die Eintracht speziell jetzt erstmal eine gute Sache, finde ich, und auch für den FFC, ich bin so, bin mal gespannt, spielen die ja noch im Brentano-Bord, eigentlich wird es Sinn ergeben, das ist ja das Standardstadion, weiß ich gar nicht, ob das dann so weiter funktioniert oder ob es an den Riederwald geht, alles Detailfragen, die zu klären sind, du musst weiter das Management professionalisieren, das heißt, die Eintracht kommt ja dann auch das Sagen, wer wird dann dort Trainer, bleibt die Person und so weiter und so fort, ich finde, dass du diese Strukturen dann einigermaßen ein bisschen auf den Frauenfußball überstülpen kannst, aber dann, wenn du halt sagst, okay, du willst insgesamt natürlich da auch mehr Geld reinbuttern, müsste eigentlich es auch, müsstest du ehrlich gesagt auch die DFL irgendwie immer daran anhalten, die, ja, die Lizenzen besser zu verkaufen, ne, weil ich wüsste jetzt nicht, wo läuft die, wo läuft Frauenfußball aktuell die Bundesliga, keine Ahnung, läuft die bei DFL TV oder was? Bei Telekom oder sowas, bei meiner Beider-Telekom, Ja gut, aber ehrlich gesagt, das müssen wir noch nie, also seit langem, also keine Ahnung, ich habe Champions League dann mal verfolgt und war ja auch öfter mal beim FFC generell, alles gut und schön, aber du musst da ein anderes Konzept, auch ein Werbekonzept einbinden, weil ehrlich gesagt, die Nationalmannschaft läuft dir da auch gerade irgendwie weg, die sind lang nicht mehr auf dem Niveau, wie die Engländer oder gerade die Amerikaner, die da wirklich eine ganz große Klasse für sich sind, die Deutschen schließen da nicht mehr an, das hängt aber auch damit zusammen, dass die Strukturen bei uns gar nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren, das heißt, da müsstest du, normalerweise müsstest du sagen, hier, wir machen mit euch ein anderes Konzept, ihr bekommt die Lizenzen, aber wir gehen weg von der ganz krassen Konkurrenzsituation zur Männerbundesliga und bieten euch dann dafür ein Konzept, dass keine andere Mannschaft zu der Zeit spielt, wenn die Frauen spielen, so, weißt du, keine Ahnung, normalerweise müsstest du sagen, vielleicht gehe ich mehr in die Offseason, ja, und dann habe ich dann zumindest die letzten vier Spieltage, die sind total konkurrenzlos, wo dann alle sich noch mal der ganze Blick der Bundesrepublik dann noch mal auf den Frauenfußball geht, um das mehr zu pushen, also super Sendezeiten und so weiter und so fort, weil das ist alles ein halbseitendes Konzept, das hat jetzt mit der Eintracht nichts zu tun, aber wenn ich es ernst meine, muss ich das Konzept auch anders fahren, also da kann sich die, da kann sich der Profifußball auch mal ein Beispiel am Profi Wrestling nehmen, denn da wurde es irgendwann einfach gemacht und dann hast du gemerkt, okay, das Interesse ist da, ja, plötzlich waren die Frauen im Main Event und das war regelmäßig keine Enttäuschung, wie wir das letztens halt gesehen haben, der Basti, ne? Ja, lag vielleicht auch ein bisschen an der Konkurrenz, weil die Männer echt kacke sind. Ne, aber Marvin hat ja recht, du musst dir dein Konzept ausdenken und das ist ja, das hat der Frauenfußball ja das Problem nicht alleine, das haben ja auch andere Sportarten, also, Eishockey, Handball, wirklich, also sich gegen irgendwie die Bundesliga zu präsentieren, ist wirklich, glaube ich, nicht einfach, wenn man da so ein bisschen nebeneinander existieren kann, kann das ja gut sein, natürlich ist es noch ein anderes Niveau, aber Marvin hat schon recht, da müssen halt auch wirklich, das muss selbst für den, der sich nur latent dafür interessiert oder gar nicht klar sein, wann das ist, zu sagen, ah, okay, das ist immer da und da, so und das sind irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sogar nur zehn Teams und du musst da halt Geschichten erzählen für die Leute, also du musst, glaube ich, für Fußballcracks das nicht machen, du musst das aber halt für die Leute machen, ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber die auch irgendwie Supertalent bei RTL schauen und so. Finde ich total geil, ist genau die richtige Idee, bin ich komplett auf deiner Seite, du musst eigentlich ein anderes Konzept entwerfen, weil du kannst normalerweise nicht sagen, okay, wir stellen jetzt Männerfußball gegen Frauenfußball, Bullshit, wird nicht funktionieren, ist ein bisschen was anderes, weil Männer, weil Fans von Männerfußball, auch wenn das jetzt irgendwie so total klischee aufklingt, die haben da einen ganz anderen Wert, die legen einen ganz anderen Wert auf gewisse Dinge, die Athletik. Man muss auch ehrlich gesagt sagen, die haben selber schon zu viel, also das ist gar nicht so, dass du irgendwie noch eine Lücke hast, wenn du, wir gucken ja selber nicht mal mehr komplett die Champions League Gruppenphase und weiß ich nicht, ich gucke mir auch nicht mehr die und die, ich gucke mir sonntags auch keine Bundesligaspiele der Herren an, dann werde ich einen Teufel tun und anfangen, das da nochmal anzumachen. Also ich glaube, die Fußballfans, in Anführungszeichen an sich, sind schon ein Stück weit da übersättigt. Du kannst halt wirklich die Leute abgreifen, die zum Beispiel lieber zum Eishockey-Stadt zum Bundesliga-Fußball gehen, weil das denen familiärer dazu geht. Also du kannst, du hast ja Selling-Points, zu sagen, okay, da sind die Spielerinnen, denen kannst du näher sein, da sind noch keine abgehobenen Leute, die sind keine Millionäre, mit denen kannst du dich besser identifizieren. Genau. Diese Story musst du halt erzählen und das wäre, glaube ich, gar nicht so schwierig. Und das ist genau das Ding. Das finde ich total, das ist genau richtig. Lustigerweise entwickeln wir um 23.40 Uhr hier gerade ein Konzept, wie das besser funktionieren könnte. Ich finde, In der siebten Stunde. Ja, ich finde, es ist aber durchaus richtig, denn genau, mit diesem Selling-Point, das war ja für mich damals auch so, also öfter habe ich mehr in der Nähe gewohnt, aber da bin ich halt öfter einfach mit der Freundin, mit dem Hund, hingegangen. Weil es war total unproblematisch, konntest du da hingehen, da konnten Kinder hingehen und ihre Familie und so, das kannst du ja zum Fußball auch, also wenn du zu Eintracht gehst, aber es ist halt total niedrigschwellig, du gehst da rein, kriegst Kaffee und Kuchen, das war total relaxed und du konntest einen Hund mitbringen und es ist auch kein Drama gewesen, genug Platz. Und auf der anderen Seite musst du es halt medial so präsentieren, dass du neue Reizpunkte setzt. Das heißt, okay, vielleicht gibt es halt vorher und nachher, wie du gesagt hast, machst du vielleicht inhaltlich weniger Spiele, aber die bereitest du anders auf, mit einem Vorbau, wo du sagst, okay, du pushtest mehr, du machst mehr Inside-Reportagen, wie geht es den Spielerinnen, was machen die Spielerinnen, denn nicht alle sind Profis oder so, ja, keine Ahnung, wie gehen, also so wirklich Reportagen, richtig Geschichten erzählen, dann gehe ich vielleicht, dann gehe ich vielleicht konsequent in, ähm, sage ich, okay, in der Trainingskabine, beziehungsweise, dann nehmen wir an den Ansprachen teil, das wären wir jetzt live, auch wenn das irgendwie gegen Fußball-Gredo ist, aber wir sind live dabei, wenn die ihre Ansprache machen, so vor dem Spiel, irgendwie so ein paar neue Reizpunkte setzen, ich muss ein anderes TV-Konzept eigentlich entherfen, dafür, dass ich das noch interessanter mache, aber im Endeffekt liegt das alles brach, normalerweise könnte irgendein fuchsiger Ende-Mull-Producer sich da richtig mal austoben gerade. Ja, Ende-Mull, weiß ich nicht, aber ich weiß schon die Richtung, die du machst, weil man muss ja auch sagen, so schwierig Leute zu finden, die einfach nur saufen wollen, ist auch nicht, da musst du halt trotzdem auch vielleicht auf die Schiene, da hast du natürlich irgendwelche nerfigen Leute, aber zu sagen, okay, du machst ein Event draus, wie auch die Galaxy das gemacht hat, eine Zeit lang, also du hast ja Potenzial hier in der Stadt, auf jeden Fall da, wo Leute wirklich auf Sport-Events gehen, und denen ist es fast auch egal, was da passiert, natürlich wirst du dann, ziehst du die da Eventis an, aber die zieht der normale Fußball auch an, und ich glaube einfach, dass du da wirklich, wirklich, wie der Marvin sagt, da liegen einige Sachen brach, die noch nicht genutzt werden, und die dann halt wirklich auch dazu führen, dass es so ein bisschen unterm Radar läuft, natürlich bei so einem Turnier hast du Aufmerksamkeit, aber das haben wir ja bei vielen Sachen gesehen, die ist dann auch schnell wieder weg, die ist in drei Wochen weg, und gerade wenn du dann aber wirklich vielleicht dieses Bogenspannst, du sagst, da spielt dann Eintracht gegen Bayern, dann hast du ja, ohne dass du irgendwie was gemacht hast, hast du aber trotzdem schon mal irgendwie, weiß ich nicht, stellt euch einfach nur vor, wir haben ja jetzt bei Fußball 2000 auch nochmal die 93 Traumbundesliga gemacht, stell dir mal vor, du hast 18 Vereine, und du hast halt die Vereine, und du weißt, die Eintracht spielt morgen gegen Kaiserslautern, Kaiserslautern spielt gegen Bochum, nur dass es halt in der Traumbundesliga ist, trotzdem hättest du ein bisschen so diesen Transfer zu sagen, oh geil, das klingt eigentlich ganz interessant, und wenn du dann irgendwie, ich glaube auch, dass das so eine Selbstverständigung sein könnte, im Sinne von, wenn ich plötzlich sehe, ja hier, Stadion Brent Hanobat ist jedes Mal fast ausverkauft, und die Stimmung ist geil, dann hast du halt irgendwelche Leute, die hocken dann zu Hause und sagen, ja gut, das will ich mir jetzt auch mal angucken, so, zumindest dieses Ding, und wenn das dann nicht viele Spiele sind, kannst du dich, glaube ich, auch noch ein bisschen in diesen Terminkalender von Fans reinschmuggeln, die dann eben sonntags keinen Bock haben, sich Mainz gegen Augsburg anzuschauen, sondern dann lieber Bochum gegen Frankfurt, in einem ausverkauften Stadion live, also von daher, genau, glaube ich auch, könnte klappen, ja, klingt nach einem sehr soliden Konzept, wir werden das mal an den DFB weitergeben, wir gründen die selber, wir machen das, 93 Traumbundesliga mit Frauenmannschaften, dann mach mal, wohl, da muss es natürlich auch harte Fans hingeben, die werde ich gründen, naja, am besten hat mir gefallen, Basti, die Party um das Spiel herum, das hat mir gut gefallen, das habe ich mir gedacht, ich habe auch an dich gedacht, scheißegal, ob Galaxy oder Fußball, schön Kick-Off, Warm-Up-Party zuständig, genau, und Dennis, wie es das Spiel ausgehen kann, gute Frage, defense, that's the way, aha, gefällt mir, gefällt mir, denke, das ist ein Konzept, was funktionieren muss, ja, uiuiui, Dennis steht beim Frauenfußball völlig voll auf der Tribüne, und schreit, defense, mit so klatschpappen, so ein Bierhut, so ein Bierhut, so ein Bierhelm, das ist wirklich, das klingt wundervoll, naja, oha, 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 ich merke, wir sollten langsam gucken, dass wir zum Ende kommen, die Ernsthaftigkeit lässt langsam ein wenig nach, so machen wir diesen Podcast wegen Ernsthaftigkeit, nein, natürlich nicht, vor allen Dingen haben wir jetzt gerade eine halbe Stunde, ein völlig ernsthaftes Konzept überlegt, und der Dennis, ich weiß gar nicht, woher hier die Vorwürfe kommen, ich will hier den Chefredakteur sprechen, Moment, ich hab kurz mit der Regie gesprochen, nein, so, jetzt kommen wir endlich zur zweiten angekündigten neuen Kategorie, Drommelberuf, für die wir auch ein Intro suchen, für die wir auch ein Intro suchen, selbstverständlich, und zwar heißt die Kategorie, heute vor 20 Jahren, müssen wir jetzt kurz erklären, was das bedeutet, eigentlich nicht, der Titel sagt schon relativ viel, wir wollen auch hier wieder ein bisschen in die Zeitmaschine steigen und zurückreisen, 20 Jahre, um genau zu sein, und wollen uns da mit eben dem Spieltag, der zu diesem Zeitpunkt war, beschäftigen, jetzt haben wir noch keinen Spieltag vor 20 Jahren auch gehabt, aber wir haben ja heute sehr ausführlich über das Thema Transfers gesprochen, also könnte man da ja auch nochmal auf dieses Thema der Transfers drauf gucken. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, wir kommen gerade aus dieser Saison 98, 99, der uns allen bekannten Übersteiger-Saison. Wisst ihr noch, wo ihr zu dem Zeitpunkt wart, also im Stadion oder irgendwo anders? Ich war auf der Haupttribüne, Sichtbehinderte-Plätze hatte ich nicht im Stadion. Sondern? Also weißt du es noch? Nein, ich weiß es nicht mehr. Marvin? Bitte? Weißt du noch, wo du... War was? Jetzt mal, ja, Ringwuchs, ja. Marvin Tüpp, warst du im Stadion oder weißt du noch, wo du warst? Ich war, ja, ja, ich war an diesem, wie sagt man, an diesem Höllengerät, am Radio war. Ich habe mir die Radio-Coverage angehört. Okay. Ja, ich war, wir waren zu dem Zeitpunkt unwahrscheinlich schlecht geplant, auf Schulabschlussfahrt in England und wir haben für teuer Geld, wir haben mit der halben Klasse zusammengelegt, weil damals, liebe Kinder, ihr erinnert euch, könnt ihr euch da wahrscheinlich niemals dran erinnern, Auslandsverbindung nach Deutschland vom Handy, extrem teuer und haben quasi eine Live-Schalte gemacht zu jemandem, der vor Ort am Fernsehen dieses Spiel gesehen hat und haben uns live berichten lassen. Es waren sehr bewegende Momente und es hat unwahrscheinlich viel Geld gekostet. Aber es war es wert, definitiv. Ja. Genau, also wir blicken zurück 20 Jahre auf die Saison 99-2000 und auf das Thema Transfers. Ähm, an welche Transfers aus dem erinnert ihr euch denn noch? Also das Schlimmste fand ich damals schon, das habe ich vorher schon nicht gefeiert, auch wenn ich dann die ersten Spieltage, glaube ich, eines Besseren belehrt wurde erstmal. Aber kommen wir dazu, weil das Konzept ist so gedacht, dass wir auch den jeweiligen Spieltag dieser Saison an dem Spieltag, in dem wir uns befinden, besprechen. Das heißt, am ersten Spieltag, den ersten Spieltag, zweiter Spieltag, zweiter Spieltag. Das heißt, wir erleben diese Saisons parallel einfach nochmal. Ja. Stell ich mir ganz spannend vor. Jetzt sind wir gerade noch, jetzt haben wir quasi die Klasse gehalten. Und ja, was der erste Transfer, der mich damals irritiert hat, weil wir ein bisschen Dortmund diesen Fehleinkauf Salou einfach für selbst gekauft haben. Dortmund hat schon den Fehler gemacht, hat, glaube ich, sieben Millionen ausgegeben. Da haben wir gedacht, komm, was war's, wir geben euch sechs. Das habe ich nicht verstanden, aber ich habe ja schon ein bisschen gespoiert, in den ersten Spieltagen sollte ich eines Besseren belehrten. Ja, vielleicht sehen wir gewisse Parallelen. Damals haben wir uns in der Situation, Spieler für viel zu viel Geld eingekauft. Salou, dieses Mal, Spieler für viel zu viel Geld eingekauft. Chor. Okay. Das sind nicht immer Äpfel und Birnen, das ist eine Wurst und eine Ananas. Also wirklich? Wie ist das Ananas? Oha, oha. Okay. Nee. Also ich glaube, da tun wir Dominik kein Unrecht. Wer kam denn, wer kam denn noch als Salou kam? Es kamen... Also waren das nicht auch die Oktagon-Millionen? Und Felix Maggert kam doch auch, oder nicht? Felix Maggert kam laut Fußballdaten.de in der Winterpause. Ja, das war dann 99. Felix Maggert. Der Berger hat nämlich erstmal weitergemacht, genau. Yes. Und dann haben wir trotzdem, war das doch die Zeit, wo wir dann plötzlich so diese Oktagon-Millionen hatten. Die kamen doch auch noch irgendwie um die Ecke, ja. Da haben wir nicht Guilmier auch in dem Jahr geholt? Genau. Oh, recht. Ja, ja. Wo ich die ganze Zeit gedacht habe, er heißt Guilmin. Ja. Wenn Uli Hoeneß, wenn Uli Hoeneß wird er auch so heißen. The Guilmin. The Guilmin. Aber, geiler Spieler. Einen geilen Spieler haben wir geholt. Horst Held. Hotter. Ja. Hotter Held. Hotter Held. Ja. Korrekt. Ja, weiter. Jetzt müsst ihr noch aufzählen. Es sind noch eigentlich ein paar andere brauchbare Spieler gekommen. Wer ist denn noch da gekommen? Nächsten, ja. Ja, aber. Rasiewski, meine Güte, ja. Rasiewski kam. Aber der galt damals als Talent, glaube ich. Ja. Also es war ja gar nicht so, wo kam er? Von Hannover? Hannover, ja. Also der galt wirklich, dass du gedacht hast, wow. Wer war denn dann noch? Ich erinnere mich nicht komplett genau. Erol Bulut? Ja, Erol Bulut ist ein geiles Thema übrigens. Erol Bulut ist mittlerweile ja Trainer. Ja. Er ist mittlerweile Trainer und trainiert eine türkische Mannschaft, Alanya Spor, erste Liga übrigens, muss er auch erstmal machen mit 44, richtig gute Trainerkarriere bislang schon hinten gelegt und unter anderem einer seiner Spiele ist der Spieler, über den ich vorhin sprechen wollte, nachdem, bevor ihr mich so rudely abgekanzelt habt, denn Enes Ben Hatira spielt bei ihm. Ach ja. Also hier sind wieder die Querverweise, wir geben uns die Klinke in die Hand, will ich meinen, aber nicht nur er ist übrigens da, sondern auch, der ein oder andere mag ihn kennen, Papi Stemba Sissé spielt auch bei seinem Verein aktuell. Das war's. Mehr wollte ich jetzt gar nicht sagen, wir gehen wieder zurück. Und Thomas Sabotzig ist einer der Spieler, die damals... Der ist auch zurückgekommen damals, gell? In der Winterpause. Hat den Lautern, hat er es nicht ganz so gut erwischt, glaube ich, da. Hat nicht viel gespielt, dann kam man zurück. Und dann persönlich mein Lieblingsherr-Double, Thorsten Kracht. Vom Haus der Ruhrung. Kein, Alter. Himmelswild, Alter. Ja, Thorsten Kracht ist auch so ein Spieler, ja, ich will mal sagen, grobkeiniger Fußballer. Der kann froh sein, dass er in der Zeit gespielt hat, muss man sagen. Ja, ohne Mist. Würde heutzutage nicht unbedingt als moderner Verteidiger gelten. Der Keinen kam ja, glaube ich, auch. Der Keinen kam auch, genau. Und jetzt gehe ich mal in die Liste auch. Thomas Reichenberger kam auch noch. Bei Thorsten Kracht wundert es mich ehrlich gesagt immer, dass er eigentlich gar nicht so groß ist, wie er aussah. Ja, also, wenn du dir die Bilder von Thorsten Kracht ansiehst, dann denkst du, meine Güte, der hat eine Matte und so einen Stirnacken, wie so ein 1,85 Meter Mensch. Dabei ist der nur 1,95 Meter Mensch. Dabei ist der nur 1,83 Meter. Also, das ist wirklich nicht so groß. Ja, genau, ihr habt es richtig gesagt. Dirk Heinen kam, Reichenberger, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Patrick Falk, Dennis, ja, der Gelnhäuser. Und ein Talent hat sich auf den Weg gemacht, beim Profifußball der Frankfurter Eintracht mal reinzuschnuppern. Albert Streit. Albert Streit, tatsächlich? Ja. Okay. Ich bin gespannt, wie die Saison läuft. Wir müssen ja auch sagen, wir haben ja nicht nur Zugänge gehabt, wir haben auch Abgänge gehabt. Ja, leider. Ansgar Brinkmann hat uns verlassen, Richtung Tennis Borussia Berlin. Schade, schade. Habe ich damals nicht gestanden, war die Wüten gemacht, wieder so ein scheiß Geldklub. Ja, das war damals, haben die, glaube ich, mit der deutschen Vermögensberatung irgend so ein Dings gehabt. Bernd Schneider haben wir verloren, das hat auch sehr wehgetan nach Leverkusen. Danach dann richtig durchgestartet, hat auch Nationalspieler. Ich glaube, der Transfer von Murat Bonoir zu Hannover hat uns nicht ganz so wehgetan. Auch lustig, wer uns in der Saison verlassen hat, der Sportmanager von Hoffenheim, Alexander Rosen. Oh ja, stimmt. Okay. Stimmt, ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das in der Saison war. Das ewige Talent Sascha Amstetter ist auch gegangen. Zusammen mit Thomas Epp. Thomas Epp ist auch so ein Relikt aus alten Zeiten. Der würde auch, glaube ich, heute nicht mehr Bundesliga spielen. Nee. Ja, ist schwierig. Also, ist schwierig. Also, ja, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen. Bonoir ist ja wenigstens auch ein lustiger Typ. Aber auch, wenn er es auch verlassen hat, Olaf Janssen, ne? Ist das so? Olaf, ach ja. Christoph Westerthaler, Gott hab ihn selig, ja. Das steht bei mir jetzt gar nicht. Aber da habe ich hier was Falsches aufgemacht. Ja. Vielleicht auch im Laufe der Saison, ja. Und immer noch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Nur wegen der Assi-Bräune. Patrick Glöckner, wer erinnert sich? Patrick Glöckner. Ich glaube, in Frankfurt haben Journalisten einen Witz gemacht und haben ihn öfters mal bei der Kicker-Fußball-des-Jahres-Wahl ist ja irgendwie manchmal aufgetaucht. Das fand ich ganz lustig, ey. Ja. Ach, der, an den konnte ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Geil ist, Patrick Glöckner hat im Laufe der Zeit nicht viel behalten, aber auf jeden Fall immer sein Bräune. Muss ich sagen, finde ich relativ spektakulär. Ja, dass er über die Zeit hinweg, der ist ja dann, also der eine oder andere würde sagen, schöner Mann. Ja, ist ja mittlerweile dann auch, ja, weitergewechselt. Und die ist jetzt als Trainer aktiv, ja. Man mag es kaum glauben. Patrick Glöckner ist, glaube ich, ja, Profitrainer bei Victoria Köln. Bei Victoria Köln. Ah ja, okay. Nachdem er davor als Co-Trainer in sein Podi war. Wobei er war tätig, also er ist bis Ende der Saison 18, 19 steht hier. Gut, man muss auch Musa dazugeben, zu sagen, dass die sind hier nicht abgestiegen. Boah, ein bisschen vielleicht. Also man muss, wir können es ja im Schnelldurchlauf machen. Die Eintracht hat schon einen sehr interessanten Kader, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was wir die Saison erreichen. Auftaktspiel ist zu Hause gegen Unterhaching. Ja. Werden wir dann am ersten Spieltag besprechen, wie das ausgeht. Ich bin schon ganz heiß. Im Tor Nikola Fein, Sven Schmidt. Dann haben wir Thorsten Kracht, haben wir schon drüber gesprochen. Alexander Kutscherer ist auch da. Oh, Kutscher. Kutscher. Uwe Bündewald. Mhm. Grasiewski-Hupche. Geiler Typ, ey. Thomas Zampach. Jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt kommt einer. Uwe Schneider. Der sagt mir jetzt nichts. Spannend. Spannend. Uwe Schneider. Er hat auch nicht wirklich viele Spiele gemacht. Vielleicht für eine neue Kategorie. Wer war Uwe Schneider? Im Laufe der Saison ist es aufgefallen, wir brauchen noch weitere Kategorien. Wer war eigentlich? Genau. Wer war Uwe Schneider? Nee. Marco Gephardt. Auch ein geiles Tor gemacht bei diesem 5-1-Horst Held. Alexander Schur. Ralf Weber noch. Tibor Dombi hat es auch nicht ganz gepackt. Patrick Falk habt ihr schon angesprochen. Sobozik kam zurück. Bulutz. Michael Mutzl. Mutzl, geil. Mutzl ist jetzt ja mittlerweile, also ich glaube seine Karriere neben dem Platz ist ja besser als die auf dem Platz, wenn man sagen muss, dass er es geschafft hat und jetzt Sportdirektor beim HSV ist. Marco Gephardt. Jimman Jones. Albert Streit. Und der Sturm ist natürlich auch sehr klangvoll. Muss man schon sagen. Salou, Kimye, Chen Yang. Janage Fjordhoft. Reichenberger, Wessertaler. Und jetzt kommt wieder einer für die Kategorie. Rovan Hendricks. Das sagt mir auch nichts. Was? Rovan Hendricks. Oh nein, das habe ich nicht gehört. Na gut, haben wir doch zwei für unsere neue Kategorie. Okay. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auf jeden Fall Hype. Wir spielen erstes Spiel gegen Unterharingen zu Hause. Auch ein guter Spielplan damals. Auf jeden Fall. Auftakt Spiegel gegen Unterharingen. Rovan Hendricks. Ziemlich heiß. Da waren wir vielleicht Jugendspieler. Das ist in Afrika. Nee, kam von Cape Town. Sehr dubioser Eintracht. Ich sehe, ich habe jetzt gerade auf Transfermann geguckt. Der ist jetzt Co-Trainer bei Ubuntu. Ich wusste nicht, dass das ein Fußballverein hat. Er hat immer ein Bundesligaspiel gemacht. Er ist mittlerweile 39. Ja. Stürmer. Ubuntu. Ja, also ein Bundesligaspieler ist zu hoch gegriffen. Einsatzzeit 5 Minuten. Hallo, das zählt trotzdem. Ja, Auflaufprämie. So, jetzt gucke ich ja mal ins Profil von Uwe Schneider. Das lässt mir auch keine Ruhe. Das ist mittlerweile 47. Hat die ganze Zeit in Stuttgart, 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 Stuttgart. Doch, Uwe Schneider hat das Gesicht, sagt mir was. Ist ja einfach so halbglatzer der Typ. Ja, ja, leicht hohe Stirn. Geil, ja. Dann ist er nach Aalen gegangen irgendwann. Und dann nix mehr. Ah ja, okay. 2000 ist er nach Aalen gegangen, genau. Muss ich sagen. Mir irgendwie durchgrüßt. Zack, Lebi, Luwin. Borussia Fulda. Hat er 2005 gespielt und dann Karriere. Uwe Schneider. Naja. Sehr gut. Sehr schön. Ey, Thorsten Kracht, ne? Ja. Thorsten Kracht ist jetzt Real Estate Manager. Mitglied des Vorstands. Er CEO der Instone Real Estate Group. Thorsten Kracht, Mitglied, bla bla bla. Ja. Ist also was hier, was wir über 14 Jahre umfassende Praxiserfahrung haben. Thorsten Kracht zu einem Branchenexperten im Bau- und Immobiliensektor gemacht. Der sieht mittlerweile gar nicht mehr so schlimm aus. Der hat auf jeden Fall die Haare abgemacht. Spannend. Vielleicht ändern wir diesen Podcast. Der ist leider kein aktueller Podcast mehr, sondern was macht eigentlich und wer ist eigentlich bestimmt jetzt unser Portfolio? Komplettes Sendungsprogramm. Dann laden wir die auch ein. Ja, Kracht, erzählen Sie uns was über Immobilien. Ja. Wo sollte ich jetzt investieren? Vielleicht nehmen wir den Podcast auf Fußballspieler googeln. Ja, spannend auf jeden Fall. Erst mal bei Xing befreuen. Herr Kracht, ich suche eine Wohnung. Da habe ich ein Vertrauen von sie gewonnen. Sehr schön. Na gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das könnte auf jeden Fall interessant werden, weil gerade wenn wir dann über die Spiele reden, wenn Torschützen auch, dann tauchen ja nämlich auch Spieler von Gegnern auf. Oh ja. Das könnte eine interessante Kategorie werden. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da die einzelnen Spieltage durchgehen. Jetzt haben wir erstmal mit den Transfers angefangen und wir hängen euch mal, damit ihr es ganz komfortabel habt, die Links zu Transfermarkt und zu fußballdaten.de in die Sendungsnotizen. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Oder schaut nicht rein. Oder schaut nicht rein. Ich wollte gerade sagen, ihr müsst gespoilert. Ihr wisst ja nicht, wie es ausgeht gegen Unterhaching-Darwalz. Sicher auch nicht. Ja, ist ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Da müssen wir mal gucken. Gut. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu einer Kategorie, wo wir auch mal wieder einen Jingle haben. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Herzlich Willkommen in unserer Rausschmeißer-Kategorie. Und da haben wir auch in dieser Saison wieder Empfehlungen. Und da haben wir schon das eine oder andere eingetragen. Und wie sollte es nicht anders da sein? Eine Empfehlung davon ist ein Podcast. Total überraschend. Ja, richtig. Super, ich bin ja noch wach. Ah, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, natürlich. Ich habe eine Empfehlung und zwar den Verurteil-Podcast. Diesmal Teil 4, glaube ich. Genau, Teil 4. Es geht um die Schwester, es geht um Schwester Eva und selbst Schwester Eva empfiehlt via Instagram, detailliert wird über ihren Fall gesprochen und das ist natürlich auch für euch ein Grund, eure mehr oder weniger kontroverse Meinung sich zu bilden und dann auch gerne unter dem Hashtag verurteilt in die weite Welt hinaus zu blasen. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Hört da mal rein. ist ein gutes Stück Podcast-Geschichte geworden. Sehr zu empfehlen. Auch die Folgen davor übrigens, also nicht nur die eine, sondern die Vordergründe auch. Ja, sehr, sehr. Eine feine Sache, auf jeden Fall. Ja. Ich habe eine Empfehlung tatsächlich. Ich schicke sie jetzt gerade in die Gruppe, weil ich vergessen habe, dir die Links zu schicken. Ich habe jetzt kürzlich mal wieder in der Sommerpause die Zeit gefunden, ein Buch von vorne bis hinten durchzulesen. Wahnsinn. Und zwar, Herr Sonnenborn geht nach Brüssel. Ach, das wollte ich auch gerade aufschreiben. Verdammt. Also das ist hervorragend gut. Wie weit bist du da? Ich bin komplett fertig, dieses Buch. Okay, ich noch nicht. Ich habe das sogar schon, ich habe das jetzt als Buch durchgelesen und habe mir es jetzt extra nochmal zum Einpennen als Hörbuch nochmal geholt. Okay. Sehr gut. Das ist dermaßen hervorragend. Liest der das selbst als Hörbuch? Ja. Oh, geil. Großart muss ich mal auch holen. Also das ist dermaßen hervorragend. Das sind immer nur kleine Episoden. Also du hast immer, das ist wie so ein Tagebuch, so Brüssel, Plenum, bla 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 bla. Und dann erzählt er, was da so los war. Und dann erzählt er einfach, wie er diesen NPD-Politiker die ganze Zeit verarscht. Dann erzählt er, wie es da so ist, auf Sektempfängen rumzuhängen. Dann rechnet er am Anfang des Buches auch erstmal aus, wie viel Geld man da überhaupt verdient. Ich bin jetzt gerade bei dieser Stelle angekommen. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler für diejenigen, die das Buch noch lesen wollen. Aber ich glaube, das kann man an der Stelle verkraften, wo sie feststellen, diese Lücke im Parteifinanzierungsgesetz, wo sie anfangen, Geld zu verkaufen. Genau, weil die merken irgendwie, dass die AfD, glaube ich, Gold irgendwie... Die AfD verkauft Gold? Genau. Also irgendwie, long story short, irgendwie in diesem Parteifinanzierungsgesetz kriegst du für jeden Euro, den du einnimmst, also nicht Gewinn machst, sondern den du halt einnimmst, kriegst du quasi den gleichen Betrag aus diesem Parteifinanzierungstopf. Und die AfD kommt irgendwie auf die Idee, quasi Gold zu verkaufen mit minimalem Gewinn und dann überlegen die sich, sie könnten ja einfach Geldscheine verkaufen. Also Prinzip ist, du überweist irgendwie 25 Euro und kriegst einen 20-Euro-Schein zurück und weil noch irgendwas dazu müsste, weil das sonst nicht geht, legen sie noch zwei Postkarten dabei. Und machen damit, glaube ich, irgendwie 240.000 Euro Einnahmen und kriegen dann nochmal irgendwie aufgerundet 240.000 Tralala und einen Cent aus diesem Parteifinanzierungsling. Also es ist, auf der einen Seite ist es so krass absurd, aber auf der anderen Seite, wenn du dir dann wieder überlegst, dass das ja eigentlich keine Fiktion ist, sondern dass das ja Realität ist, dass das ja auf europäischer oder deutscher Gesetzlage beruht, dann greifst du dir auch irgendwie sehr hart an den Kopf. Also war ja teilweise auch immer schon bei der Heute-Show, wo dann ja auch Sonnebon immer mal so Ausschnitte, die ja früher schon immer gezeigt wurden, aber es war schon immer skurril. Finde ich geil, dass das jetzt im Endeffekt nochmal in der gesammelten Buchform da ist. Ist sehr, sehr großartig. Sehr geil, klingt gut. Ja, kann ich echt nur empfehlen, hätte ich jetzt auch noch genannt. Klingt sehr gut. Ja, gut. Und dann haben wir hier noch was drin, Schlein. Äh, warte mal. Bessere Mülltrennung gegen Plastikmülle in unserer Welt. Oh, ja, ja, ja. Da habe ich mir gedacht, was ist das denn für ein Vorschlag? War heute ein wichtiger Punkt. Ist jetzt, ist jetzt. Der grüne Punkt. Ich habe noch einen Tipp zur Mülltrennung. Leute, ihr lacht. Ihr lacht. Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Ich habe es so heute, ich glaube, es war Thema des Tages. Generell in verschiedenen Sendungen heute wurden über verschiedene wissenschaftliche Studien jetzt nochmal berichtet. Da ging es darum, unter anderem Kompostierung, wenn du was in Biomüll wirfst. Ne, wirklich, jetzt wird es wirklich interessant. Wenn du eine, zum Beispiel Gurke, nicht aus der Plastikverpackung packst und wirfst sie in den Biomüll, wirst du auf jeden Fall einen Großteil wieder auf dem Feld finden, weil das ja zur Kompostierung genutzt wird. Dementsprechend hier nochmal die Empfehlung und die Bitte, damit wir nicht alle irgendwann auch hier nicht nur in den Weltmeeren nicht mehr schwimmen können, weil überall ein Mikroplastik ist. Dass man auch auf dem Feld nicht mehr schwimmen kann. Ja, beziehungsweise auch über die Nahrung das ja dann wieder zu uns nehmen. Da haben wir ja alle keine Lust drauf. Dementsprechend ein wichtiges Thema. An sich, natürlich ja absolut nicht passend eigentlich, aber es hat mich irgendwie beschäftigt, dementsprechend würde ich mich freuen, wenn die Leute einfach da ein bisschen mehr achten. Es sind wirklich Kleinigkeiten, einfach, dass man was in Biomüll kommt, was du rausnehmen kannst, dann Plastikverpackung und so weiter einfach in gelber Sack oder zur Not auch in Restmüll packen, aber nicht in die Biomüll tun, weil die Kläranlagen und die Aufbereitungsanlagen schaffen das nicht. Oder wären dann so teuer, dass wir alle wieder kotzen würden, wenn wir für die Tonne nicht 80, sondern 500 Euro bezahlen müssten, wenn sie abgeholt wird. Dementsprechend die Bitte, da vielleicht ein bisschen zu schauen. Denn mir war die Thematik nicht bekannt. Die Felder sind viel, viel mehr mit Mikroplastik belastet, als es im Meer der Fall ist. Da wird ja immer darüber berichtet. Also ist eine interessante Sache gewesen. Dementsprechend einfach da ein bisschen gucken und dann einfach eine kleine, was heißt Empfehlung, ist ja der falsche Ausdruck. Es wäre einfach schön, wenn es gemacht wird und wenn nicht, dann ist ja jedem sein. Nö, Empfehlung ist zu viel gesagt. Also einfach ein Gesetz jetzt. Nein, Spaß. Genau, genau, genau. Nein, ist aber gut. Ich finde es auch wichtig, ja. Ich finde es ganz toll, wenn du das jetzt immer machst. Du suchst dir jetzt immer so ganz viele Empfehlungen aus, die nichts mit dem Podcast zu tun haben. Finde ich total super. Gefällt mir herausragend. Gut, das ist auch eine dritte Kategorie. Eine dritte neue Kategorie. Dennis empfiehlt merkwürdige Dinge. Ja, genau. Lifehacks from Dennis. Genau, genau, genau. Sehr gut. Großartig. Geil. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt langsam doch mit Blick auf die Uhr langsam mal die Schotten dicht machen. Das ist eine lange erste Folge in dieser Saison geworden. Und wir werden ab jetzt wieder einen regelmäßigen oder sagen wir mal so einen mehr eher regelmäßigen Sendungsbetrieb wieder aufnehmen. Das müssen wir so sagen, weil jetzt doch noch der eine oder andere Mensch in Urlaub ist. Aber in den nächsten Wochen folgen Sendungen, weil jetzt ja auch, wie wir vorhin festgestellt haben, ab übernächster Woche die Eintracht quasi wöchentlich dann doch tatsächlich Fußball spielen wird könnte. Von daher nehmen wir jetzt den regelmäßigen Sendungsbetrieb wieder auf. Und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr, liebe Hörer oder Hörerinnen, Bock habt, uns für eine von unseren beiden neuen Kategorien ein Intro zu basteln, dann immer her damit. Am besten per E-Mail schicken, E-Mail-Adresse info.eintracht-podcast.de oder auch rene.eintracht-podcast.de und dann bauen wir das in die Sendung ein. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier genug gesprochen und machen den Sack zu. Wir wünschen euch ein bisschen fußballfreie oder Eintracht fußballfreie Zeit noch und melden uns in den nächsten Wochen in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Tschö. Eintracht. Tschö. Hey, hey, es kann auch mal von Hey, 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 es kann auch mal von Hey, 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 es kann auch mal von Hey, 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 hey